Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Sohn um Sohn, Bruder gegen Bruder und die Drachen tanzen endlich. Herzlich Willkommen oder Vala Morghulis, wie man auf Valyrisch sagt, zur mittlerweile vierten Besprechung zu House of the Dragon. Zur Halbzeit begrüße ich jemanden, der schon hier ganz am Anfang mit am Start war. Er ist kein Wächter aus irgendeiner Himmelsrichtung in Deutschland, aber natürlich trotzdem herzlich Willkommen. Grüße in die Niederlande, einen Abend Manuel. Ja, Vala Doheris, hallo, freut mich Dom. Ich bin natürlich gerne in einer neuen Besprechung dabei. Wie du gesagt hast, ich war bei Episode 1 dabei und dann hast du ein bisschen mit dem Felser gequatscht und jetzt musst du wieder mit mir Vorlieben nehmen. Ja, ich nenne ihn mittlerweile liebevoll den Wächter der Pfalz. Ah ja, schön. Ja, obwohl für den Lannister hat er dann doch nicht. Egal. Grüße an Sven und natürlich auch an Paul, der vielleicht klappt es nächste Woche. Erst war es gesundheitlich schwierig und jetzt aus Zeitgründen hat es nicht sollen sein. Aber ich freue mich sehr drauf und für die Folge warst du ja eigentlich auch schon so ein bisschen gesetzt, weil du warst ja bekanntlich jemand, der meinte, ja, es wäre doch geil, wenn jetzt endlich Ormall Abyssin Action kommt. Abyssin Action. Grüße an Arnold Schwarzenegger. Habe ich einmal erwähnt, genau. Gegen auch, ich glaube, Ende von Staffel 1 beim Recap und dann wurde mir das natürlich jetzt öfter mal in den Mund gelegt. Genau und dann hast du irgendwann gesagt, ja, du, die Folge heißt A Dance of Dragons und wir kommen dann später dazu. Aber da war ich dann, glaube ich, der richtige Kandidat, um da jetzt drüber zu quatschen. Du meintest gerade schon im Vorgespräch zu mir, dass du von der dritten Folge nicht mehr ganz so viel weißt. Also du hast ja diese Screener, die wir vorab haben, hast du mal, glaube ich, wirklich so in einem weggebinged, ne? Ja, genau, weil ja nicht so ganz klar war, A, wie lange sind die verfügbar und B, mit wem kommen jetzt die neuen Besprechungen? Und ich wusste, ich habe in den letzten Wochen jetzt keine Zeit gehabt. Und dann waren die vier Folgen eben verfügbar und ich habe die nach der Besprechung der ersten Folge dann halt durchgebinged und da ist dann so ein bisschen, hatten wir ja gerade besprochen, so ein bisschen Binge-Watching passiert, dass dann halt so alles miteinander ein bisschen verschwindet. Und es für mich jetzt auch drei Wochen her war, dass ich die gesehen hatte und dann nicht mal so ganz klar war, okay, was war eigentlich Folge 3? Ich wusste aber noch, zum Beispiel Folge 2 fand ich wirklich einfach super stark. Also Folge 1 und 2 waren für mich wirklich ein super Einstieg in die neue Staffel. Und hatte dann aber so ein bisschen in Folge 3 das Gefühl, okay, so langsam wurde mir hier nach Staffel 1 versprochen, dass es losgeht. Und jetzt sitzen wir in Folge 3 und es ist immer noch Diplomatie ohne Ende. Ja. Und dann fand ich es ein bisschen merkwürdig, wie auf einmal, so wie am Ende von Game of Thrones, Leute innerhalb von zwei Sekunden von A nach B teleportieren. Und das war so, das war keine schlechte Folge, aber dadurch konnte ich, glaube ich, so ein bisschen und dass es dann jetzt so ein bisschen her war, musste ich erst mal wieder reinkommen beim Schauen von Folge 4. Wo sind die Leute? Aber ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Ja, Folge 3 und 4 gehen auch so ein bisschen ineinander über. Also da hast du ja dann eben diesen Handlungsstrang um Kristen Cole, der ja jetzt dann wirklich, ja, offensiv in den Krieg zieht einfach zum ersten Mal. Ja, und auch natürlich mit Damon, wie es dann weitergeht, da hat dann ja quasi in Folge 3 angefangen. Genau. Damon, die Handlung, die ja schon so ein bisschen, ein bisschen krude ist irgendwo. Aber ja, da kommen wir dann ja heute zu. Was ich noch erzählen kann, ich habe die Screener ja auch am Anfang relativ schnell weggeguckt. Und da hatten wir aber noch nicht den Luxus, dass die mit Untertitel versehen waren. Das ist ja grundsätzlich ungewöhnlich eigentlich für Pressescreener, ne? Trotzdem herzlichen Dank dafür. Und wir hatten jetzt hier tatsächlich wirklich die absolute Ausnahme, dass wir, also nicht nur, dass wir englische Untertitel hatten, sondern in mehreren Sprachen inklusive Deutsch. Also Kudos an die Dame oder den Herren im schönen Berlin, die das gemacht haben, weil da wurden wirklich selbst die Eigennamen, also die deutschen Übersetzungen der ganzen Familiennamen berücksichtigt. Und Chapeau, also das hat nicht, das hat auf keinen Fall irgendeine KI einfach nur gemacht. Was bei mir aber eine KI gemacht hat, war am Anfang eben die Übersetzung, weil als wir noch keine Subs hatten, habe ich mir einfach mal den Spaß gemacht und das Ganze mit, also von einer KI mit automatischen Untertiteln versehen lassen. Aha. In welcher Sprache? Ich habe es erst nur im Englischen gemacht und dann habe ich mir einfach mal den Spaß gemacht, weil das geht auch, du kannst die Untertitel in Echtzeit übersetzen lassen. Also erst von einer KI auf Englisch und dann auf Deutsch übersetzen lassen. Genau, richtig. Und... Na, das kann ja nur gut werden. Das war, äh, das war eine Erfahrung, sagen wir mal so. Also mein, mein Favorit war immer noch in Folge 3, wie Helena da irgendwas von Highborn-Ladies erzählt und die KI macht daraus im Deutschen Highschool-Pornodamen. Das, das, das war, glaube ich, so mein Highlight und auch, oh, oh, ne, auch besonders geil, wenn valyrisch gesprochen wird, besonders jetzt hier in Folge 4, da gibt's da eine Szene halt hier, wo, wo Aemond und, ähm, Aegon valyrisch sprechen und, naja, das hat der halt auch genommen und da kam wirklich sowas raus wie, der Strand ist jetzt abgesperrt, die Polizei ist da oder irgends so ein Scheiß. Aber der weiße Hai oder was? Keine Ahnung. Große als Team Spielberg. Ne, das, das war wirklich, also, äh, es, es war eine Erfahrung, also auch, auch aus den Eigennamen, äh, Aegon gab's ja auch nicht, da wurde halt immer Aegon raus und, ach, ganz, ganz bescheuert. Also, mit, mit englischen Untertiteln ist es okay, bis auf die Eigennamen, aber die Deutschen waren wirklich, ich, ich konnt nicht mehr, das war, das war Comedy-Gold teilweise, wirklich. Ja, nicht, dass du dann aber zu stark abgelenkt wurdest, ne? Du wirst dann halt irgendwann echt rausgerissen, wenn du, wenn du dich wirklich auch in, also hier das jetzt mit Helena, das war halt eigentlich keine lustige Szene, die war eher so ein bisschen verstörend, so vom Verhalten her, der Figuren. Und ich musste mich einfach schlapplachen, wirklich. Ja, das wisst ihr da draußen, weswegen wir, äh, weswegen wir die Folgen mehrfach gucken müssen, ne? Wegen so einem Quatsch. Genau, richtig, sowas, sowas muss sein. Bevor wir, äh, in die eigentliche Folge reinspringen, hab ich noch mal ein paar Korrekturen zu Folge 3, die ich ja mit Sven besprochen habe, sind auch nur wirklich eine Handvoll, nicht so viele wie letzte Mal. Erstmal, äh, vielen Dank, äh, an Feedback, was wir auf unserem Discord-Server bekommen haben von einem User, dessen Namen ich mir jetzt leider gar nicht notiert habe, aber sei, äh, trotzdem recht herzlich gegrüßt. Ich glaube, Dark Ranger oder so hieß er, mit irgendwie einem, genau, mit einem, äh, schwarzen Power Ranger. Äh, und der machte mich darauf aufmerksam, äh, dass die Darstellerin von den beiden, äh, Töchtern von, äh, Daemon, äh, also hier Bela und Rhaena Targaryen, dass, dass zumindest die eine, also, wie die ihre Haare geflochten hat, das sind, äh, keine Rasterlocken, sondern Dreadlocks. Und beide Darstellerinnen, ich hatte das so ein bisschen, äh, kategorisch formuliert, äh, es sind tatsächlich keine Afroamerikanerinnen, sondern es sind wirklich alles Briten. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum diese Serie weiter gedreht werden durfte, als, äh, letztes Jahr der große Hollywood-Streik wütete, ne? Also nicht nur, weil die, weil die, äh, nicht in den USA gedreht haben, sondern weil nahezu alle Schauspieler Briten sind. Das ist, das ist eben der Vorteil gewesen. Und dann, äh, noch zur Folge an sich, die Regisseurin Jita Wacent, äh, Patel hat bestätigt, dass die Dracheneier, die man bei Rhaenyra sieht, äh, in der dritten Folge und die sie dann Bela anvertraut, die dann ja ins Exil gehen soll nach Pentos, das sind tatsächlich, und das ist wirklich jetzt offiziell, das sind, kein Witz, die Eier von Daenerys später. Oh. Ja. Okay. Also das sind die, die Daenerys, äh, ich glaube, 150 Jahre später dann, äh, zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommt von diesem Magister Illyrio Mopatis und dort sind die ja dann, äh, über die Jahrhunderte sind die halt versteinert, ne? Und sie legt die dann ja erst in so ein Feuer, um die dann auszubrüten, aber das sind wirklich, also das ist wohl auch Fans aufgefallen, dass die auch wirklich genau dieselbe Farbe haben und auch sehr ähnlich aussehen wie früher. Äh, wobei ich jetzt nicht so geguckt habe, weil ich kann mich erinnern, in der ersten Staffel Game of Thrones war das Aussehen der Dracheneier noch nicht so gelungen, das, die sahen eher aus wie Christbaumkugeln, wenn ich mich richtig entsinne. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich hatte das auch gehört, so als Theorie, aber dann, ich meine, man denkt da, ja, okay, man hat halt da Eier gesehen und hier jetzt Eier gesehen und dann sagt man halt, okay, das sind wahrscheinlich die gleichen. Aber wenn es natürlich offiziell bestätigt, ist es schon cool, muss ich sagen, ja. Ja, es ist, äh, egal mit diesen ganzen, äh, Querverbindungen einfach, ne, die George R. Martin auch in seinen Büchern schlägt. Und, äh, da haben wir auch noch eine, ich weiß nicht, ja gut, du meintest ja, du änderst dich nicht mehr so an, äh, Folge 3, aber da war, äh, also ich erinnere mich noch sehr gut an die, weil da haben mir die Untertitel wirklich diesmal jetzt im Screener im Nachhinein den Arsch gerettet, weil da gibt es ja eben diese Spelunkenszene mit Ulf, dem Weißen, und, äh, da bin ich wirklich im O-Ton an meine Grenzen gestoßen. Also, ich hab mit dem Englischen an sich keine Probleme, aber die reden alle eben sehr eigentümliches Englisch und dann war da auch noch ordentlich Geräuschkulisse im Hintergrund. Aber, äh, was mir im Nachhinein aufgefallen ist, Ulf den Weißen haben wir da nicht zum ersten Mal gesehen, sondern er tauchte auch schon in Folge 2 auf. Er ist nämlich einer von denjenigen, die dort die Rattenfänger, äh, an der Burgmauer bemerkt. Und da hat man ihn auch schon gesehen und da stiehlt er anscheinend auch irgendwie was in der Gasse, äh, relativ am Anfang der Szene. Aber wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr konkret wissen, ne? Nee, ich guck mir grad Bilder an. Ich erinnere mich an die Person, aber näher an die Szene kann ich mich jetzt, kann ich jetzt nicht, äh, aus dem Gedächtnis widerrufen. Ja, aber, äh, so oder so wird, äh, der noch, äh, auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und du merkst ja, also du, du hattest ja, glaub ich, auch schon als jemand, äh, der die Vorlage nicht kennt, hattest du ja, glaub ich, auch schon so bemerkt, äh, hier diese, ähm, den wir ja auch hier wiedersehen, diesen, äh, Alain of Hall bei, bei Corlys Velaryon, dass, äh, der durchaus noch eine Rolle zu spielen hat, ne? Und dann wahrscheinlich auch noch sein, äh, sein, sein Bruder Adam. Ja, und man merkt so, dass so nach und nach Personen halt, die mal vielleicht kurz da waren, halt wiederkommen und man merkt, okay, da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Auch später noch bei Corlys, etc. Ähm, genau, finde ich, dass man da so langsam jetzt, ne, man merkt, man ist nicht mehr in der ersten, zweiten Folge, man ist so halb durch und Dinge bauen sich auf und nehmen Gestalt an. Ja, und sie brechen eben auch jetzt dann, äh, also hatten wir auch in der ersten, im ersten Recap gesagt, sie brechen jetzt einfach diese, diese Welt zum einen auf und zum anderen, äh, zeigen sie jetzt auch immer mehr vom gemeinen Volk, ne? Also auch hier dieser Schmiedemeister Hugh, der, äh, also Ulf, Hugh, Adam, Alain, die werden wirklich noch sehr, sehr wichtig und den Begriff Drachensamen sollte man sich auch um Gottes Willen merken aus der dritten Folge. Aber wir sind jetzt hier bei der vierten, äh, wo wir, äh, jetzt reinspringen und wir haben endlich mal wieder kein Hickhack mit dem Titel, der ist nämlich schon, ich glaube, schon bevor die Staffel anfing, ist der schon geleakt worden. Äh, vielleicht liegt's auch am Regisseur Alan Taylor, weil bei dem waren halt von Anfang an also die erste und die vierte Folge, da waren die Titel schon bekannt und hier, ja, äh, ist er, äh, schon über, nicht über weite Strecken Programm, aber er ist Programm, nämlich A Dance of Dragons. Ja, und das ist ja schon durchaus vielversprechend, sag ich mal, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen vielleicht dann als Promo genutzt wird und dass so ein, so ein absichtlicher Leak oder absichtliches Zurverfügung stellen, sag ich mal, dass man so ein bisschen sieht, okay, alle warten ja drauf, wir wissen, es wird passieren. Und hier habt ihr schon mal so ein bisschen Futter, da kommt was, ne? Ja. Ähm, warum der Titel bei der, was war es, zweiten oder dritten Folge, ne, so ewig gedauert hat und der ja sogar bis am Tag der Veröffentlichung nicht klar war, keine Ahnung, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ist seltsam. Ähm, aber gut, jetzt wussten wir, worauf wir uns einlassen. Genau, ja, äh, ich, ich hatte das ja schon gesagt, man kann da dann auch sehr gut, also auch inszenatorisch schlägt das hier sehr die, äh, Brücke zur Folge 1. Es ist echt gut, dass du hier bist, weil sowohl das Drehbuch stammt von Ryan Condell, wie da, also dem Showrunner, als auch die Regie von Alan Taylor, der ja bekanntlich ein Regieveteran von Game of Thrones ist und auch vor allem, ja, der, der durfte halt so richtig dieses Nachhausekommen inszenieren da in Winterfell. Aber wir springen rein mit, äh, direkt einer Reminiscenz an die erste Staffel und zwar mit Damon, der, ja, eigentlich in Harrenhall ist zuletzt, aber nein, er, äh, befindet sich hier im Thronsaal, wie man ihn kennt und, ja, äh, hast du, äh, die Hommage an die erste Staffel erkannt? Äh, ich sag jetzt mal, äh, ja, aber erläuter noch mal kurz. Ne, hab ich da tatsächlich nicht auf dem Schirm. Es ist halt eine genaue Umkehrung der Szene aus der, äh, allerersten, äh, Folge der Serie, ja, also die, wo Damon auch eingeführt wird in der, in der ersten Episode von, äh, Megessa Potchnik. Also die Kameraeinstellungen sind, glaube ich, sogar teilweise eins zu eins übernommen und die Rollen sind einfach umgedreht. Also da war es halt so, dass Rhaenyra reinkam und Damon auf dem Thron saß und jetzt ist es genau umgekehrt. Oh, okay, ja. Aber wir wundern uns dann schon, ja, also wir sind nicht nur mit Damon, äh, im Thronsaal gelandet, sondern auch Rhaenyra ist dort, sitzt auf dem Thron mit Viserys Krone und ihre Stimme klingt aber sehr merkwürdig. Wie, wie, äh, bist du überhaupt so in diese ganze Nummer reingekommen? Hast du da schon so relativ für dich erkannt, oh, das ist wieder mein Fuck vom Feinsten? Ja, ich musste schon erst mal ein bisschen überlegen, was passiert hier eigentlich gerade, muss ich sagen. Ja. Äh, also erst mal erinnern an das Setting, wo ist er eigentlich? Und dann ist er ja gar nicht da, wo er ist, sondern wir sind im Thronsaal. Mhm. Und da dachte ich so, hä, was ist denn jetzt los? Hab dann aber, dadurch, dass es ja so ein bisschen, wie sagt man, Mystery-Setting oder, es war ja schon sehr merkwürdig. Ja. Hab ich mir schon irgendwann gedacht, okay, das ist jetzt hier irgendwie eine, eine Vision oder ein Traum oder was auch immer, das war dann ja schon klar. Und dann sehen wir ja auch eben die, wie du sagtest, die, äh, junge Rhaenyra. Und ich hab mich erst mal gefreut, okay, wir sehen auch mal die junge Schauspielerin, die ich ja tatsächlich ganz toll fand. Mhm. Sie ist jetzt Supergirl. Okay, okay, okay. In einem Jahr dazu mehr. Ähm, ja. Und von daher, da hat man dann gecheckt, ne, äh, okay, irgendwas ist hier, hier merkwürdig. Und, äh, dann wird sie irgendwie so ein bisschen gebrabbelt und ich hab natürlich erst mal nix verstanden. Mhm. Und da haben dann auch erst mal die Untertitel, die ich auch auf jeden Fall benutzt hab, äh, nichts gezeigt. Und dann denkt man, okay, ist ja dann auch erst mal, soll so sein, ne, soll ich erst mal in so eine komische Stimmung versetzen, was passiert hier, erst mal nicht verstehen, was gerade abgeht, ja. Also das, äh, da wirst du ja direkt auch in die Wahrnehmung von, von Damon reingezogen. Also der hört zwar ihre Stimme, aber die hört sich, also die, die kommt von extrem weit her gefühlt und halt auch stark und er, er, er versteht nix. Und will dann auch, dass sie, dass sie endlich mal deutlicher spricht und dann redet sie aber doch, also sie kommt auf ihn zu mit der Krone auf dem Kopf und, äh, ja, redet auch voll hürisch zu ihm eigentlich nur, ja, hier, du hast mich erschaffen und jetzt wirst du mich vernichten, nur weil mein, äh, dein Bruder mich mehr liebte als dich. Das erträgt er dann noch weniger, als wenn sie, als wenn sie irgendwie unverständlich echot und macht kurz einen Prozess mit ihr, er enthauptet sie, die Krone scheppert auf den Boden, das Problem ist nur, dass damit seine Misere noch nicht beendet ist, weil der Kopf labert einfach weiter. Genau, sie sagt dann weiter, ah, das wolltest du doch eigentlich schon die ganze Zeit tun, oder? Genau. Quasi? Genau, ja. Ja. Ich muss sagen, er, äh, das fängt jetzt hier so an, wo Damon wirklich, muss ich sagen, in dieser Folge oftmals so, äh, ja, nicht den Spiegel vorgehalten bekommt, aber er muss schon einiges Mal, einige Male über sich reflektieren. Und, äh, kriegt so ein bisschen was entgegengeworfen. Ja, da setzt sich eben das fort, was wir halt schon in, äh, Folge 3 erlebt hatten, ne, da hat ja auch, äh, Millie Ercock schon, äh, einen Gastauftritt, wie sie da den Kopf von Jaehaerys annäht und das war auch, urra, ja. Ja. Äh, äh, aber, äh, aus ihrem Munde kommt da nicht nur Valyrisch, sondern plötzlich auch noch Englisch, äh, nämlich, dass ein Rabe eingetroffen ist und das ist dann so wirklich so, äh, also, es ist eigentlich ein Klischemisch. Wie man Träume inszeniert, ne, irgendwo, weil, äh, der letzte Satz, der aus dem, aus ihrem Mund kommt, der kommt tatsächlich aus der Realität. Damon wacht in seinem Bett auf, hat aber Blut an den Händen. Ich hab's so verstanden, er guckt, er wacht auf, hat dann, guckt an seinen Händen, die Hände sind halt blutverschmiert. Ich hab's jetzt so verstanden, als von, äh, weil er halt im Grunde jetzt im Traum halt Rhaenyra, äh, geköpft hat und, äh, macht dann ja so, versucht irgendwie erstmal wach zu werden, zu verstehen, wo er ist und blinzelt und guckt seine Hände wieder an, dreht ihn ein paar Mal um. Ja. Und dann ist das Blut ja weg. Stimmt. Oder dass er sich das halt einfach, äh, eingebildet hat. Ja. Ähm, oder einfach noch, noch nicht ganz da war, ne? Ja, so ein bisschen so in so einem, äh, äh, Zwischenstadium, ne? Ja. Weiß nicht, ah, nee, nee, Remphase nennt man das nicht. Remphase ist ja, ist ja die Tiefschlafphase, glaub ich. Ja, ja. Egal, wir machen jetzt hier auch keine Traumdeutung. Derjenige, der bei ihm reinkommt und, äh, ihm nicht nur einen guten Morgen wünscht, sondern ihm auch mitteilt, dass ein Rabe eingetroffen ist, dann, äh, Sir Simon Strong. Und eben dieses, ein Rabe ist eingetroffen, das ist halt bis in seinen Traum gesackt. Und, äh, Sir Simon Strong, äh, kennen wir ja noch aus der dritten Episode. Das ist ja hier so ein bisschen der Hausherr, ne? Äh, bei dem ist auch sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du es im Vorspann gesehen hast. Der Schauspieler hier, der steht ja sogar mit, also, der, äh, wird extremen Vorspann hervorgehoben. Der ist ja ein Sir. Und du kannst jetzt wirklich sagen, ein Sir wird zu einem Ser in dieser Serie, ne? Ah, okay, geil. Ja, das ist cool. Nee, das hab ich nicht, wusste ich nicht. Äh, vor allem der Witz ist, ich hab mal nachgesehen, der ist noch gar nicht so elendig alt. Der ist gerade mal Anfang 60, dieser Schauspieler. Der hat zum Beispiel, hatte ich jetzt auch gesehen, der hatte in, äh, Thor Love and Thunder, hatte, der zum Beispiel eine Gastrolle als, äh, Dionysus, äh, Gottes Weines oder so, wie, wie ich das gelesen hatte. Ja, aber da dann wahrscheinlich sah er komplett anders aus. Ich find's schön, dass der, äh, uns noch erhalten bleibt, auch wenn's irgendwo abzusehen war. Auf jeden Fall bleibt er Dämon erhalten, äh, und führt ihn jetzt, äh, durch die Gänge von Harrenhall. Also wirklich, diese Burg ist, ist ein Drecksstall hochzählen, oder? Ja, absolut. Da will man irgendwie nicht abhängen eigentlich. Nein. Also, äh, in einer Szene später hab ich mir auch echt gedacht, oder auch schon in der dritten Folge hab ich, glaub ich, echt den Witz gemacht. Also, wenn Damon da länger bleibt, dann hat er irgendwann ein Wasserbett, ne? Also, das ist ja, es ist undicht, es ist dauerhaft nasskalt da alles. Also, ich mein, in, in Game of Thrones sah das ja auch schon nicht so einladend aus, aber hier streunt ja sogar irgendwo eine Ziege einmal rum. Ja, also öfter, ja, also öfter auch, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, die zeigen öfter irgendwie, ja, eine Ziege, irgendwelche Hunde, die da wild rumliegen. Da denk ich, ey, okay, warum ist der eigentlich so lange da? Ja, es ist keine Ahnung. Ja, ich mein, gut, er will ja, er will ja die, die, äh, Burg irgendwie als, äh, Bollwerk benutzen, ne? Aber, äh, dazu kommen wir dann nämlich auf, weißt du, Herr Simon Strong gibt ihm dann so ein bisschen so ein Update, äh, zum Verlauf des, äh, heraufziehenden Krieges. Und hier erfahren wir auch, weil es ist immer so eine Sache, äh, generell in dieser Welt Zeit irgendwie darzustellen. Also, wie viel Zeit ist vergangen? Es liegt eben schon damit begründet, ähm, naja, du kannst halt in Westeros keine wechselnden Jahreszeiten schon mal zeigen, ne? Das, das macht es schon mal schwierig. Aber hier sind, äh, seit dem Aufbruch von, äh, Aegons Armee, also eher der von Kristen Cole eigentlich in King's Landing sind anscheinend zwei Wochen vergangen. Und, äh, währenddessen hat Kristen Cole die Burgen der Familien, äh, Rosby und Schurwert äh, unterworfen, äh, wovon sie ja schon am Ende, glaub ich, der ersten Folge, also da ist ja diese Szene, wo Aemond und, äh, Cole, äh, so ein bisschen Kriegsrat halten, ihren, äh, privaten Kriegsrat und da reden sie ja davon, dass sie eben diese Burgen, äh, einnehmen wollen, die relativ nah bei King's Landing gelegen sind, ne? Und, äh, da heißt es auch, die sind praktisch gefallen ohne Belagerung und das Heer von Kristen Cole wächst jetzt mittlerweile an und dadurch ist es um das Dreifache angewachsen, weil die bekennen sich zu Aegon, unter anderem wegen dem Tod von Jaehaerys und da merkt man wieder, äh, ja, die, die Fake News und die Propaganda haben ordentlich reingeknallt in den Sieben Königslanden, ne? Ja, funktioniert überall ganz gut, ja. Aber das, das war ja auch das Interessante, also fand ich persönlich das Interessante an der zweiten Folge, die war wirklich, die war so politisch und hatte so viele Andockstellen auch in die heutige Zeit. Ja, also ich fand die ja wirklich auch eine der, der Besten, muss ich sagen, bisher. Also die hat mir gut gefallen, auch was das, ja, so angeht, dass man so viele Parallelen sehen konnte, ne? Auch, ja, sehen konnte, aber nicht musste, muss man auch erst mal sehen und so und ich hab da jetzt auch nicht alles gesehen, aber gerade dann, auch nachdem ihr nochmal drüber geredet habt, hab ich mir das natürlich angehört und da fand ich schon wirklich eine starke Folge, ja. Ja, gerne ins Recap reinhören mit mir und Sven. Genau. Wenn man, wenn man sich traut, die drei Stunden da, obwohl, ne, ne, das war nicht ganz. Ne, die war 2,40. Genau, das, das war 2,40, ja, genau, da bin ich auf der sicheren Seite, ja. Das heißt, Simon Strong befürchtet jedenfalls jetzt einen Angriff auf Harrenhall und ja, damit liegt er ja auch nicht so falsch, weil den Plan, dort hinzugehen, hatte ja nicht nur Damon, sondern auch Aemond auf der anderen Seite. Und der hat ja durchaus auch ein Draht zu Kristen Cole. Und, äh, Simon ist jetzt in Sorge, dass selbst wenn Damon es schaffen sollte, die, äh, verstreuten Familien der Flusslande jetzt hier zu mobilisieren, dass dann einfach, ja, dass da nicht mehr genug Zeit für ist. Aber Damon interessiert sich eigentlich nicht so wirklich, was der zu ihm sagt, war zumindest mein Eindruck, aber es, es ist halt Damon, ne. Jedenfalls will er immer noch mit, äh, dem Lehnsherrn Lord Grover sprechen und erwartet den dann auch, als er hier in die Halle tritt. Äh, ja, er findet einen, äh, Tully vor, aber nicht Lord Grover. Nein, das ist Oskar. Genau, genau. Oskar, äh, der Enkelsohn und der Erbe von Riverrun. Und jetzt kann ich hier mit einem echt lustigen Funfact um die Ecke kommen. Okay. Der Name Oskar, der sticht ja schon so ein bisschen raus, ne. Ja, schon sehr modern irgendwie. Und das ist auch kein reiner Zufall, denn George R.A. Martin hat sich, äh, als er das geschrieben hat in den 90ern, hat er sich einen Spaß erlaubt, denn er ist, soweit ich weiß, ein großer Fan der Muppets-Show und der Sesamstraße. Und deswegen hat er es sich nicht nehmen lassen, mehrere Figuren, ich glaube, fast nur bei House Tully, also mehrere Namen aus den Muppets, äh, zu verewigen. Also, es gibt noch Elmo, es gibt Oskar, wie hier jetzt, und es gibt keinen Scheiß. Es gibt tatsächlich Kermit. Okay. Kommt der noch in House of the Dragon, oder? Er könnte, er könnte sogar auftauchen. Okay. Also, Oskar ist jetzt schon mal hier, also, ne, Oskar kennt man ja auch aus der Sesamstraße. Oskar aus der Mülltonne. Ja, ob er hier dahin wandert, werden wir noch sehen. Aber, äh, Kermit wird, soweit ich weiß, auch der Grüne genannt, oder irgendwie sowas. Also, wenn, und, also, wenn, wenn Ryan Condell das auf die Spitze treibt, wenn der irgendwann auftritt und dann noch irgendwie einen Frosch als Wappen hat oder so, dann, dann gehe ich echt auf die Knie. Also, vor Lachen, das ist, ja, das ist echt geil. Wir werden darauf achten, auf jeden Fall. Jetzt, wo man's weiß, kann man ja ein bisschen, äh, gucken. Und wenn nicht, dann, äh, werden wir's über die Recaps erfahren bei dir. Ja, es sind, es sind, es sind so viele Namen. Also, ich blick bei den ganzen Lords bei Rhaenyra so langsam auch nicht mehr durch. Aber wir sehen auf jeden Fall, äh, welcher Familie er angehört, oder? Dass er, dass ein Tully ist, das sticht schon ins Auge, oder? Ähm, pfff, ja, genau. Weil er hat ja, er hat ja diese Forelle zum einen auf der Rüstung, und seine Rüstung hat ja diese, das sind ja so Fischschuppen, ne? Die hat man ja, äh, früher schon bei, bei Haus Tully gesehen, zum Beispiel bei dem, äh, Schwarzfisch, bei dem, äh, Bruder von, von Catelyn Tully. Aber ist wahrscheinlich einfach zu lange her bei dir, ne? Ist zu lange her, ja. Aber, also, jetzt, wo du's sagst, macht alles Sinn, ne? Er hat ja auch, genau, irgendwann kriegt, wird ja auch beschimpft irgendwie, dass Haus Tully ist ein Fisch ohne Kopf und so, äh, ja. Genau, genau, das, das passt dir hier sehr gut. Ja, äh, Damon, äh, ist, ja, weder irgendwie wirklich beeindruckt noch, aber er hat halt doch mit, mit jemand anderem gerechnet. Ja, ich, ich glaube, ich hatte so das Gefühl, er ist wie immer, und er hat so ne, äh, wieder so ne Aura. Aber er ist hier der, eigentlich schon, er sieht sich als der, der hier das Sagen hat, obwohl er da eigentlich nix zu sagen hat oder so. Ja. Und es interessiert ihn eigentlich nicht, was irgendjemand anders ihm erzählt. Nee. Und eigentlich will er nur, dass alle sich ihm beugen und fertig. Und jetzt kommt hier so ein kleiner Teenager an. Ja. Äh, der jetzt hier dann gleich, ähm, ihm auch noch erzählt, dass der eigentliche, äh, Großvater ja quasi noch am Leben ist, aber eigentlich auch nicht. Im Wachkoma, praktisch, ne? Ja. Genau, quasi so ein Wachkoma. Ja. Und, äh, bis er aber nicht gestorben ist, ist er nicht der Erbe. Es interessiert ihn eigentlich gar nicht und sagt ihm eigentlich nur eiskalt, ja, du könntest ja mit einem Kissen nachhelfen, um die Erbfolge zu beschleunigen. Genau, du, 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 hier, äh, wir wissen doch beide, was wir wollen. Ich will eine Armee, du willst dein Erbe, also schnapp dir ein Kissen, das zu beschleunigen. Ja. Ja, äh, aber, äh, Oskar, meine Güte ist der Junge, das, das fiel mir schon auf, als Damon sich hinsetzt, also selbst im Sitzen ist der fast noch größer als Oskar und als der sich wiederum hinsetzt, wirkt der wirklich wie, wie, wie ein Kind gegen Damon, ne? Also, ist er doch wahrscheinlich auch, oder? Oder wie alt soll er sein? Ja, der ist, der ist 13, 14 vielleicht. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gedacht so, also das passt dann ja. Also, äh, man muss, man muss ja dazu wissen, zum Beispiel auch in Game of Thrones, da wurden ja auch die, die, äh, Altersklassen der Kinder verändert, da ist ja zum Beispiel Robb Stark am Anfang auch nur 14 oder so, ne? Sie haben das dann für die Serie ein bisschen hochgeschraubt, weil, naja, das wär, glaub ich, ein bisschen schwierig gewesen auch so. Man darf ja auch nicht so lange mit so Kinderdarstellern drehen, ne, was man ja, bei Rhaenyras Kindern mehr. Ja, äh, demjenigen liegt, äh, zwar eigentlich sehr viel an Lord Tully, also er wurde irgendwie von, von ihm großgezogen an, äh, Stelle seines Vaters, der schon früh gestorben ist, das interessiert Damon aber wirklich überhaupt nicht. Und er meint dann eigentlich nur, ja, sprichst du jetzt für deinen Lord oder nicht? Und Oskar ist dann völlig so schockiert, ja, ne, er lebt doch noch. Und dann Damon so, ja, ihr seid eigentlich völlig, ihr seid, ihr seid völlig wertlos für mich, äh, Haus Tully, also bitte, ihr habt, ihr habt eure Leute überhaupt nicht im Griff. Und, äh, wer von denen hat sich jetzt, also wo jetzt dieser Konflikt ausgesprochen ist, hier die Brackens und Blackwoods kann er auch nicht auseinanderhalten. Und ich, ich fand das wirklich herrlich, also, Sir Simon macht ihn dann zwar darauf aufmerksam, dass sich die Brackens zu den Grünen bekannt haben und die Blackwoods dann eben zu ihnen. Und, äh, nach deren Heer lässt dann auch Damon schicken, aber, äh, ich fand das echt geil, Meta-Gag, wie er so fragt, ja, wer war das jetzt nochmal? Ach ja, ach scheiße, wer soll sich das alles merken? Da hat er für mich quasi gefragt, fand ich, fand ich ganz nett eigentlich. Das, das war richtig schön Meta an der Stelle, also, die Serie weiß auch, glaube ich, genau manchmal, äh, was sie ist, weil es ist ja manchmal schon sehr, sehr viel, äh, sehr viele Namen, sehr viele Orte und manche Sachen sieht man ja auch manchmal nicht, ne. Da könnte ich mir auch vorstellen, du als jemand, der, äh, nur wirklich Game of Thrones gesehen hat und jetzt wahrscheinlich auch so, also, ich denke, sag ich mal, die Karte von Westeros hast du jetzt nicht so im Kopf. Nee, darum hab ich sie geöffnet, ja. Ja, das, aber eigentlich, eigentlich dürfte das ja nicht sein, ne, also, eigentlich muss es ja auch für dich funktionieren, wenn du da vorher noch nie irgendwas von gehört hast, ne. Ja, also, ich muss sagen, die Sachen fand ich schon auch in Game of Thrones immer sehr schwer zu folgen, gerade, weil ich auch sagen muss, ich hab's nie gerewatcht, leider, das muss ich irgendwann mal machen. Ähm, und dann auch noch, ich guck eigentlich irgendwie dann alles im OV und, äh, also, so Karten und was sich wohin bewegt, ohne extra Material, finde ich, kann man aus der Serie nicht, äh, nachvollziehen, das ist eigentlich unmöglich, finde ich. Ja, es ist, es ist schwierig, weil sie auch selten, ich hab immer auch Game of Thrones schon mit Stammbäumen geguckt und Namen und gucken, wo sieht die Karte aus, weil das, also, ist auch schwer darzustellen. Ja. Ich find, sie machen das hier das erste Mal eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, weil ja auch, äh, dann in dem, es gibt ja im Grunde immer so die beiden Räte und beide, äh, in Königsmund und in Dragonstone reden über die Taktik des Krieges und so weiter und in beiden sieht man öfter mal eine Karte und so, äh, das fand ich schon gar nicht so schlecht, aber es ist schon sehr schwer, ja. Ja, auf Dragonstone ist es ein bisschen, äh, deskriptiver und, äh, filmischer, weil du da eben diesen unglaublich geilen Eroberer-Kartentisch hast, ne? Richtig. Den feier ich jedes Mal, wenn ich den seh, aber ich hör jetzt lieber auf damit, denn, äh, ja, äh, wo landen wir als nächstes? Da bin ich immer noch am Überlegen, auch weil Reynes irgendwie so pendelt, also, du, du hattest, glaub ich, auch grade schon drauf angespielt, dass manche Figuren ähnlich wie in Game of Thrones anscheinend ständig von einem Ort zum anderen wechseln, und wir waren ja auch, glaub ich, im ersten Recap schon am Überlegen, ob dieser Hafen jetzt hier Driftmark oder doch Dragonstone ist, aber ich tippe dann doch mal auf Driftmark, aber so weit auseinander sind auch beide, äh, in Anführungsstrichen Inseln nicht so wirklich, ne? Ja, genau, ich mein, das ist ja, glaub ich, jetzt, das ist okay, so, ob man da jetzt auch mal mit dem Drachen rüberfliegt oder so, ja, okay. Ja, stimmt, es sind, ja, gut, Reynes ist, stimmt, die ist auf dem Drachen unterwegs, ja gut, dann will ich nix gesagt haben, Drachen, äh, hat man ja bei Daenerys gesehen, die sind ja, die, die haben ja halbe Lichtgeschwindigkeit und die Raben erst, äh, erst recht, aber, äh, kleine, kleine Anspielung auf Staffel 7. Wir haben, äh, Reynes, äh, die zum Hafen geht und, äh, da auch relativ schnell in die Arme läuft von Alin, äh, den wir ja auch schon gesehen haben, der nennt sie zuerst Milady, soll sie dann aber doch Prinzessin nennen und Reynes mustert ihn währenddessen eigentlich, äh, schon ziemlich eindringlich, ne? Wir hatten ja auch Folge 1 besprochen, wo Alin, äh, zum ersten Mal auftauchte, äh, und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass es mit dem noch definitiv was auf sich hat und in Folge 2 hatte ich erwähnt, dass im Buch es heißt, dass er eigentlich ein Bastard von Lenor Velaryon sein könnte, was hier aber ein bisschen komisch wäre, nicht nur wegen des Alters, sondern, äh, naja, Lenor hat ja eher so das andere Ufer bevorzugt, ne? Und, ähm, wenn man sich dann jetzt so an die erste Szene mit ihm und Corlester erinnert, kommt man, glaub ich, schon so langsam drauf, wessen Sohn er sein könnte, oder? Äh, ich muss sagen, in die Richtung hatte ich tatsächlich nicht gedacht, aber okay, ja, könnte, äh, könnte sein. Ich fand's, also mir hatte er in der ersten Folge halt gar nichts gesagt. Ja. Und dann hattest du angedeutet, dass er irgendwie noch wichtig wird und ich fand eher so eine der Personen, wie schon Hugo, et cetera, et cetera, die so auftauchen. Ja. Und man merkt so, da wird noch was mit passieren und jetzt kommt Reynus und sagt halt, er soll, er kann nichts für seine Vergangenheit, sagt sie, und er sollte geehrt werden und nicht irgendwie auf See versteckt. Und man weiß halt, okay, sie weiß, wer er ist und, äh, da bin ich schon noch gespannt dann, was, was dann am Ende der Reveal ist. Aber da merkt man schon so, dass die Figuren, die eingeführt werden, die sind nicht einfach nur da, sondern sie erfüllen eine Funktion, die dann eben in den späteren Folgen einfach tiefgründiger wird, ja, die man dann erst erfährt. Und, äh, da muss ich auch noch ergänzen zur ersten Folge, den Schauspieler, äh, hab ich im Nachhinein erst erkannt, das ist ja Abu Bakr Salim. Ich hab ihn dann doch wiedererkannt, der war in dieser, äh, leider gecancelten HBO Max-Serie Raised by Wolves, äh, war der der Hauptdarsteller. Die hat ja leider nur zwei Staffeln überlebt, die kann ich aber sehr, sehr empfehlen. Und in Napoleon war er zuletzt auch zu sehen anscheinend von Ridley Scott. Okay, ja gut, dann, weil Raised by Wolves war ja so halb Ridley Scott produziert. Na, aber die kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Sagt mir gar nichts tatsächlich, ne. Napoleon hab ich gesehen, aber ... Ja, aber also, Raised by Wolves fragt gerne mal unseren Chef Andi dazu. Viele Grüße haben wir auch damals einen Ersteindruck gemacht, glaub ich, zu den ersten paar Folgen. Aber, äh, anyway, äh, wir sind, äh, bei Reynes und, ja, also ihr fällt nicht nur auf, dass, also, sie meint, er ist schon ziemlich attraktiv und seine Mutter muss schön gewesen sein, aber vielleicht auch sein Vater und es ist bestimmt dann auch kein Zufall, dass Corlys in dieser Szene auftaucht. Und, äh, dazu kommt dann, äh, zu Alin meint ja, bist du fertig mit der Arbeit? Und der, äh, verdünnisiert sich dann auch relativ schnell. Äh, sie spricht dann Corlys direkt an, weil, äh, es kam ja schon in der ersten Folge, dass Alin ja dafür verantwortlich war, dass Corlys überhaupt noch mal zurückgekehrt ist, ne? Also, der hat ihn ja irgendwie aus dem Wasser gezogen. Mhm. Und das hat er aber aus irgendeinem Grund Reynes, äh, verheimlicht, äh, weil er es einfach auch nicht für wichtig hielt. Also, er redet sich da so ein bisschen, bisschen raus, aber man merkt, sie weiß, was, was los ist, ne? Ja. Corlys ist dann auch schon so ein bisschen, äh, also der, der hat fast das Gefühl, dass, dass hier das in so einer Art Verhör münden könnte, ne? Dann, äh, erzählt ihm aber, oder sagt das Corlys zu ihr oder sie zu Corlys? Auf jeden Fall geht es darum, dass, äh, Bela hat, äh, Rhaenys nach, äh, Dragonstone gerufen, weil es nämlich jetzt darum geht, dass, äh, Bela und Jace, die ja bekanntlich, äh, verlobt sind, äh, dass die jetzt in Rhaenyras Abwesenheit da so ein bisschen die Stellung halten müssen und dass die eben nicht wirklich ankommen gegen den Rat von Rhaenyra, der ja schon in der zweiten und spätestens dann in der dritten Folge, doch schon sehr eigenwillig agiert hatte, ne? Äh, und, äh, sie fragen sich dann aber, ja, wo ist denn die Königin jetzt schon wieder? Weil sie war ja in Folge 1, äh, abwesend. Da mal kurz da. Genau. Und hier ist sie ja noch auf dem Rückweg, äh, von, ja, von ihrem Stell dich ein mit, mit Alicent, ne? Aus der, am Ende der dritten Folge, wo du zu mir meintest, das ist das Einzige, woran du dich aus Folge 3 erinnern kannst, ne? Ja, ich fand, äh, das war so merkwürdig, also zum einen fand ich das gut, dass die beiden quasi halt eine Aussprache hatten und, äh, Rhaenyra quasi so ein bisschen erzählt hat, was eigentlich, äh, Alicent gehört hat von Viserys, ähm, und so weiter, aber das habt ihr ja, äh, sicherlich im Recap auch gesprochen. Ja. Und fand es dann aber so merkwürdig, sie ist halt da wieder Game of Thrones Staffel 7 Style hin teleportiert und jetzt auf einmal ist sie quasi länger weg und es braucht wieder erst mal Zeit, bis sie zurückkommt. Fand ich jetzt nicht übertrieben schlimm, aber da konnte ich mich auf jeden Fall sehr deutlich dran erinnern. Und das wird ja dann auch, äh, zumindest Thema, dass sie dann, äh, dass sie dann da ist. Aber ich glaub, das kommt dann jetzt noch gar nicht direkt zu einer späteren Szene. Ja, das, äh, kommt erst im Verlauf, aber wir merken auf jeden Fall, dass das, äh, was dort passiert ist, äh, schon irgendwo Impact hatte. Also das am Ende der dritten Folge, denn, äh, wir landen bei Alicent, die in ihrem Gemach sitzt, so einen Steindrachen hat. Ich glaube, es ist sogar der, den sie für Viserys hat anfertigen lassen. Mhm. Äh, und genau wie damals, äh, Viserys lässt sie den jetzt fallen und der geht natürlich auch Pum kaputt, weil, äh, jemand an ihre Tür klopft und niemand Geringeres als Großmeister Orwell ist das. Der, äh, bringt ihr, äh, ein Gesöff oder, äh, auf jeden Fall was zu trinken, was wir schon öfters gesehen haben. Und da weiß man auch schon, äh, ja, was, was hier Sache ist. Oder, also erinnerst du dich noch daran, dass, äh, dieser, äh, ich sag mal, Abtreibungstee ganz salopp schon in der ersten Staffel so relativ die Runde gemacht hat unter den Frauen? Ähm, nee, hab ich mich natürlich, äh, wie es sich gehört, nicht dran erinnert. Aber auch ohne war es ja sehr eindeutig. Ich fand es auch wieder schön gemacht, so sehr viel, äh, Bildsprache, ne? Sie hält sich irgendwie so die, ist jetzt vielleicht auch offensichtlich, aber die Hand an den Bauch und ihr geht's irgendwie nicht gut und sie redet von einer Freundin, für die, die das hat machen lassen. Genau, wie man das kennt. Genau, und, ja, man weiß natürlich direkt sofort, was Sache ist. Ja. Und, äh, er, man sieht auch, dass er auch weiß, was Sache ist, glaube ich. Aber sie, sie dankt ihm ja für seine Diskussion und er will dann auch gehen, hat ihr vorher noch empfohlen. Also, er, er sagt es auch so, ja, hier, die Empfängerin soll da vielleicht noch ein paar Heilkräuter reinmachen, dann kriegt man das Gebräu besser runter. Ja. Aber sie pfeift ihn dann nochmal zurück und, äh, spricht ihn, äh, darauf an, dass er ja schon eine ganze Zeit lang treu dient und, äh, dass er auch, äh, Viserys unterstützt hat seiner Zeit. Und dann fragt sie relativ direkt, ja, meint ihr eigentlich, dass er Aegon als Nachfolger hatte? Und Orwell weicht dem Ganzen aber eher so ein bisschen aus, also, äh, so gut, also in, in der Hinsicht habe ich ihn nicht so gut gekannt. Und, äh, trollt sich dann relativ schnell, aber da merkt man schon, das hat schon, äh, was hinterlassen bei ihr am, äh, also diese Begegnung mit Rhaenyra und diese Erkenntnis, oh, vielleicht habe ich mich wirklich kolossal geirrt, ne? Ja, auf jeden Fall. Das war so, und das ist jetzt auch dann noch nicht lange her. Ja, da merkt man, dass das so schon in ihr arbeitet, ne? Und sie halt darüber nachdenkt und gleichzeitig ist sie aber, glaube ich, so da jetzt einfach in der Situation gefangen, dass sie auch weiß, dass sie da jetzt nichts mehr dran ändern kann. Äh, dass egal, was sie jetzt macht, ich glaube, es ist, sie ist sich so im Klaren, dass es, dass es viel zu viel alles tief drin steckt und dass sie jetzt vielleicht eher so anfängt, aber muss man mal gucken, aber dann, ja, zu zweifeln, Gewissensbisse vielleicht bekommt, war das wirklich alles so irgendwie die Entscheidung. Ähm, auch wenn ich mir nicht so ganz sicher war, ob ich jetzt, äh, dem Großmeister glauben sollte, dass er nichts wusste, das war mir nicht ganz klar nach der, nach seinem Abgang. Ja, 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 der lässt sich nichts anmerken. Ja, genau. Also, äh, man darf nicht vergessen, die, äh, die ist ja immer noch, ja, obwohl so einflussreich ist sie ja nicht mehr, das ist ja auch, äh, in Folge 3, und das setze ich dann hier auch fort, die spürt ja wirklich auch so ihre Macht und ihren Einflussschwinden, also so wirklich, äh, es, es, es hört wirklich keiner mehr auf die so richtig und ich glaube, dass das auch der Hauptgrund ist, warum sie, äh, sich einredet, ja, es ist zu spät, weil würde sie jetzt mit dieser Botschaft, hey, ich hab da damals Scheiße erzählt und, und, äh, war nicht so gemeint, beziehungsweise ich hab mich einfach verhört, war ja schon spät, äh, und ich hatte nix im Magen oder Sodbrennen und, also, wenn sie das jetzt irgendwie machen würde, wenn sie zu Aegon gehen würde, zu Kristen Cole geht ja aktuell nicht, ihr Vater ist nicht da, äh, Aemond, äh, kommt sie wahrscheinlich gar nicht mehr richtig ran, der ist eh nur noch Kriegslüstern, weil ansonsten hätte sie's ja eigentlich noch mal versuchen können und letzten Endes, äh, ist das ja einfach nur ihr verletzter Stolz, dass sie sich mal irgendwie geirrt haben könnte, ne, also, ich mein, du, du musst ja einfach mal klar machen, was sie da in Kauf nimmt, nur dafür, für diese blöde Verwechslung, ne? Absolut, aber ich glaube, dass in dem Status, wo jetzt schon alles am Rollen ist, äh, will das auch quasi keiner mehr hören. Nee. Also, die Leute sind, äh, am Ende, sie bereiten sich vor, werden, ja, schon teilweise vielleicht auch ein bisschen blutrünstig und es wird halt klar, dass der Stein rollt, ne, den, also, den kann man nicht mehr aufhalten und egal, wenn sie da jetzt irgendwie was versucht, ja, das war nur eine Verwechslung, wie dumm klingt das, ne? Also, das, das glaubt ja kein Mensch, so, so spät danach, also, von daher, ja, macht das, glaube ich, keinen Sinn, das, ja, klar macht es Sinn, das zu versuchen, so, aber das wird zu keinem Erfolg führen. Die, die kann auch einfach nicht aus ihrer Haut, das, das ist einfach, äh, bei, bei der ist einfach immer das Problem, äh, und du merkst das auch, äh, seitdem jetzt auch ihr Vater weg ist, ein Stück weit kann die ohne den eigentlich nicht existieren, die ist so, die, ihre, ihre ganze Persönlichkeit ist so darauf geprägt gewesen, immer sich das zu wünschen, was eigentlich ihr Vater wollte, ne, und, äh, dementsprechend geht sie auch mit ihrer Tochter eigentlich um, also, die instrumentalisiert sie eigentlich ähnlich wie früher, äh, Otto sie, aber sie ist, äh, ja, das, das deutet sich jetzt eigentlich nicht sonderlich subtil an, sie ist sehr wahrscheinlich schwanger von Kristen Cole und will dem ganzen, äh, aber eben einen Riegel vorschieben, in dem sie sich dieses Gebräu reinzieht und, äh, da fand ich bildsprachlich auch sehr interessant, als sie diesen Tee trinkt, sieht man ganz deutlich, dass sie das mit einer Hand tut, an der sie an einem Ring wiederum den Stern der Sieben hat. Also, da ist wieder so dieses, die ist ja sehr, sehr vordergründig, ne, also, du hast auch in der dritten Folge hast du auch gesehen, dass die, äh, diese, diese Kette mit dem siebenzackigen Stern, dass sie die eigentlich nur trägt, wenn die irgendwie in der Öffentlichkeit ist. Wenn die für sich allein ist, dann eigentlich nicht mehr, weil, naja, die ist ja im Moment auch eher so Strafe der Götter und Demut und so weiter, ne? Ja, 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 hab ich, ist mir nicht aufgefallen, aber, ähm, hast du recht, ja. Ja, das ist schon sehr detailliert. Wir wechseln dann aber noch mal, äh, rüber zum, äh, anderen Kriegsherd, nämlich, oder, äh, anderen Kriegsrat eher, na, nämlich nach Dragonstone, äh, wo mal wieder eine Ratssitzung im Gange ist, äh, und, äh, Bela den versammelten Lords und ihrem Angetrauten über die Bewegung von Kristen Cole berichtet und, äh, ja, dass der jetzt anscheinend gelernt hat aus der wunderschönen Begegnung in der dritten Folge mit ihr, nämlich, äh, der, äh, reist jetzt nur noch nachts und unter Bäumen, aber sie wissen immer noch nicht wirklich, was der vorhat. Er zieht anscheinend nach Nordwesten, ja, so wirklich, also, man merkt auch, sie wird nicht so richtig ernst genommen, so von den ganzen Lords, die da versammelt sind, ne? Ja, das ist ja echt so ein Bild, was sich irgendwie, ja, so durchzieht, ne, dass alles irgendwelche alte, alte Herren, die da äh, sitzen und eigentlich nur warten, dass irgendjemand mit Autorität zurückkommt. Währenddessen versuchen sie halt untereinander eigentlich mehr zu diskutieren, als da jetzt irgendwelchen, ich sag jetzt mal Jünglingen zuzuhören oder so und dann ist, äh, sie jetzt auch noch weiblich, das, also, da, da kommt natürlich wenig bei denen an tatsächlich, ne? Äh, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr letzte Folge über den Tisch schon abgenerdet, oder? Also, wir hatten ja gerade ja angesprochen und ich, ich finde ihn auch absolut supergeil, der sieht ja absolut toll aus und es gab ja dann, glaube ich, jetzt ein Making-of nach der, äh, zweiten oder dritten Folge, ich weiß nicht genau, wo man dann halt auch gesehen hat, dass sie diesen Tisch wirklich gebaut haben und mit den Kerzen unten drunter und das alles erleuchtet hat, äh, wollte ich nur einfach nochmal sagen, das sieht absolut traumhaft aus. Ja, ist da, also, ist da auch nicht mit CGI irgendwie nachgeholfen worden? Also, detailliert haben sie das nicht gesagt, ich hab nur, man hat nur gesehen in dem Making-of, dass es diesen Tisch halt wirklich so gibt. Geil. Wow. Und dass man, dass auch viel Licht von unten halt kam. Ja. Äh, aber da wurde jetzt nicht auf den Tisch tatsächlich so eingegangen, aber wenn ich mir angucke, wie viele andere Dinge wirklich ja auch gebaut wurden, auch das, äh, Modell von Viserys, was dann Egon zerstört, wurde dann ja nachgebaut, nochmal, damit sie eins haben zum Kaputtmachen und so. Ja, ja. Äh, um das Original zu erhalten, was dann auch detaillierter war und, also, da kann ich mir schon vorstellen, dass das schon quasi so detailliert gebaut ist, wie man es in der, in der Folge dann sehen wird oder immer sieht, ja. Ja, nice. Man kann mir gerne den Link schicken, sobald's irgendeinen Shop gibt, wo man den bestellen kann. Äh, äh, aber was wirst du draufstellen? Das wird schwierig. Da willst du nichts draufstellen, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung, also, äh, ja, Stannis hat auf dem Ding doch, egal, ja. Äh, also sie wird zum einen nicht wirklich ernst genommen, halt, weil sie eine Frau ist. Da ist ja auch hier dieser Saur Alfred, der ist ja eigentlich schon, also, selbst gegenüber der Königin äußert, benimmt der sich so unterschwellig, sexistisch schon die ganze Zeit. Und es hilft dann auch nicht viel, dass, äh, Jace dann irgendwie seiner Verlobten dann auch so ein bisschen den Rücken stärken will. Also, von wegen, durch Bela, also, durch ihre scharfen Augen und das, was sie da ausgekundschaftet hat, wissen wir jetzt überhaupt irgendwas, ne, was da vor sich geht. Und während Sir Alfred einfach nur so in dem, in dem Modus ist, ja, hier, ihr hättet sie verbrennen sollen, also, ihr hättet Cole verbrennen sollen, als ihr das, die Gelegenheit hattet, entwerten die anderen Lords das auch so ein bisschen, äh, weil, ja, also, so viel wissen wir jetzt auch nicht. Aber Rhaenys ist ja auch noch da. Die, äh, kann das auf jeden Fall auf den Punkt bringen. Cole hat, egal in welche Richtung er reist, er hat ein Heer, es wächst und es wird so langsam, aber sicher zum Problem. Und Sir Alfred weiß dann auch aus seiner Erfahrung, dass Damon es wohl in den Fluss landen, äh, wo ja er ihre Armee rekrutieren soll, wohl auch nicht ganz leicht haben dürfte, ne. Also, der dürfte da ziemlich viel, äh, Familiengeflechte zu entwirren haben. Und man muss sagen, er hat damit nicht so Unrecht, ne. Äh, also, Damon hat ja bislang nicht so den einfachsten Job. Und so richtig voran geht da auch nix. Und, äh, was noch schlimmer ist, sie wissen bislang auch nichts von ihm. Also, der, der meldet sich auch nicht. Ja, sie haben auch Raben rausgeschickt und so, glaube ich, ne. Und sie, sie kriegen einfach keine, kein Update von, was eigentlich gerade der Status ist. Genau. Von Damon, obwohl sie es auch versuchen. Ja, und es ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass der da hingereist ist, ne. Also, äh, so langsam müsste da was kommen. Ja, genau, wir haben gehört, also mindestens zwei Wochen oder so, ne. Genau. Und ich meine auch, gut, aus dem Norden hören sie auch nichts. Aber ja, das ist halt sehr, sehr hoch. Und es dauert halt echt lange, halt da runter zu marschieren, ne. Äh, und die haben halt auch keine Drachen. Aber sie hören nichts von Damon. Und, äh, Sir Orfred, äh, fasst es dann so zusammen. Ja, wir haben jetzt dieses feindliche Heer in den Kronlanden, was immer weiter anwächst. Äh, wir haben keins. Und vor allem sind wir führerlos. Ruderlos. Ja, ruderlos. Dieser ganze Rad ist irgendwie, ja, ziellos. Die wissen nicht so wirklich, was sie wollen. Und Sir Orfred, man merkt, so langsam hat der auch echt keinen Bock mehr. Also, der wird von allen, glaube ich, ermahnt. Vor allem von Reynes, die ihm ja immer, also wirklich schon seit Folge 2, böse Blicke zuwirft. Und ihm sagt, er soll sich mäßigen. Äh, und das stinkt ihm dann erst recht, weil er denkt sich so, hier, Reynes, ihr seid nicht die Hand der Königin. Ihr habt ja wohl kaum mehr Sprachrecht als ich. Äh, und was wir jetzt hier brauchen, ist die Königin oder aber Dämen, um jetzt hier mal irgendwas in Gang zu setzen. Äh, Reynes reagiert darauf aber relativ gelassen, denn sie sieht hinter, äh, Lord Broom, also Orfred Broom sieht sie, äh, Corlys herannahen und der spricht dann ein Machtwort und denkt sich so, meine Güte, was ist das hier eigentlich für ein Kindergarten? Ja. Äh, die sind alle nur am meckern, während der Feind hier vorrückt. Und, äh, Reynes sagt dann auch noch mal, ja gut, die Königin ist zwar nicht da, aber wir müssen zumindest auf das Vertrauen, äh, darauf vertrauen, dass sie das will, was wir wollen, nämlich ein Ende dieses Konfliktes. Äh, ist schon mal gut, dass Corlys jetzt endlich mal wieder in den Rat gekommen ist, auf jeden Fall, ne? Das, das war, glaube ich, nötig. Ja, ich fand sogar, dass er, ja, dass er noch relativ, ich hätte mir denken können, dass er auch lauter wird. Er hat das noch alles, fände ich, relativ, äh, sachlich und human, ja, gesagt, ey, Leute, kommt mal klar, ne? Äh, sag ich jetzt mal. Und hat da jetzt nicht, er hätte auch richtig, fand ich, dachte ich, auf die Kacke hauen können. Ja. Die mal alle irgendwie laut zur Sau machen können und sagt mal, was ist eigentlich los mit euch? Äh, zeigt mal ein bisschen Respekt und so weiter. Mhm. Aber er findet halt die richtigen Worte, indem er das einfach nicht tun muss. Und dann wird hier auch tatsächlich Reynes wieder zugehört, ja. Aber, ja, die Gegenseite will anscheinend kein Ende des Konfliktes. Äh, dort gelangen wir nämlich hin in die Flusslande, wo, ja, das ist, glaube ich, irgendwie an einem Strand oder auf jeden Fall an der Küste, ne? Ja. Da mischt sich auf jeden Fall Regen mit Blut. Da ist es wohl ordentlich hergegangen. Also, da liegen einige Leichen. Und im Hintergrund brennt, äh, die Burg, also tote Soldaten überall. Auf der Anhöhe ist aber das Heer von Haus Darklyn im deutschen Finsterlyn versammelt. Und davor sitzt Kristen Cole auf seinem Gaul und hält denen so eine kurze Ansage, ihr habt jetzt die Wahl, vor Aegon das Knie zu beugen oder augenblicklich zu sterben. und man merkt sofort, es ist Kristen Cole, weil, der nennt halt Rhaenyra wirklich die Hure von, von Dragonstone, ne? Also, der nimmt ja wirklich, wenn's um Rhaenyra geht, dann nimmt der wirklich kein Blatt vor den Mund, der Typ, ne? Kein Kraut vor den Mund, ja. Kein Kraut, sehr gut, ja. Ein Feigenblatt, ne? Wär doch, wär doch ganz schön für den. Am besten für den ganzen Typ ein Feigenblatt, damit man ihn nicht mehr sehen muss. Weil, äh, hattest du das mitbekommen, der ist ja jetzt wirklich die meistgehasste Figur der ganzen Serie, ne? Ja, ich hatte so ein bisschen, äh, äh, im Social Media mitgekommen, ja. Ja, 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 und das erstreckt sich jetzt dann leider auch auf den, auf den Schauspieler, was halt echt daneben ist. Ah, ja. Also, die ganze Besetzung ist ziemlich, ziemlich stark, aber Fabian Franke ist so ein bisschen so ein schwächeres Glied in der Kette, sagen wir es mal so, in seiner Kette da jetzt, aber, äh, in der Folge hier muss ich sagen, ja, ist schon ein bisschen mehr von ihm gekommen, aber dazu später. Wen er ja bekanntermaßen noch im Schlepptau hat, ist, äh, Sir Gavin, äh, der hier auch steht und etwas mitgenommen aussieht. Also, da merkt man, die haben schon wohl einiges an, äh, Kriegshandwerk ausführen hinter sich und Kristen Cole macht dann auch relativ kurzen Prozess mit dem Lord dieser Burg, äh, die wir dann, wie wir später erfahren, Demmertal heißt. Äh, im Deutschen, im Englischen, glaube ich irgendwie, hast du dir den Namen aufgeschrieben? Irgendwie Dark? Irgendwas? Ja, ich hab mir jetzt auch nur den Deutschen aufgeschrieben. Ja. Ach, hast du das auch mit Deutschen Untertiteln geguckt? Ja, ja, ja. Ach, wenn wir auf Deutsch drüber reden, dann hab ich mir gedacht, guck ich auch Deutsche Untertitel. Ja gut, weil ich halt die ganzen Namen eigentlich meistens, also, ach, man, es ist echt schwierig, also bei den, bei den ganzen Orten würde ich, glaube ich, schon irgendwie immer bei den Englischen bleiben, aber, ah, da sind halt diese ganzen Wortspiele und so, das ist, das ist manchmal schwierig. Ähm, lässt seinen Worten auf jeden Fall Taten folgen und will hier eben den Lord, äh, Gunthor, äh, Darklin, äh, will er hinrichten und der ist so, ja, also, habt ihr eigentlich überhaupt keine Ehre mehr im Leib, also, die haben ja, hat man auch schon im Hintergrund gesehen, die haben da wohl nicht nur einfach die Festo eingenommen, sondern auch wirklich gebrannt schatzt und gemordet, ne, im Namen des Königs. Ja, und ich denke, das sollte jetzt hier ein, äh, ja, kurzer, exemplarischer Prozess sein für die anderen Soldaten, dass die sich halt im Grunde sehen, ey, entweder ihr macht jetzt hier mit oder es geht euch genauso, der macht ja wirklich gar keine Anstalten, da, äh, irgendwie eine weiche Seite zu zeigen. Kurzer Nachtrag, Duskendale. Ah, Duskendale. Das sollte englische Titel sein. Genau, aber im Deutschen dann irgendwie Dämmertal, naja, ich glaube, wir bleiben jetzt da bei Duskendale. Und er gibt, bevor er, äh, ja, einen Kopf kürzer gemacht wird, äh, ganz unironisch, äh, gibt er Kristen Cole noch einen schönen Spitznamen, nämlich Kingmaker, also Königsmacher, äh, und das ist dann auch der, mit dem Kristen Cole so ein bisschen in die Annalen der Geschichte von, von Westeros eingeht, äh, von mir aus lieber Lord Sauerkraut, aber mich fragt der eh keiner. Weiß er nicht, der, der Typ hält ihn auch für unwürdig, mit dem weißen Umhang zu, äh, zu tragen, aber es bringt ja alles nichts, er enthauptet ihn. Und das Ganze zeigt dann auch Wirkung, weil während er wirklich, also Cole ist auch, wirklich, der, der geht da in einer Art und Weise lang und wischt das Schwert ab, als wenn er mal eben so telefonieren war oder so, ne? Absolut. Also, meine Güte, und ich meine, wir sehen das ja schon, ja doch, wir sehen's zwar von weiter weg, aber wir sehen's doch grafisch, wie er den enthauptet, ne? Und es ist ja auch ein, ein älterer Typ schon. Ja, ich meine, es ist halt ein älterer Lord gewesen, ne? Also, genau. Der ist, ja schon, ja, absolut. Ich fand noch, ich weiß nicht, vielleicht ist, vertue ich mich auch, aber ich fand's noch spannend, dass, ich meine, Kristen Cole macht jetzt so eine, schon so eine Wandlung irgendwie, so ein bisschen durch, dass er auf einmal irgendwie eigene Pläne schmiedet und wir sehen ihn ja dann später noch mit Aiment und irgendwie hat er jetzt hier so ein bisschen auf einmal so die Hosen an, ne? Ja. Und ich fand, man hat gemerkt, dass irgendwie sehr viel mit einer Kamera gearbeitet wird, die von unten auf ihn rauf guckt, um das irgendwie zu unterstützen, so zu zeigen, ey, er ist jetzt hier gerade der Macker, der große Typ, der hier alle, der die Armee befehligt und sagt, was ist der Plan, was, wie gehen wir vor? Und ich fand irgendwie, das hat die Kameraarbeit unterstützt, das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht vertue ich mich, aber war mir so gegangen. Ja, ich weiß auch noch, in der dritten Folge, da wird er auch durch die Kameraarbeit, also, da wird er zum ersten Mal von unten gefilmt, tatsächlich, ne? Wo er irgendwie so noch, also, da merkst du auch, das soll auch unterstreichen, dass er noch so wirklich in diese Rolle der Hand reinkommen muss. Ich hatte auch irgendwo gelesen online, das war auch sehr lustig, da haben Leute echt so überlegt, wie lange hat der Typ eigentlich wo versucht, sich den Hand des Königspinnen durch die eiserne Rüstung zu stechen, bis er dann doch auf die Kette umgestiegen ist. Ja, sehr schön. Aber das Ganze zeigt Wirkung und er geht, also, das ist halt auch wirklich so richtig, Exempel statuieren, weil, während er da oben vorbeigeht, also, wirklich total ist es fair, knien die alle nacheinander nieder, die Soldaten, also, es hat, es hat seinen Zweck erfüllt. Ähm, er bekommt dann auch kurz eine Nachricht, die er anscheinend einen Rabe gebracht hat, sitzt dann auf, man kann sich dann auch später denken, von wem der Rabe kommt, ne, so im Verlaufe. Ähm, und er befiehlt dann ja hier, wir sind jetzt die Vorhut und wir ziehen nach Nordosten und neben ihm sitzt aber immer noch Sir Gavin. Ah, das sind, das sind diese kleinen Spitzen, die es auch schon in der dritten Folge gab, nämlich, dass Kristen Cole sich hier nicht auskennt. Ne, also, und, und Gavin hat jetzt ein bisschen mehr Respekt, nennt ihn aber trotzdem immer noch so ein Spötteschlorthand und, ja, äh, Harrenhal liegt im Westen. Äh, also, die beiden werden keine Freunde mehr. Ja, nee, das glaube ich auch. Ja, ja, ich war mir nicht ganz sicher, wie es, wie es zu interpretieren, ist tatsächlich auch, ich glaube, deine, äh, Interpretation macht Sinn. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob er vielleicht irgendwie doch, er hatte auch so ein bisschen so ein schmitziges Lächeln drauf. ich wusste nicht genau, liegt es daran, dass er gerade selber nicht weiß, was abgeht? Oder hat er irgendwie doch vielleicht was anderes im Sinn und will nur so ein bisschen das, ähm, ja, noch nicht preisgeben oder so? Aber, jetzt vom Charakter und wie es, wie der Rest so passt, deine Interpretation, glaube ich, besser. Ja, dieses, also, der ist ja von Anfang an schon in der dritten Folge, äh, hier, also erstmal, der hat halt seinem, seinem Vater den Platz weggenommen, ne, als, als Hand und ist dann auch noch so von Nidra geburt und, äh, es kam auch durch, dass Gavin ahnt, dass er wohl, äh, ein sehr enges Verhältnis zu seiner Schwester unterhält, ne? Und, äh, zu der kehren wir jetzt aber nicht zurück, aber auf jeden Fall nach King's Landing, äh, wir erleben mal wieder Aegon im Rad und auch wieder Aegon relativ im Modus. Der ist nämlich sauer, weil er wollte ja Drachen schicken und, äh, jetzt ist das Ende vom Lied, dass Damon Harrenhall eingenommen hat in der dritten Folge, was heißt eingenommen, er ist da reingestiefelt, hat die Burg beansprucht und das war's. Also, da war ja wirklich, äh, dass das halt auch sehr geil, wie Damon da halt reingeht in der, in der dritten Folge und total so einen Widerstand erwartet und da ist ein einziger Soldat, den man dann irgendwie aus dem Haul gibt, ne? Ja. Manchmal muss es auch einfach sein. Ja. Kurz und schmerzlos und, äh, vor allem ist Aegon dann aber sauer eben auf Lord Larys, weil es ist halt eben seine Burg, also von wegen könnte der da nicht mehr mehr durchgreifen. Larys, der ja jetzt auch, es, es, es wird ja eigentlich relativ selbstverständlich gezeigt, dass er im Rad sitzt, aber das ist ja auch erst eine Entwicklung aus der dritten Folge, ne? Also, da ist er ja zum Meister der Flüsterer ernannt worden, ne? Ja, stimmt und auf einmal hat er es im Grunde, ja, schon recht schnell in die Position geschafft, wo er ja wahrscheinlich sich, äh, hingearbeitet hat, ne? Das ging jetzt, äh, doch auf einmal zack, zack. Das ging relativ schnell, ja, er hat ja schon so den Samen, hat er dafür ja schon gepflanzt, in der ersten Folge, ne? Hatten wir ja auch besprochen. Genau. Äh, aber der bleibt trotzdem relativ gelassen, während Aegon wieder so, also der ist, der ist, der ist, glaube ich, wieder kurz davor, irgendwelche Sachen durch die Gegend zu werfen, findet nun gerade keine. Und Laris ist, also ist relativ gelassen, meint so, ja, Harrenhall ist, ist noch verkrüppelter als ich und gerade, dass das so nutzlos und, und marode ist, das wird Damon eher zur Weißglut bringen. Und so oder so haben die bei meiner Familie auch keinerlei Möglichkeiten, dass irgendwie, also die, die sind halt komplett mittellos, anscheinend in seiner Familie. Das, das kam ja auch schon in der dritten Folge durch, ne? Als es da irgendwie hieß, ja, wir brauchen Kohle, um, um das jetzt zumindest mal irgendwie bisschen zu, zu schleifen und, und, äh, zu erneuern. Ja, ich hatte, ich war mir nicht ganz sicher, er hatte auch noch so, er hat ja, wie du gesagt hast, ne? Erwähnt so, ja, die Burg ist verkrüppelter als ich und so, aber es schwang auch, dachte ich, so ein bisschen mit, wenn man sich auskennt in der Burg, hatte ich so das Gefühl, kann man aber schon irgendwie, so Fallen stellen und so mit, äh, lokalem Wissen im Grunde arbeiten und so ein bisschen dadurch, nicht die Oberhand gewinnt vielleicht, aber ein bisschen besser verteidigen, äh, aber ob das dann am Ende, ja, passiert oder so ist, sei mal dahingestellt. Aber ich hatte so das Gefühl, wenn man, äh, dass im Grunde nur Leute, die auf der Burg wohnen, sich auskennen, äh, es schaffen mit dem, daraus was zu machen, so hatte ich das Gefühl. Äh, wohingegen, wenn jetzt, ja, da ein Demon ankommt, der die Burg gerne hätte als Festung, aber, äh, erst mal gar nicht so richtig weiß, was sind so die Besonderheiten dieser, dieser Burg, dann ist es einfach nur ein verkrüppelter Haufen Stein vielleicht, ja. Ja, ich mein, Damon hatte ja, äh, irgendwie erwogen zumindest da in, also die, die haben ja diese gigantische Halle, die zwar kein Dach mehr hat, aber da passt halt schon ordentlich was rein, also da könnte man sicherlich auch irgendwie ein Feldlager installieren, ne, und der wollte ja 40.000 Mann da unterbringen. Aber, äh, Lord Larys hält es vor allem eigentlich für eine gute Strategie, dass man eben durch Harrenhall, was im Grunde genommen völlig wertlos ist, zumindest in, in, äh, um es irgendwie zu, zu befestigen oder zu verteidigen, äh, zum einen können sie dadurch halt Daimons Entschlossenheit, äh, einen Dämpfer verpassen und Rhaenyra, ja, die sitzt mehr oder weniger eigentlich auf ihrer Insel fest, während Kristen Cole in den Kronen landen, unablässig vorrückt, ne? Das haben wir ja, äh, bereits gesehen, und Aegon ist davon aber trotzdem nicht so begeistert, vor allem hat er das Gefühl, dass er hier anscheinend nicht wirklich konsultiert wird. Dann kriegt er auch ordentlich, äh, Gegenwind von seinem Bruder Aemond, der ja auch im Rat sitzt, obwohl er ja eigentlich kein wirkliches Amt hat, also der ist, der nutzt das auch wirklich eiskalt aus, dass sein Bruder ihm diese Freiheiten gewährt, ne? Ja, er hatte ja eigentlich in den vorherigen Folgen schon, äh, hatte ich so abgespeichert auch, dass er seinen Rat halt auch im Grunde wertgeschätzt hat, und er hatte ja immer gute Vorschläge, und das hat sich dann aber, glaube ich, alles ein bisschen gewandelt, wo er sich dann ja auch sehr, ja, er über ihn lächerlich gemacht hat dann, als sie ihn dann da im Bordell treffen und so weiter. Ja. Äh, da hat sich das, glaube ich, fand ich, so ein bisschen alles gedreht. Und jetzt ist er halt da, der, äh, zum einen fühlt Egon sich eben gar nicht richtig ernst genommen und sagt ja, okay, ich muss irgendwie mehr Infos bekommen, wenn ich informierte Entscheidungen treffen soll. Und dann hat er auch noch jetzt, äh, einen Bruder, der da sitzt und eigentlich im Grunde immer einen Plan hat, der ganz gut ist, ob er das jetzt, äh, wahrhaben will oder nicht. Mhm. Aber was er sagt, hat irgendwie Hand und Fuß und macht Sinn. Und die Leute hören auf ihn, und ich glaube, das, äh, geht ihm richtig ab. Ja, definitiv. Also, es, äh, ich fand auch sehr, äh, äh, bemerkenswert in der Szene, wie oft Aemond da gezeigt wird, wo, 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 wo ihr gar nicht sagt. Also, während andere reden, wird immer wieder Aemond im Bild gezeigt und der sitzt da halt wirklich schon wie so ein lauerndes Tier, ne? Also, der, der taxiert da seinen Bruder auch. Und ich glaube, der spielt auch wieder mit dieser Münze. Das ist auch bisher, ja, kontinuierliches Element an der Stelle. Aber, äh, er klärt, ja, er klärt Aegon eigentlich darüber auf, was er mit Kristen Cole in die Wege geleitet hat, denn Haarenhall erscheint ihm gar nicht so wichtig. Stattdessen marschiert Kristen Cole jetzt auf Rooksrest, beziehungsweise Krähenruhe im Deutschen. Die Burg kennt Aegon eigentlich überhaupt nicht und das war auch nicht sein Befehl und er will auch eigentlich weiterhin Haarenale haben. Das ist Aemond aber ziemlich egal. Er steht auf, äh, geht zu dieser Karte, aber du hast schon recht, hier diese Karte, die sieht man nicht so richtig, ne? Also, das ist nochmal was anderes, als der Kartentisch. Das ist ja nur so ein, ich weiß nicht, mich hat's irgendwie an so eine Pinnwand oder so was erinnert oder mit so, mit so Kühlschrankmagneten, ne? Ja, ich muss irgendwie immer an so Witcher 3, wo dann, äh, weiß ich nicht, ob's wie jemand gespielt hat, da sind dann immer auch so Pinnwände, wo man sich so Aufträge nehmen kann und so sieht das für mich irgendwie immer aus, ja. Ja. Die Karte ist nicht so illustrativ, das stimmt, ja. Ja, das, aber ich, ich glaub, das ist auch, ja, so muss man jetzt, glaub ich, nicht, weil es geht an erster Linie darum, dass die sich da irgendwie gegenseitig, äh, überstimmen wollen. Also, Aegon, ja. Aegon hat ja, äh, bekanntermaßen schon seit Folge 1 höllische Angst davor, schwach zu erscheinen und, äh, man merkt auch sein eigener Art, naja, ne? Jedenfalls ist die Strategie von, äh, Cole und Aemond eine andere, denn sie wollen eben Rooksrest einnehmen, weil es ist eine kleine Burg, die ist schwach verteidigt und, äh, ein Lord Staunton sitzt im Rat von Rhaenyra, das heißt, die würden einen, äh, direkten Verbündeten wirklich offensiv schwächen damit und natürlich dann auch so ein bisschen, also, es ist jetzt nicht das größte Haus, aber es ist jemand halt direkt aus dem Umfeld der, der Königin. Ja, genau, und gleichzeitig eben auch so von der, äh, Landschaft her, sag ich jetzt mal, von der Lokalität einfach abschneiden, ne? Dann Drachenstein abschneiden, weil das jetzt die nächste, nächstgelegene, äh, Festung, sag ich jetzt mal, ist. Ja. Äh, die dann eben in Feindeshand liegt und das dann eben Drachenstein im Grunde abschneidet vom Festland. Jaja, das, jaja, das, das ist ja die Strategie, also, das hatten sie ja schon erwähnt, dass Rhaenyra isoliert werden soll, praktisch, ne? Ja. Also, die, die wollen ihr, äh, auf, auf die Weise irgendwo auch das heimzahlen, was sie da, äh, auf der Gurgel mit der, äh, Velaryon-Blockade da veranstaltet eigentlich, ne? Äh, Aemond ist der Meinung, da ähnelt er eigentlich sogar Rhaenyra in der Hinsicht, ist mir aufgefallen. Er sagt nämlich, den Krieg gewinnen wir nicht allein mit Drachen, aber mit Drachen, die hinter den Heeren her, äh, fliegen. Also, sprich, eher auf Veiga, äh, in erster Linie. Und, äh, Rhaenyra hat ja so was Ähnliches gesagt, ne? Dass sie, dass sie halt nicht rein mit Drachen diesen Krieg gewinnen möchte, sondern in erster Linie mit Armeen. Und die Drachen will man eigentlich nur so im, ja, äußersten Fall einsetzen, ne? Und, äh, äh, Aegon will das Ganze dann aber eigentlich zurückpfeifen, weil er will halt Haare in der Halle haben und wird dann, ja, er merkt, er wird von seinem Bruder eigentlich vor verendete Tatsachen gestellt, weil über seinen Kopf hinweg haben Aemond und Cole das schon entschieden. Ja, ich glaub, es wär ihm egal gewesen, was der Plan ist, den Aemond ihm vorgesagt hätte, oder vorgeschlagen hätte. Allein die Tatsache, dass es ein anderer ist, als er irgendwie im Kopf hatte, reicht aus, dass ihm das, dass er das, dass ihm das missfällt, ne? Ja. Und der versucht dann, ja, nee, das, das machen wir nicht, äh, bis ihn dann Aemond offenbart, ja, du, äh, ist zu spät. Ja. Äh, der ist sowieso jetzt hier schon kurz vorm Angriff. Kraut ist im Grunde kurz davor, ähm, zu starten. Und da merkt man dann nochmal, kommt dann nochmal so raus, dass die beiden einfach in ständigem Kontakt auch stehen, wo dann, äh, Elgon quasi übergangen wird, als Informations, äh, von den Informationsfluss her, ne? Und, äh, das findet dann Elgon natürlich auch wieder nicht geil, ne? Wie man sich vorstellen kann. Nicht wirklich. Und das Ganze wird dann auch noch auf eine persönliche Ebene getrieben zwischen beiden, denn, äh, Aemond fängt auf einmal an, seinen Bruder auf Allyrisch voll zu quatschen. Ah ja, stimmt. Und, äh, macht sich dann wirklich so über den lustig von wegen, ja, ich hätt's dir ja mitgeteilt, aber du hattest ja was anderes zu tun, dir bescheuerte Beinahmen ausdenken und hier irgendwelche Stiefel lecker, äh, in die, in die, in die Königsgarde zu berufen. Und, und, äh, das Geile ist wirklich, dass er ihn vorführt und der Rat weiß, also kann sich zumindest denken, was sie sagen oder was er sagt, aber sie verstehen halt trotzdem. Ja, zumindest worum's geht, ne? Aber verstehen werden sie's wahrscheinlich nicht. Ja, aber das ist von der Dynamik her auch echt ne geile Szene. Also, das ist zwar jetzt nicht wie bei nem Tennisspiel, aber ich fand das sehr geil, wie diese Lords wirklich so einer nach dem anderen zu Aegon rüber gucken und sehen wollen, wie er darauf reagiert, ne? Ja, und er halt versucht, irgendwie sein Gesicht zu wahren, so seine, oder seine Gesichtszüge, sagen wir's mal so, tatsächlich, damit man's ihm vielleicht nicht anmerkt. Und, äh, da ist auch ne sehr nette Spitze, fand ich. Man merkt, Aemon spricht flüssig-Valyrisch, der hat es ja wahrscheinlich wirklich gelernt und Aegon ist sehr unbeholfen, also spricht schon wirklich gebrochenes Valyrisch von wegen, ja, soll ich jetzt den Krieg da machen, da, oder so, ne? Wie so ein, wie so ein Grundschüler eigentlich und damit kann er dann auch nicht wirklich gegen Aemon bestehen und der nimmt dann, der, der untergräbt halt wirklich Aegons Autorität konsequent. Also, ich denke mal auch, dass hier die Nummer da im Bordell, äh, da ein Anstoß war, dass er, äh, äh, ja, eigentlich seinen Bruder jetzt nur noch, also, er will ihn definitiv vorführen, auch als, als, äh, als Retourkutsche zu der Nummer da in, in Folge 3. Ja, würde ich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat er sich selber auch so hingebaut, also Aegon jetzt. Weil ich glaube, das hätte er, also zumindest war mein Eindruck, dass er vorher eigentlich schon was auch von Aemon gehalten hatte und seinen, äh, Vorschlägen und so weiter. Und wenn er ihn dann aber natürlich so irgendwie, ja, da niedermacht, sag ich jetzt mal fast schon, dann ist das natürlich klar, dass das dann irgendwelche Folgen haben wird. Und die kriegt er dann jetzt hier zu spüren von seinem eigenen Handeln. Ja, es, äh, es deutet sich ja schon in der dritten Folge, da sitzt ja Aemon, wie du meintest, auch schon im Rat. Und da sagt er dann auch so, ja, also Bruder, du musst hierbleiben, wir können's, wir, wir können's doch nicht riskieren, dass dir was passiert. Und ich dachte mir so, Alter, was, was, was hat der vor? Und wenn man sich dann jetzt an das Ende, also, wenn man jetzt vorausdenkt, an das Ende der Folge, was da durchaus angedeutet wird, ne? Ja, okay, ja, ja. Ähm, aber, äh, jedenfalls nimmt Aemon hier schon relativ das Zepter in die Hand. Und die Strategie ist dann, äh, ja, Daemon wird abgelenkt, äh, das Heer wächst weiter an und Rhaenyra verliert, äh, durch diese bescheuerten Fake News, die halt durchs Land verbreitet werden, verliert sie immer weiter an Zuspruch. Ja, und Aegon begibt sich dann, ja, also, äh, er geht auf jeden Fall nicht als Sieger aus diesem kleinen Machtspiel hervor, ne? Und, äh, ja, lässt dann ja auch später seinen Frust an seiner Mutter so ein bisschen aus, ne? Ja. Oder weint sich da aus. Äh, zu seiner Mutter kommen wir jetzt aber erst mal in einer anderen Szene, äh, und, äh, da wird auch wieder angedeutet, dass die wohl, also, sie behauptet dann zwar, sie hat zwar anscheinend was Falsches gegessen, aber, das kauft ihr halt, also, das kauft ihr weder der Zuschauer noch Laris ab, weil, also, bevor er reinkommt, holt die irgendwie Steine aus dem Feuer und wickelt die dann in Tuch und wärmt die sich. Also wirklich so die mittelalterliche Version der Wärmflasche, würde ich sagen, ne? Ja, hab ich mir auch so aufgeschrieben. Aber, äh, Laris, also, der hat sie beim Rat vermisst und machte sich dann Gedanken um sie und, äh, ich mein, der weiß eh, was die die ganze Zeit treibt und sieht es dann hier auch schwarz auf weiß auf dem Tisch stehen, denn er sieht diesen, also die, äh, ja, was ist das, eine Flasche auf jeden Fall, wo dieser Abtreibungstee drin ist. Ja. Und, äh, Alicent geht dann aber nicht so richtig darauf ein und will dann eher so wissen, ja, was, was, was hab ich denn jetzt hier verpasst im Rat. Und, äh, ich fand an dem Aufbau der Szene interessant, dass er erst, also in diesem Ratszimmer oder in diesem Gemach von ihr, geht er seitlich weg und setzt sich erst mal ganz woanders hin und sieht sie auch nicht an dabei. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Ich glaube, es zeigt so ein bisschen, äh, hab ich nicht drüber nachgedacht, aber wenn du es jetzt sagst, es zeigt, glaube ich, so ein bisschen, dass er einfach demonstriert, dass er Bescheid weiß über ganz schön viel, und einfach, er muss nicht, äh, sie konfrontieren direkt oder er muss nicht sie angucken, um zu wissen, was los ist, ne, er ist einfach präsent und das reicht, äh, um, ja, eine gewisse einschüchternde Macht vielleicht schon auszuüben, äh, weil er einfach, äh, Durchblick hat, ne, und dann vielleicht auch ist so eine Anwesenheit manchmal ja auch nichts sagen, könnte ja vielleicht auch Leute schon dazu bringen, was zu sagen. So, ich glaube, sowas wäre auch, äh, was, wo er da ganz gut drin wäre. Wahrscheinlich, ja. Also er bringt dann Alicent so ein bisschen kurz auf den neuen Stand, also Dame in der Tarenhalle eingenommen und Elgon passt das überhaupt nicht in den Kram, aber, äh, bekanntlich ist das ja seine Burg und er sagt dann, also die, die Formulierung fand ich auch interessant, es ist ein, es ist ein Verlust für ein höheres Wohl, ne, also er, er handelt eigentlich so auch mit Weitsicht, also dahingehend wäre der eigentlich, also auch wenn er ein schleimiger Stiefel lecker ist, äh, das war ja Otto irgendwo auch, eigentlich wäre der sogar eine bessere Hand irgendwo, ne, habe ich mir so gedacht, ja gut, ja, den zum zweitmächtigsten Mann der Königslande zu machen, ist vielleicht nicht so eine tolle Idee, aber, äh, auf jeden Fall ist die, also er erörtert dann halt nochmal die Strategie, dass hier, äh, Dragonstone, also Rhaenyra, äh, und Daemon, die sollen vor allem, die sollen den Überblick verlieren, ne, also, dass das hier mittlerweile ein, äh, äh, Drei-Fronten-Krieg wird, also das, das, das stufenweise erst diese Blockade an der Gurgel, dann die Flusslande, die in Flammen stehen und jetzt die Kronenlande, die Stück für Stück von, äh, Kristen Cole, äh, erobert werden und das sollte Rhaenyra, also halt auf die Palme bringen und dementsprechend dann halt auch unvorsichtig machen, also die, die glauben ja und, äh, Alicent hat's ja auch nicht aufgeklärt wahrscheinlich, die glauben ja immer noch, dass dieser Befehl, äh, Jaehaerys zu töten, dass der von Rhaenyra kam und die wollen die wahrscheinlich wieder an diesen Punkt bringen, dass die impulsiv irgendeine dumme Entscheidung trifft oder sowas, ne? Ja, ja, so ein bisschen rauslocken und einfach, äh, Chaos und überwältigen, also im, äh, Informationsfluss vielleicht überwältigen und einfach das, ja, irgendwas Dummes passiert, was dann, äh, sie in, in, in deren Karten spielt. Ja, wenn er dann von Kristen Crowe redet, redet er ja dann noch von euer eingeschworenen Ritter, so, um schon mal irgendwie so anzudeuten, mmh, okay, und ich fand's dann ganz interessant, dann vielen Satz, ich glaub, er legt dann den Plan aus, was du gerade sagtest und dann redet er halt schon von Kraut und dann sagt er einen Satz so, das ist ein gefährlicher Weg und ich fand den total toll, weil das so eine absolute Zweideutigkeit war, weil das halt auf einmal die Taktik, die Kriegstaktik so zutrifft, aber auch auf, dass er weiß, dass die beiden halt eine Affäre haben und das ist, ja, so ein bisschen auch ein Ratschlag ist auf der einen Seite, aber auch so ein Zeigen, wie da, ich weiß, was los ist, ne? Ja, er sagt ja auch, also, das ist da sogar noch das Subtilste, weil er sagt dann vorher auch so, und da kommt er dann jetzt und setzt sich Alicent gegenüber, also mehr so auf Augenhöhe und nicht mehr so das singende Telegramm, was sie irgendwie auf den neuesten Status quo bringt, sie kommt ihm verändert vor, ne, so, also, äh, da ist halt auch wieder so Richtung, ne, also, der, der, der riecht den Braten auf zehn Meilen und, äh, Alison versucht das dann so ein bisschen, also, man merkt die mit Lord Laris, konnte die mal besser, ich meine, der hat ja diese, diese Zofen praktisch installiert, um sie auszuspionieren ähm, und, äh, sie weicht dann eher so aus, äh, ja, hier von, also, vor ein paar Wochen war ja noch alles anders, da war ich noch Königin, da war das Reich in Frieden, seit 80 Jahren und ich hatte ja jetzt irgendwie auch hier kaum Zeit zu trauern und, ähm, sie, sie sprechen ja auch, glaube ich, ganz kurz über Viserys, weil ihm fällt nämlich auf, dass sie eine ähnliche Vorliebe für, für Geschichte hat, also, Viserys ist ja jemand gewesen, das hast du ja schon an seiner Modellstadt gesehen, also, der hat ja in der Vergangenheit gelebt, ne, der hat ja dem alten Valyria hinterher getrauert und sowas, ne. Ich hatte es so interpretiert, dass er, äh, vielleicht willst du das auch sagen, aber dass er checkt, das, also eigentlich ist das nicht Alicens Ding, hatte ich so das Gefühl und auf einmal ist es aber ihr Ding und er fragt sich, warum, warum ist sie auf einmal dabei, schaut sich alte Geschichtsbücher an und guckt, ja, geht halt in diese Richtung und bemüht sich dieser, dieser alten Bücher und so weiter, weil er eigentlich das Gefühl hat, dass das vorher für sie nicht so die Rolle gespielt hat und jetzt stochert er halt und fragt oder macht halt so Andeutungen in die Richtung, indem er dann halt so stochert und sie so ein bisschen aus der Reserve locken will und, ja, irgendwie was wittert und ich denke mal, dass sie halt einfach in der Geschichte wühlt, um noch so ein bisschen mehr über die Geschichte von Egon dem Eroberer halt rauszufinden und was Viserys da jetzt wirklich gesagt haben könnte und so weiter. Das wird es wahrscheinlich sein, ja, aber das wird eventuell nirgendwo festgehalten worden sein, weil das ist ja wirklich so der, der Traum von Egon dem Eroberer, das Lied von Eis und Feuer, das ist ja wirklich so dieses ultimative, äh, Familiengeheimnis, ne, das wird ja immer nur von König zu Thronfolger weitergereicht, ne, und, äh, dann sagt Alicent hier noch, also als, als er sie, äh, äh, anspricht auf die Entscheidung des Königs und ob sie die eventuell anzweifelt, äh, sagt sie dann so, ja, beide Unterstützer glauben das, was sie wollen und der Krieg kommt so oder so und der Sieger sitzt auf dem eisernen Thron und letzten Endes ist es egal, was Viserys da, äh, im Sinn hatte oder nicht, weil es starb mit ihm, ne. Ja, und so oder so, viele Leute werden sterben. Ja. Auch nochmal irgendwie so, dass alles, was jetzt irgendwie ins Rollen gebracht wurde, ist nicht mehr aufzuhalten. Das nimmt sie in Kauf, ne, also man, man, das merkt man wirklich nochmal, sie nimmt das hier in Kauf, das ist irgendein, ich mein, vielleicht legt sie sich auch gegenüber Laris so eine Maske zu, dass sie das alles irgendwie gar nicht alles groß tangiert, aber, äh, ja, das fand ich, fand ich eine gute Szene, vor allem Laris fand ich hier echt super, also der, äh, der wird ja immer so ein bisschen als, als Klischee abgetaunt, ja, er ist irgendwo auch Klischee, aber ich find, der, der Schauspieler, der fängt das auf, der hat, der, der hat auf jeden Fall eine Präsenz, finde ich, und so dieses, ja, der ist schon hartschmierig, das, das auf jeden Fall, ne, also, ja, aber das soll er sein, denke ich, also, das passt. Äh, wir springen nach Harrenhal zurück, äh, wo, äh, Damon, äh, in seinem Wasserbett liegt, was, also, stufenweise zum Wasserbett wird. Jetzt hab ich mehrere Fragen, muss ich sagen. Okay. Äh, also das erste, man sieht ja so einen, einen Shot von oben in dem Zimmer, wo er liegt, wie du sagst, in seinem Wasserbett, und, äh, mit den Fenstern, und da kommt so das Mondlicht rein, und das, äh, das ist ja wirklich die letzte Kaschemmer, ne? Ja. Aber als er letzte Mal da lag, hatte er ja noch Fensterläden, die jemand ist reingekommen, hat die aufgemacht und so weiter, und denke mir so, hä, ist das jetzt noch der gleiche Raum, oder? Ja, stimmt. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Vielleicht ist da, vielleicht ist es auch von der anderen Seite gefilmt, oder vielleicht ist er auch umgezogen in einen anderen Raum, und der ist genauso. Ja. Kann auch sein. Es war für mich auf jeden Fall irgendwie so ein Bruch, und darum dachte ich, ah, vielleicht ist das ja jetzt auch noch in einem Traum, Mhm. Aber ist es ja dann nicht, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, okay. Ja gut, auf die Fensterläden hätte ich jetzt echt nicht geachtet. Und es, es könnte, es könnte durchaus ein Traum sein, weil ihm passiert nämlich wieder, was, eher merkwürdiges, obwohl es eigentlich ähnlich ist wie, wie letztes Mal, nämlich, dass irgendwie Feuerschein vor seiner Tür ist, die ja, glaube ich, wieder, ich, hat er, hat er wieder Schwerter davor gepackt? Das hat er auf jeden Fall in der dritten Folge. Jedenfalls ist er ähnlich alarmiert wie beim letzten Mal, greift sich seinen Schwert, tritt heraus und, äh, geht eine Treppe runter und folgt einer Gestalt, also eine Gestalt, die vorher schon an ihm vorbeigegangen ist. Also, man, man hat die Stiefel an, an der Tür vorbeigehen sehen. Konntest du dir denken, wer es sein soll? Nee, das wäre meine nächste Frage. Also, ich hatte, für mich sah er echt aus, von hinten irgendwie wie Viserys. Mhm. Darum dachte ich halt so Traumszenen und so weiter und er sieht irgendwie Viserys, das hat dann am Ende jetzt nicht mehr gepasst. Ja. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe tatsächlich, ich hätte mal pausieren sollen, als ich es geguckt habe. Am Ende sieht man ja ein Gesicht mit einem Augenpatch. Ja. Aber es sah für mich nicht nach Aeimant aus, aber vielleicht war es Aeimant, aber es sah für mich nach ihm aus mit einem Augenpatch. Ja, aber ... Es ist Aeimant. Es ist Aeimant garantiert. Ja? ja, auch im Hinblick auf die, auf das, was jetzt passiert, ist es eindeutig Aeimant. Das ist, das ist foreboding. Äh, und ich, ich meine der, also er folgt dieser Gestalt mit Fackel und, äh, der dreht sich dann auch immer zu ihm ohne. Es ist eindeutig Aeimant, aber bevor dann, das ist, das ist auch ein etwas komischer Schnitt gewesen irgendwie, oder? Weil plötzlich ist Damon einfach in diesem Zimmer. Ja. Das war so, das ist auch wieder so Traummentalität eigentlich, ne? Ich meine, Aeimant kann ja auch nicht wirklich da sein, also ... Aber wen findet er hier vor des Nachts, wenn er nicht schlafen kann? Äh, diese freundliche Dame, die er schon bei seiner Ankunft gesehen hat und für die er sich dann mehr interessiert hat als für den, äh, Schwur von, äh, von Lord Strong, nämlich Alice Rivers, äh, die sich mit, äh, Namen jetzt auch hier vorstellt und, äh, die, ja, was, was tut die da? Die stellt, ich würd sagen, stellt sie Medizin her? Oder? Es hat so den Anschein. Ich fand, es war so genau wieder so eine Spiegelung zu, wie heißt er, Meister, äh, Orwell, oder was war's? Was war sein Name? Genau. Äh, dass man auf der einen Seite einen Meister sieht und jetzt hier eine, okay, Meisterin. Ja. Und dass sie aber auch, ne, sie macht irgendwie was mit Kräutern oder, weiß nicht, vielleicht auch Blut oder Flüssigkeiten, mixen sie da irgendwie was zusammen. So ein bisschen, äh, Alchemie mäßig fast schon, ne? Oh ja, das trifft es. Marie Curie lässt grüßen, ne? So ein bisschen. Äh, genau. Und sie, äh, stellt sich dann eben als Alice Rivers vor. Genau. Und da hört er sofort raus, äh, sie ist ein Bastard, ne? Weil Rivers, äh, ist ja das Äquivalent, also im deutschen Strom. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt bei Rivers, weil Strom klingt albern. Das ist das Äquivalent zu dem, was im Norden eben Schnee ist oder bei den Dornischen Sand, ne? Also dieser Filler-Name für Bastarde. Und es ist, es ist immer das, was die in der jeweiligen Region im Überfluss haben. Also, ne? Im Norden haben sie nicht nur Schnee im Überfluss. Oder jetzt hier, äh, also hier haben sie ja, haben sie ja Wasser im Überfluss und dementsprechend dann auch Bastarde, ne? Also, ja. Interessant. Habe ich so noch gar nicht gesehen, ja. Aber sie verweist dann tatsächlich, also wie du schon richtig angemerkt hast, sie verweist darauf, dass sie hier eigentlich jetzt mehr oder weniger die Aufgaben des, äh, des Maesters ausfüllt, weil der, äh, hatte wohl ähnliche Schlafprobleme wie Damon und, äh, hat dann irgendwann in der Nacht das Weite gesucht. Und die Olle, die ist echt schon ein bisschen, die ist, die ist seltsam, oder? Ja, absolut. Also, äh, wie sie auch, sie hat ja auch gesagt, sie hat die Aufgaben geerbt von dem letzten, von dem Vorgänger. Und denkst du so, Und während sie das erzählt, legt sie sich Blut von den Fingern, ne? Ja, genau. Also, zumindest würde ich es auch so interpretieren. Während sie da ihren Trunk an und dann legt sie da das Blut von den Händen, wischt sie sich aber noch so ein bisschen ab und dann macht sie, dann mörtelt sie da irgendwie was zusammen. Ja, und dann alles mitten in der Nacht so, ne? Ist ja klar. Ja, das ist schon, ist schon, ist schon seltsam. Also, sie ist ja, sie ist eine Figur tatsächlich auch aus dem Buch. Da ist das aber ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob Damon da auf die trifft. Da geht es nämlich eher, also, ohne jetzt hier zu viel zu verraten, aber die, äh, wird noch wichtig eher für Aemond. Und deswegen, äh, wird der hier dann wahrscheinlich auch angedeutet zumindest. Ja. Ähm, und wer die jetzt genau ist, ist nicht so richtig klar. Die soll auch älter sein, als sie aussieht. Also, das heißt, sie ist irgendwie über 40, aber so sieht sie jetzt eigentlich nicht aus. sie, äh, ich muss auch sagen, also, es gibt Online-Illustrationen von der, die haben die echt gut getroffen. Und die hat von Anfang an so was sehr mystisches, strahlt die irgendwie aus. Also, das erinnert schon so ein bisschen an Carys van Houten in, in Game of Thrones, ne? Also, du merkst schnell, das ist, das ist so eine Figur. Ja, und sie sagt dann ja auch noch im weiteren Gespräch so, sie ist gar kein Mensch, sondern eine Schleiereule. Mhm. Muss halt, ihr Fluch ist es irgendwie, als Mensch zu leben. Ja. Ja, und es ist auch hier kein Zufall, weil sie erklärt ja dann, Harrenhall war schon immer verflucht. Also, schon seit der Grundsteinlegung hat diese, diese Festung den Ruf, dass jeder zu Tode kommt, der sie irgendwie einmal, äh, als sein Lehen annimmt oder auf jeden Fall im Besitz nimmt. Äh, sie erwähnt dann auch, dass dort, äh, früher, also, als, als die Festung noch Harren dem Schwarzen gehörte, Harren der Schwarze ist ja der, der dort verbrannt wurde von Aegon dem Eroberer, ne? Und seitdem ist ja diese Festung in dem Zustand, also seit über 100 Jahren. Und sie erwähnt, dass, äh, hier im Götterhain auf Harrenhall, dass dort mal ein Wehrholzbaum stand, also, die wir noch aus Game of Thrones kennen, diese Bäume mit, mit diesen roten Blättern. Und wenn man dann da reinritzt, dann sieht das aus, als wenn da Blut rauslaufen würde. Also, das ist ja ein Symbol für die alten Götter. Sie, sie erzählt dann von einem, äh, also, das Harren der Schwarze hat diesen Wehrholzbaum fällen lassen. Und da fällt schon auf, weil, ähm, ja gut, du erinnerst dich jetzt nicht mehr an so Folge 3, meintest du, aber da war ja auch schon so kruder Mist bei Daemon. Und da ist sie ja auch schon in einer seiner Visionen aufgetaucht, wo sie ihm dann gesagt hat, ihr werdet hier euren Tod finden. Und da ist es halt so merkwürdig, weil er stand, er stand von jetzt auf gleich plötzlich in diesem Götterhain vor dem Wehrholzbaum, der ja eigentlich gar nicht mehr existiert. Ne? Also, war das wohl wirklich nur in seinem Traum an der Stelle. Okay, ja. Aber sie, äh, äh, verweist dann noch darauf, dass es ein Aberglauben gibt, dass in diesen Wehrholzbäumen die Geister derjenigen, die vor Harren dort waren, also die ersten Menschen, dass die, äh, dort noch leben und, äh, zu den Lebenden flüstern. Und als Daemon das dann so abtut, sagt sie dann, ja, also euer Bett ist aus demselben Holz gemacht und daher kommen wahrscheinlich eure bescheuerten Albträume. Daemon, er weiß irgendwie nicht so wirklich, wie er mit der umgehen soll. Und tut, also er tut es zwar so als Ammärchen ab, aber die ist ihm schon, glaube ich, nicht ganz geheuer, ne? Ja, ich glaube, das ist ihm schon sehr alles unwohl und er hat ja auch eigentlich gar nichts zu ihr gesagt bisher fast und trotzdem hat sie ihn halt komplett durchschaut. Ja. Ne, und das ist ja auch super komisch und er sagt dann ja auch irgendwie so, du bist eine merkwürdige Frau. Du bist eine Hexe. Und dann kommt das mit der Schleiereule. Genau, das kommt dann danach. Und also das ist ihr, wär mir auch nicht geheuer, muss ich sagen. Da ist schon eine merkwürdige Situation. Ja, sie, sie weiß halt auch direkt über ihn Bescheid irgendwie. wie, also sie, sie fragt nach dem Streit mit Rhaenyra. Wie kann sie davon wissen? Gut, das weiß sie jetzt wahrscheinlich nicht, aber sie kann sich zusammenreiten. Er, er, er kommt hier allein, er nimmt sich die Burg, aber er schickt keine Raben raus. Ja. Und meint dann so, ja, habt ihr vor, den Thron selber zu erobern? Das, das war ja in der dritten Folge auch schon so auffällig, als er da mit, mit Lord Strong spricht und der dann fragt, ja, was, was habt ihr denn vor? Ja, äh, ich will nach King's Landing und den Thron erobern, aber er sagt nicht, ich tue das für meine Frau oder ich tue das für die Königin, ne, sondern einfach nur, er will ihn erobern und, äh, du hast schon recht, sie hat ihn wirklich durchschaut, weil sie meint dann so, ja, also, es muss schwer sein, ihr zu dienen, weil sie euch doch verdrängt hat und dann ist sie auch noch diejenige, die ihr früher auf dem Schoß Hoppe-Hoppe-Reiter hat spielen lassen, ne? Ja. Also, man darf ja nicht vergessen, Rhaenyra ist ja seine Nichte, ne, die, die kannte er von klein auf und es ist ja wohl auch kein Zufall, dass er sich die immer, also, da, da kann man halt auch überlegen, warum sieht er sie als kleines Mädchen und ich kann es halt so für mich verstehen, er wünscht sich eigentlich so die Zeit zurück, als die noch zu ihm aufgesehen hat und ihm nicht auf Augenhöhe begegnen wollte, ne? Und deshalb sieht er sie als Kind, weil er die da noch stärker beeindrucken konnte, ne, und so. Okay, ja, das macht Sinn. Er wünscht sich im Grunde auch diese Zeit zurück, aber sie hat was für ihn, nämlich, äh, etwas gegen seine Schlaflosigkeit, ob das jetzt ein Schlummertrunk ist, sei mal dahingestellt, aber, äh, sie reicht ihm den Becher und das fand ich dann echt interessant inszeniert, weil wir sehen ihn mit dem Becher, wir sehen ihn nicht trinken, aber dann gibt es einen Schnitt und wir hören ein Schluckgeräusch auf der Tonspur, was aber eher daher kommt, dass er da an der Tafel dann getrunken hat, ne? Ja, ich hatte es schon so interpretiert, dass er trinkt, aber... Dass das nicht gezeigt wird. Ja. Genau, es war schon, wie du sagst, so ein bisschen schwammig, also inszeniert, aber, also schwammig im Sinne von, man weiß es nicht ganz. Ja. Ich hab keine Ahnung, warum er es trinken würde, nachdem sie ihm so spanisch vorkommt und er so irgendwie... Ja. ...sich durchschaut führt und so, warum sollte man jetzt da diesen, diesen Trunk irgendwie zu sich nehmen? Ja, das hab ich mich auch gefragt. Ähm, ja. Darum ist es vielleicht so ein bisschen so offengelassen, aber ich hätte es jetzt schon so interpretiert, dass er es getrunken hat, weil er dann ja auch jetzt, äh, erst mal völlig neben sich steht. Nennen wir es so. Ja. Nacht. Genau. Und ich denke mal, das kommt dann noch durch Nachwirkungen von dem Trunk, aber... Ja, also ich, ich meine, also er ist ja jetzt schon so ein bisschen in meinen Verkausen hier, schon seit der vorherigen Folge, aber das war halt immer so nachts und, ah, vielleicht träum ich ja, vielleicht träum ich ja nicht, aber jetzt ist es so, dass er eben an Simon Strongs Tafel sitzt, äh, zusammen mit, äh, Sir William Blackwood, wo er zwischendurch, also der, der ist sehr abwesend, da ist auch wieder, das Gespräch klingt für ihn ganz, ganz, ganz weit weg, ne, und die sind auch, das ist, das ist, also da spielt Alan Taylor auch sehr mit Unschärfe an der Stelle, der dann da aber sitzt, ist Sir William Blackwood, nachdem er ja hat schicken lassen, äh, und dessen Armee er ja haben will, aber, ja, Damon kriegt nicht so wirklich mit in der Szene, also selbst Simon Strong muss ihn dann irgendwie darüber aufklären, äh, was hier eigentlich gerade Sache ist. Ja, er fragt ihn dann ja noch, was kann ich für dich tun, warum bist du hier, und dann so, ja, keine Ahnung, du hast mich hinberufen, sag du's mir. Ja, ja, ich mein, vielleicht ist es auch wieder ein Verweis darauf, dass er bei den ganzen Scheißfamilien schon lange nicht mehr durchblickt. Ne, ich glaube, dass, also, ich glaube, es ist einfach, dass er wirklich einfach komplett neben sich steht da. Ja, also, zu, zu, ich würde sagen, er ist zu so einem Viertel anwesend, so, so geistig, und da auch er nur so halbwegs, äh, und Willem, äh, quatscht ihn dann voll mit, ja, hier, vor 20 Jahren hat mein Vater das, das Knie gebeugt vor, vor, äh, Viserys, also deinem Bruder, und, äh, hat auch Rhaenyra als Erben anerkannt, und Daemon, äh, ja, hier, ihr seid doch die Blackwoods, ihr lasst euch keine Schlacht entgehen, und, äh, auf einmal zählt jetzt euer Eid, und nicht eure, Jahrhundertfäde mit dem Haus Brecken. Ne, und, ähm, Willem kommt dann darauf zu sprechen, dass er, schon, äh, bevor Rhaenyra Selenor geheiratet hat, dass er, äh, da um Rhaenyras Hand angehalten hat, und dass ihm da schon irgendwie, äh, sie als Person imponiert hat, ne, also, vor allem so ihr, ihr Kampfgeist, also die ist jetzt nicht so das, das typische Frauchen für ihn gewesen. Da war ich auch am überlegen, ob man den eventuell gesehen hat, auch schon in der vierten Folge der ersten Staffel. Das willst du jetzt vielleicht nicht mehr wissen, aber da ist eine Szene, also die, die vierte Folge der ersten Staffel, die fängt damit an, dass da alle möglichen, äh, Rhaenyra die Auffahrtung machen. Ja. Unter anderem auch ein, äh, einer, der fast noch ein, äh, minder-, also auf jeden Fall ein minderjähriger Junge ist, der dann von Haus Brecken kommt, also dann, da sagt eben, was er zu bieten hat und er wird dann von der Seite ausgelacht von den Blackwoods. Ja, ich glaub, ich kann mich tatsächlich erinnern, die Szene, ja. Äh, da ist ja auch der Witz, dass dann der Kleinere triumphiert an der Stelle, ne? Ja, es würde für mich tatsächlich Sinn machen, weil ich fand's ein bisschen, äh, schon ein bisschen merkwürdig, dass auf einmal jemand, äh, den man jetzt vorher irgendwie vielleicht nicht gesehen hat, einfach so darüber redet, ja, ich hab übrigens hier, Rhaenyra hab ich schon mal einen Antrag gemacht. Ja. What? Ja. Ja, ich mein gut, da, da waren ja sehr, sehr viele, aber es würde dann so Sinn machen, weil das, da schließt sich dann so einen Kreis und das kommt jetzt nicht aus dem Nichts. Einfach, äh, eine random Person rein aus dem Nichts und hat Rhaenyra mal einen Antrag gemacht. Das macht ja so dann viel mehr Sinn. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass du da recht hast. Ja, das, also ich mein, der Bogen wurde ja auch schon geschlagen in der dritten Folge. Da wurde ja auch schon drauf verwiesen, oder haben wir, ne, Quatsch, da hatte ich drauf verwiesen, äh, dass der Konflikt Brecken versus Blackwood da auch schon, äh, zum Tragen kam, relativ am Anfang der Serie, ne, äh, und, äh, Daemon steigt dann so zumindest ein bisschen in die Unterhaltung mit ein, äh, und meint da so, ja, ja, würdet ihr dann auch, äh, gegen den Willen eures Lords für mich marschieren? Aber so richtig auf die Unterhaltung konzentrieren kann er sich immer noch nicht, denn, äh, ja, hier läuft eine Dame rum aus seiner Vergangenheit in seinem Kopf, die eigentlich schon eine Weile tot ist, nämlich seine, äh, seine tote Frau Lena, äh, sieht er hier als Mundschenk, die erst Lord Strong nachgießt und dann ihm, ja, das war auch wieder schon so echt, also, da, da hab ich mir echt so gedacht, Daemon läuft so langsam echt nicht mehr ganz rund, ne? Ne, der, der ist auf dem Trip jetzt, ja. Also, der, irgendwas hat der, also, aber das, das find ich halt auch wieder so geil, dass sie das so kryptisch halten, ob er das Zeug da jetzt getrunken hat oder nicht, ne? Das, das bleibt deiner Interpretation überlassen und das machen sie ja, das machen sie ja bei Daemon wirklich ganz häufig, dass irgendwas, was er gesagt haben soll, dass das weder bestätigt noch abgestritten wird von ihm, ne? Also, Stichwort hier Erbe für einen Tag oder, äh, hier mit dem, äh, hier Blut und Käse, ne? Muss ich jetzt aber auch nicht weiter ausführen, aber er sieht dann, dass es anscheinend doch eine normale Bedienstete ist und so langsam fällt Lord Strong auch auf, dass mit seinem Gast irgendwas nicht, dass der nicht so wirklich die Sinne beisammen hat, ähm, und Willem scheint das aber nicht zu merken und macht ihm dann so eine Ansage, dass die Brackens müssen bestraft werden und dafür soll Daemon seinen Drachen einsetzen und dann gehören ihm sämtliche Armeen, aber Daemon scheint das, also, der, der ist wirklich, der ist sehr, sehr verwirrt in dieser Szene und Matt Smith bringt das großartig rüber, wie ich finde. Ja, das stimmt, hat er, äh, sehr gut gemacht, ja. Also, das ist auch mal schön, den so zu erleben, ne? Weil, der ist ja in der ersten Staffel eher so ein, also, ich, ich muss halt, ich kann's ja immer, Matt Smith ist einfach eigentlich eine coole Sau in der Serie, Also, auch wenn er eigentlich totales Arschloch ist, aber, äh, das, das Auftreten von dem und diese Rüstung auch, oh, das ist der Hammer, echt. Ja, ist auf jeden Fall auch einer der spannendsten Charaktere, würde ich sagen, von daher ist es, äh, ist schon auch, ja, ist schon gut, dass er, gut, wie er das macht, auf der Wichtigkeit der Rolle bezogen, würde ich sagen. Ich frage mich jetzt da nur so ein bisschen, weil, ähm, es wurde, also, Matt Smith hat ja irgendwie, äh, in den Medien groß bedauert, dass er Miguel Sapochnik hier vom Haken ist und er meinte ja vor allem an Dämens Figur, äh, würde man das merken, dass da jetzt irgendwie ein neuer Einfluss ist, vielleicht, dass Daemon irgendwie verletzlicher dargestellt wird, dass, das könnte es vielleicht sein, aber ansonsten, also, weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass er diese Storyline hier meint wahrscheinlich, ne? Könnte sein, muss ich sagen, bin ich, äh, ein bisschen überfragt, ja, aber vielleicht was in die Richtung, weil er war ja schon vielleicht eher sonst so ein, ja, wie du sagst, ne, weniger verletzlich beherrscht und schon eher, äh, Draufgänger, in Anführungszeichen, so, ne, da ist das jetzt schon ein bisschen so ein, eine andere Richtung, die da eingeschlagen wird vielleicht, aber für mich ist das eine ziemlich, eine schlüssige Entwicklung in dem, was man so sieht, von daher passt das für mich. Ja, wir, wir haben ja auch wirklich den genauen Kontrast zu dem Tully, äh, hier, Oscar, Oscar Tully, den er da vorher getroffen hat, da ist er ja wirklich so, ist mir doch scheißegal, laber mich nicht zu mit dein, mit dein, mit deiner traurigen Kindheit und so, ne. Naja, apropos traurige Kindheit, wir gehen doch immer zu King's Landing und Aegon, der, äh, mittlerweile, das, äh, herumspielen mit seiner Ratskugel zur Kunstform erhebt, so ein bisschen. Also, teilweise hab ich mir gedacht, der holt jetzt gleich den Kreisel aus Inception raus noch irgendwie. Also, hier in der Szene, finde ich, merkst du sehr deutlich, dass die erste Folge und die hier von Alan Taylor inszeniert wurden und, äh, dass Ryan Condell auch beide geschrieben hat, weil, äh, es wird halt wieder hier diese, diese Kugel als Element der Langeweile, äh, inszeniert. Und er hört auch nicht so richtig zu, was seine Lords da sagen. Dabei ist das eigentlich sogar ziemlich wichtig. Oder was heißt ziemlich wichtig? Das sind eigentlich Sachen, die ihm bei den Bittstellern am Herzen lagen, worüber die hier reden, ne? Ah, ich hab's ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ich war so abgelegt von der Kugel. Die hat ja dann auch sich immer so gedreht und immer so dieses Geräusch, immer so, ja, Und, äh, hatte dann mehr so die ganze Zeit, ja, okay, auf Aegon geachtet. Und klar, da wird im Rat die ganze Zeit geredet und wichtige Dinge, ähm, besprochen. Und er interessiert sich halt einfach gar nicht dafür, ne? Ja. Äh, aber erklär mich ruhig auf, worüber es genau geredet wurde. Ja, äh, wenn du dazu gehört hast. Ach Gott, jetzt bin ich wieder in der Erklärbelfase hier. Also, man kann's runterbrechen, hier wird so ein bisschen eigentlich der Bogen geschlagen zu der Szene mit den Bittstellern aus der ersten Folge, wo er sich ja irgendwie erst gönnerhaft geben wollte. Und, äh, äh, hier, äh, ist dann aber eben Thema, ja, hier, die Lords aus dem Fluss landen, die, die, äh, meckern rum, weil, äh, die beanspruchen zu viele Viehherden, äh, um die Drachen jetzt überhaupt satt zu kriegen. Also, das war ja schon in der ersten Folge Thema, dass die eben Zahlung des, äh, reduzieren wollten, ja. Genau, genau, also Zahlung des Zehnten, nennt man es ja, glaube ich. Und, äh, das vor allem, äh, das wegen Vaga ist. Ich glaube, einer der Lords hat das jetzt hier auf jeden Fall in den Raum geworfen und Großmeister Orwell kommentiert das damit. Ja, also, ganz simpel, die versorgen uns oder wir beanspruchen ihr Land. Tilland Lannister meint das, ja, das ist ja gar nicht so eine schlechte Lösung, weil wir haben eh keine Möglichkeit mehr, sie zu bezahlen. Die Blockade mindert aber so langsam aber auch sicher ihre Geldressourcen. Und auch der ganze Krieg, beziehungsweise jetzt Christens Armee, dadurch, äh, wächst eben auch der Bedarf an Schmieden, Waffenmeistern, Gerbern, ne? Also, das sind hier im Prinzip wirklich, also, hier kommen genau die Themen auf den Tisch, für die sich Aegon eigentlich vorher noch interessiert hat. Ja, und in dem vorherigen Zusammenhang aber wahrscheinlich eher so, er will sich noch als guten Königer darstellen, ne? Auch den, den Leuten dann gegenüber. Ja. Ja, genau. Und jetzt aber, wenn es eigentlich dann wirklich darum geht, ist es ihm doch egal. Äh, also, man merkt auch, der lässt die, der lässt sie einfach labern. Und, äh, währenddessen, äh, lobpreisen die dann irgendwie Kristen Cole, der jetzt auch irgendwie erfolgreich ist. Also, du musst du bedenken, das stinkt der Aegon wahrscheinlich auch. Ja. Also, dieser Krieg ist natürlich in seinem Namen, aber Kristen Cole fährt halt auch die ganzen, die ganzen Blumen dafür ein, ne? Also, jede Armee, jede Burg beugt sich ihm, sogar Dämmertal, der Name Königsmacher, der ist auch schon zu ihnen vorgedrungen. Und, äh, nicht nur Kristen Cole, äh, flößt ja wahrscheinlich den, äh, ganzen Häusern Respekt ein, sondern natürlich auch Aemond und Varga, auch wenn die, ja, gut, äh, das fällt auch schon auf, Aemond ist nicht hier, ne? Stimmt, gut, ja, äh, jetzt, wo in der Retrospektive macht es Sinn. Ja. Ist mir da nicht aufgefallen, Aber ich kann auch verstehen, dass du da abgelenkt warst, weil zum einen ist es auch so inszeniert halt in Richtung, äh, also in, in Hinblick auf Aegons Langeweile. Ja. Und dem ist, dem ist ja wirklich so langweilig, dass er sich da seinen Gardisten betrachtet, dem anscheinend auch ziemlich warm ist, in seiner Rüstung. Ja, genau, da hat, genau, das fand ich auch wieder ganz cool, weil da ja vorher Aemond gesagt hat, du hast ja besseres zu tun, dich hier diesen Stiefel lecker oder was, äh, in die Königsgase zu holen. Ja. Und dann hat man wieder genau den Shot, ne, wo er, der steht, da fühlt sich eigentlich irgendwie, ja, wahrscheinlich total unpassend, ich weiß es nicht. Ähm, und Aegon denkt also eher innerlich über nach, was mach ich hier eigentlich, wie läuft das eigentlich gerade alles an mir vorbei? Und begutachtet ihn so von unten nach oben und merkt so, ja, irgendwie, völliger Quatsch so, oder, ne, hab ich vielleicht tatsächlich irgendwie alles nicht so ganz richtig gemacht oder was auch immer. Ja, und da, und da Aegon ein sehr simples Gemüt ist, geht er da nicht einfach wortlos raus, sondern, er stoppt irgendwann die Kugel und das sorgt dann auch plötzlich für Ruhe, also da merkt man, oh, der ist ja auch noch da, ne, äh, und er macht dann wirklich eine klare Ansage, das langweilt mich hier alles zu Tode und ihr langweilt mich auch und geht und der Gardist kommt noch mit und die Szene fand ich auch so geil, also, damit wird ja die Szene ja abgeschossen, fand ich so geil, er geht raus, der Rad steht auf, so rein aus einer heuchlerischen Höflichkeitsgeste, die warten, bis er weg ist, setzen sich nieder und labern so weiter, als wäre nichts gewesen. Ja, das fand ich auch herrlich, ne, eigentlich gar keine Notwendigkeit, dass er halt irgendwie überhaupt da ist, so. Also, sie reden dann auch da weiter, dass sie halt, äh, hier Kristen Cole, da könnten sie auch noch, weil, äh, der plündert und Brandschatz da eh, der kann ja auch noch viel für uns erbeuten, ne, und dann, dann müssen wir ja nix, nix dafür bezahlen, weil wir, wir haben ja, die, die Krone ist ja eh so, so semi-bankrott. Da, da hast du gemerkt, der Rad, der, der hat den Rad praktisch verloren und, äh, ich, ich musste da auch sehr an, an König Robert denken, weil bei dem heißt es auch, äh, der nahm in seiner ganzen Amtszeit, die ja irgendwie, glaub ich, 17 Jahre war, 17 Jahre, wo er auf dem eiserne Thron saß in Game of Thrones, äh, heißt es wirklich über die ganze Serie hinweg immer mal wieder, der nahm an zwei Sitzungen seines kleinen Rates teil. Und der wird wahrscheinlich eh nicht ausgeschert sein und, äh, also auch als dann jetzt Tag zur Hand des Königs berufen wird, da sitzen ja nur noch hier Varys, Littlefinger und Großmeister Pücel und da ist es dann auch so, der, äh, der König sollte doch an den Ratssitzungen teilnehmen. Ja, ne, also wir übernehmen hier die kleinen Aufgaben und so, ne, also sprich, der kümmert sich seit Jahren nicht mehr darum. Wenn du überlegst, zwei Ratssitzungen, also ich denke, selbst Aegon dürfte mehr wahrgenommen haben und das, dass man hier wieder ein gutes Licht auf Aegon werfen kann, ist auch, äh, interessant. Ja. Ja, unter der Perspektive, ja. Aegon begibt sich dann, ja, will, will er sich so ein bisschen aushäumen bei seiner Mutter? Ich weiß nicht, auf jeden Fall kommt er in ihr Gemach und die, da setzt sich das fort, was wir vorher schon gesehen haben, die sucht irgendwie nämlich in Schränken nach Büchern von Viserys. Ja, ich weiß nicht, war es wirklich ihr Gemach oder, ich war mir nicht so ganz klar, äh, weil ich hätte jetzt gedacht. Ach nee, nee, sein, sein Gemach, sein Gemach, genau. Weil er war schon überrascht, dass sie, dass sie dort ist. Das ist nämlich das, wo die Modellstadt stand. Ja, genau, genau. Der hat sich wahrscheinlich dahin zurückgezogen, weil er alleine sein wollte, so ähnlich eigentlich wie in, in der zweiten Folge, wo er da im stillen Kämmerlein vor sich hingeheult hat. Jedenfalls ist Alicent überhaupt nicht, also die, die ist überhaupt nicht begeistert, dass er die Bücher hat entfernen lassen und geht sogar erst davon aus, dass der die hat vernichten lassen und was ich, was ich dann sehr interessant fand, er schickt dann seine Gardisten, die ihn ja auf Schritt und Tritt begleiten vor die Tür und da merkst du auch, die sind total unerfahren, weil zwei von denen laufen fast ineinander und stoßen so zusammen mit den Rüstungen. Oh, die Details. Das ist, das ist echt so schön, diese ganzen kleinen Gesten manchmal. Aber Aegon klärt sie dann darüber auf, ja, hier, ich hab sie ja nur wegräumen lassen und jetzt, jetzt reg dich ab, aber er lässt dann doch ihr gegenüber seinen Frust raus und sagt dann, also irgendwie kümmert es kein, was ich hier denke und sie geht dann direkt darauf ein, ja, was, was, was willst du denn beitragen und von ihm kommt dann nur so ganz stumpf, ja, ich bin halt der König. Ja, ich fand es erst mal spannend, dass sie als Mutter ja schon quasi merkt, irgendwas ist da und deswegen ihn ja fragt, ob ihn irgendwas bedrückt und dann erzählt er das ja quasi so und dass sie dann ihm jetzt auch doch noch quasi so ein bisschen, ja, jetzt Kontra geben kann beziehungsweise, ne, sie ist halt einfach doch noch die Mutter und er ist nicht der, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und verteidigt so ein bisschen die ganzen Männer, die im Rad sitzen, dass sie halt sagt, ja, du, nur weil du König bist, bist du jetzt nicht irgendwie schlau. Alle Leute, die im Rad sitzen, haben sich das verdient, da zu sein, ne, und vielleicht sollte man denen mal zuhören. Ja, man hört auch raus, sie ist irgendwo auch enttäuscht von ihm. Also, er sagt sie ja so spöttisch, ja, glaubst du, die Krone, wenn du dir die aufsetzt, dann erfüllt die dich automatisch mit Weisheit, aber sie hatte zumindest gehofft, dass die Krone, äh, ja, also, dass er halt an der Bürde wachsen würde, dass er, dass er demütig werden würde und, und vielleicht dann auch ein bisschen besonnener und es hätte, ja, es hätte ja vielleicht auch sein können, wenn er nicht direkt in den Krieg ziehen würde, ne, also, man muss ja sagen, der hat sich ja am Anfang, in dieser Szene mit den Bittstellern, hat er sich schon Mühe gegeben, zumindest. Ja, da waren wir, oder ich zumindest, ja noch alle überrascht tatsächlich, dass er da auch wirklich versucht, ein König zu sein, ne. Aber letzten Endes kommt von ihm nichts mehr als, ja, ich bin, ich bin halt der König. Das war auch schon, ähm, das, das hab ich mir in der zweiten Folge durch die Lappen gehen lassen, deshalb muss ich das jetzt hier unbedingt sagen. Da ist ja auch, wo, wo er das, äh, die, die Stadt da zerkloppt von, äh, von Viserys. Da sagt er ja auch so, ja, I'm the King, I'm the King. Und da, äh, wurden viele Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch ich, dran erinnert, äh, es gibt ja dieses legendäre Zitat von Tywin Lannister, äh, wo er, äh, Joffrey darauf in so einer Szene zurückweist, als er irgendwie sagt, ja, ich bin der König, und dann kommt von Tywin so jemand, der sagen muss, ich bin der König, ist kein wahrer König, ne? Ja. Äh, und das siehst du hier dann auch wunderbar gespiegelt bei Aegon, weil du merkst halt, der hat seinen Titel und eigentlich nicht sehr viel weiter, äh, und Alicent, ja, sie ist, das ist auch sehr ambivalent zwischen ihr, weil sie ist auf der einen Seite irgendwie mitfühlend, oder sie, sie versucht sich mitfühlen zu geben, ich meine, es ist ja eh schwierig mit ihr und ihren Kindern, aber auf der anderen Seite ist sie irgendwie auch fast schon ein bisschen spöttisch ihm gegenüber und das spürt er dann auch, aber sie ist dann auch so, ja, was, was willst du denn machen, also von wegen, ich soll meine Zunge hüten, willst du mich aufhängen wie dein Rattenfänger, willst du mich verbannen wie Otto, ja, hör mal, ich hab hier regiert, als Viserys krank war, ich und Otto, ja, jetzt sei mal ein bisschen demütig, weil du hattest, du hast, glaube ich, keine Ahnung, was wir geopfert haben, um dich auf diesen Thron zu setzen, ja, und da hätte ich gedacht, dass jetzt Aegon irgendwie wieder die Nerven verliert, ja, durchaus, aber tut er nicht, ja, aber da ist trotzdem eine interessante Nuance, weil er ringt da um Worte und sagt so von wegen, also what, also was, äh, und da dachte ich mir so, also, weil er, er biegt es dann zwar ab zu, was, was soll er tun, und ich dachte mir wirklich, ich will ja an der Stelle sagen, was ist eigentlich, wenn ich gar kein König werden wollte, ja, dass er etwas anderes sagen wollte, das kann sein, genau, und dass er dann jetzt hier aber das sagt, was von ihm erwartet wird an der Stelle, als König natürlich auch, aber wenn du dich an Staffel 1 erinnerst, der wollte nicht auf den Thron, ja, der hat sich ja sogar versteckt, der hat gesagt, hier, ich hau ab, äh, ins Exil, geh saufen, geh vögeln, und hier, Eamon, du übernimmst die Krone, ne, aber das hat ja alles nicht funktioniert, der wurde, der ein Stück weit wurde der völlig auf den Thron genötigt, äh, er ist dann trotzdem jetzt hier so ein bisschen, so ein bisschen ratlos, und sucht eigentlich halt bei seiner Mutter, und die kann ihm aber auch nichts anderes erwidern, als, ja, tu einfach, was von dir erwartet wird, gar nichts. Ja, ist doch, einfacher kann der Ratschlag nicht sein. Ja, aber der ist halt auch so, das hilft ihm halt auch in dem Moment nicht weiter, also die ist wirklich, das, das ist auch wirklich dann wieder, weil das haben ja auch viele sich gefragt, als er da, äh, am Rumpflennen ist am Ende der zweiten Folge, und das ja keiner sehen soll, und sie ihn dann dabei erwischt, da haben ja dann auch etliche gefragt, ja, warum tröstet die ihn denn nicht, die ist doch seine fucking Mutter, aber da merkst du auch, die hat zwar Mitgefühle, aber die kann es nicht so, das, das ist emotional schwierig, also du, du merkst auch, bei all ihren Kindern merkst du, Alison ist keine gute Mutter, und es liegt auch an ihrer Erziehung, weil die total auf ihren Vater geprägt wurde, ein Leben lang, ne? Ja. Wir wechseln dann aber zu, äh, ja, Alicons Liebhaber, kann man das so sagen? Ja, ich denke. Äh, wobei es da auch ein bisschen, ein bisschen frostig war, oh, das, das kann ich übrigens, Stichwort Liebhaber, das kann ich auch noch ergänzen, äh, weiß nicht, ob du das gehört hast, weil, ähm, das zwischen ihr und Kristen Cole, das wurde ja relativ frostig inszeniert und auch eher so peinlich pikiert in der ersten Folge, also wo sie sich da anzieht und dann plötzlich über das Wetter redet, äh, da wurde was rausgeschnitten und, äh, da ist Olivia Cooke, hat sich da wohl jetzt geäußert und die ist auch nicht allzu glücklich darüber, dass das, äh, gecuttet worden ist. Okay. Also sie, sie nennt es eine animalische Sexszene anscheinend und die hat Ryan Condell rausgestrichen, weil er der Meinung war, ja, das, das erzählt nichts Neues, also die, die ist zwar nicht so glücklich damit, aber sie meint halt, ja, es ist, es ist seine Serie und vielleicht landet's ja als rausgeschnittenes Hähne irgendwo, ne? Also Sexszene rausgeschnitten in House of the Dragon schrägstück Game of Thrones ist ja außergewöhnlich. Ja, vor allem wenn man, ja, wenn man so an die ersten Staffeln Game of Thrones denkt, ich meine, Game of Thrones hat den Begriff mit Sexposition geprägt und, ja, in der letzten Folge war das ja auch alles andere als, äh, Kindergarten, sagen wir es mal so, ne? Also da hat House of the Dragon eigentlich schon die Barriere zum Porno durchbrochen an der Stelle. Absolut, ja. Aber, äh, wir, ähm, wechseln jetzt rüber zu Kristen Cole, äh, der in den, äh, Sturmlanden ist. Äh, dort wird ein Feldlager errichtet, äh, relativ in Sichtweite schon von dieser Burg Rooks Rest, also Kränruh, ähm, und die Männer sind hier aber noch so relativ, ja, wir kommen jetzt erstmal an und wir errichten hier unser Feldlager, also, Gavin wäscht sich da irgendwie auch und Kristen Cole kommt dann aber angeritten und so von wegen, ja, hier, komm, Gewehr bei Fuß und ab in die Schlacht, aber so richtig ernst nimmt Gavin das erst nicht, also, als er zu ihm angeritten kommt und meint, ja, komm, wir haben jetzt hier helllichten Tag und wir greifen besser, besser bei Nacht an, wir machen uns jetzt hier bereit, aber Cole will tatsächlich am Tag angreifen, was Gavin dann aber wiederum für hellen Wahnsinn hält, weil, naja, der hat die Begegnung mit Bela und Mondtänzerin noch nicht vergessen in der dritten Folge, aber du wahrscheinlich schon, oder? Da hast du mich wieder erwischt, ey. Ist ja nicht schlimm. Ja, aber er macht es ja hauptsächlich um, oder beteuert er zumindest dann, dass er das Überraschungsmoment nutzen will und jetzt angreifen will, wo es im Grunde niemand erwartet, wohingegen bei Nacht das irgendwie jeder erwarten würde. Ja, und Cole meint, dass er von wegen hat, hat Gavin die Hosen voll? Nein, er denkt nur rational. Ja. Und eigentlich ist das ja nicht unklug, aber Cole lässt sich davon nicht beeindrucken und deshalb rücken sie aus, beziehungsweise er bildet die Vorhut. Und da kehren wir dann natürlich auch noch mal hin zurück, weil, naja, da merkt man, da braut sich jetzt so langsam endlich mal eine aktive Kriegshandlung auf dem Bildschirm zusammen. Ja. Und ich weiß, du freust dich drauf, aber wir müssen das Ganze vorgeblänken noch vorher abfrühstücken, unter anderem das auf Dragonstone, wo jetzt Rhaenyra eintrifft in Begleitung desjenigen, welchen, der sie da beschützt hat, als sie losgezogen ist nach King's Landing. Und wo ich jetzt erst verstanden habe, dass das anscheinend jemand aus dem Haus Darklyn ist, nämlich Ser Stefan Darklyn. Ja, der Sohn von dem Lord, glaube ich, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau, der ist das. Ah, und hier habe ich auch Duskendale in meinen Notizen stehen. Ah ja. Rhaenyra kommt in die Ratshalle und das ist perfektes Timing, denn dort hält Jace gerade so ein bisschen Kriegsrat in ihrem Namen natürlich. Und ausgerechnet, wo sie reinkommt, sagt er, ja, wir müssen Drachen entsenden. Ja, Drache? Wohin? Ja, genau. Was geht denn hier ab? Komm mir gerade mal rein und hier tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Alle stehen dann aber natürlich sofort auf. Also das ist immer noch ein bisschen, ich meine, sie ist immer noch die Königin, ne? Und Jace klärt sie dann auf. Wir brauchen, um unsere Vasallen zu unterstützen, die jetzt hier Krieg in Rhaenyras Abwesenheit führen, also sprich dort auf Rooks Rest, brauchen wir jetzt die Drachen. Und Rhaenys führt dann auch noch weiter aus, dass eben Colts Herr um die Häuser Rosby und Shurwärth angewachsen ist und dass die auch mittlerweile Duskendale, also was wir da gesehen haben tatsächlich mal, dass das gefallen ist. Und diese Darklins haben sich dann mittlerweile auch zu Aegon bekannt. Die Verweigerer wurden hingerichtet, heißt es. Und ja, das Heer wird immer, immer, immer größer. Und da kommt dann eben zum Tragen, was wir schon sagten, dass, ja, hier Ser Staphon nach seinem Vater fragt auf Duskendale und dann erfahren muss, dass der von Kristen Cole hingerichtet wurde. Ja, er hat sein Eid eingehalten und dafür mit seinem Kopf bezahlt. Ja, der war ja auch sehr pflichtbewusst, das hat man ja gemerkt, der war ja da, also der hat das Knie nicht gebeugt und so viel hat Cole da jetzt auch nicht geköpft. Also das war ja wirklich so, alle sollen es sehen und dann wird schon der Zug irgendwie durchgehen. Das war so ein bisschen wie bei Daenerys, als die hier den, hier dem, dem Vater von, von Samuel Tarly und dessen Bruder, als sie denen vorne wahrstellt, die eigentlich keine ist und sobald die dann eingeäschert sind, gehen die dann alle zugrunde, ne? Also, fallen alle auf die Knie vor Daenerys. Ja, ja. Aber gut, das gehört jetzt nicht hierhin. Äh, jedenfalls will Jace, äh, also der ist auch so ein bisschen verstimmt, wo seine Mutter denn die letzten Tage geblieben ist, denn die ist ja wirklich verschwunden, ohne ein Wort zu sagen. Ja, und Rhaenyra, äh, kann dann eigentlich auch nicht mehr großartig damit hinterm Berg halten und erzählt eben von ihrem Trip nach King's Landing, dass sie dort in disguise, äh, Alicent getroffen hat und der Rat ist einigermaßen entsetzt, dass sie das über ihren Kopf hinweg einfach so getan hat, dass sie nichts von sich hat hören lassen und dass das auch in ihren Augen ziemlich dumm und unvorsichtig war. Das ist ja auch im Internet so ein bisschen umstritten, wie, wie hast du das denn eigentlich, den, den Schachzug von ihr empfunden, dass sie da Alicent treffen will, weil das gibt es nämlich im Buch nicht. Ah, das ist interessant. Ja, ich fand das ein bisschen merkwürdig, tatsächlich. Also ich kann, äh, die Motivation kann ich, finde ich absolut super. Sie sagt ja auch, ne, sie, sie musste einfach Gewissheit haben, bevor ich hier mit meinen, äh, Drachen und irgendeiner Armee anfange, irgendwelche super martialischen Kriege anzufangen, äh, dass ich wissen muss, es gibt keinen anderen Weg und das finde ich sehr schlüssig und finde ich auch super, super gut und passend in, äh, Richtung auch, dass, ja, der, ein Drache ist wirklich, also das letzte Mittel der Wahl für sie. Ja. auch wenn sie natürlich, ähm, sehr präsent sind, aber es ist wirklich für sie auch absolut grausam und das letzte Mittel und darum verstehe ich absolut die Motivation. Aber ich finde, es war auch ein absolut, äh, schon einfältiger Plan, ja, also sich da irgendwie zu verkleiden und dann da mit reinzulaufen oder, äh, das hat mir auch alles ein bisschen zu leicht funktioniert, so, aber das, ja, obwohl ich muss, ich hätte sie als Septa auch nicht erkannt. Gut, über Sinn und Zweck kann man streiten, aber, äh, ich fand es schon geil inszeniert, also auch, wie sie sich da als Septa unter die anderen Septas mischte, also da dachte ich mir echt so, äh, das hat schon was von Assassin's Creed. Ja, das stimmt. Und ich fand auch die Szene ja mit ihr und Alice sind halt super wichtig und, äh, und toll. Ähm, nur ich fand es auch in dem Moment ein bisschen merkwürdig, dass es in Anführungszeichen so einfach funktioniert, ja, aber da kann ich absolut drüber wegsehen. Aber du hättest jetzt, also das hat dich jetzt gerade auch überrascht, dass das nicht in der Vorlage so, äh, passiert? Ja, schon. Also, weil woher weiß denn in der Vorlage, weiß in der Vorlage denn Alice denn überhaupt von, ja, dass eigentlich halt Ergon der Eroberer gemeint war und so weiter und nicht, äh, jetzt Ergon der Zweite? Oder, weil woher werden dann die Zweifel in ihr gestreut, die sie jetzt ja auch hat? Ähm, das ist eine Frage. Oder passiert das vielleicht einfach gar nicht? Das hat da, das hat dahingehend nicht so viel Tiefe. Ja. Du musst bedenken, äh, in der Vorlage wird ja alles über anekdotische Wahrheiten erzählt, ne, ähm, und keiner kann in Alicons Kopf reingucken und ist wahrscheinlich auch nicht so nah an ihr ran. Also, das sind ja alles, ja gut, hier der, der Hofnerpilz, der sonst einen Quatsch erzählt, äh, also, der ist ja eine der Quellen im Buch, ne, also, der könnte vielleicht noch da irgendwie was drüber wissen, weil der kriegt halt mehr mit, äh, von den feinen Lords und Ladies, als die denken. Bei Rhaenyra, also, ich, ich find's auch schlüssig, auch ihre Argumentation jetzt hier, dass sie meint, also, nicht nur, dass Drachen das letzte Mittel der Wahl sind, sondern auch, dass sie, das, das meinte sie ja auch schon in der dritten Folge zu Mysaria, dass es Krieg geben wird oder geben könnte, ist ja eine Gewissheit. Aber wenn sie eine Möglichkeit sieht, den zu verhindern, dann sei es ihre Pflicht als Herrscherin, alles daran zu setzen, äh, dort sämtliche Hebel in Bewegung zu setzen. Ja. Weil sie hat immerhin 80 Jahre Frieden von ihrem Vater geerbt und sie will das nicht einfach so wegwerfen, ne? Also, damit, äh, schädigt sie ja letzten Endes auch noch das Erbe ihres Vaters. Und sie hat aber jetzt doch durch die Begegnung mit Alicent die Gewissheit gewonnen, entweder kämpfe ich hier um meinen Anspruch oder ich gehe zugrunde. Und, äh, das hört dann ihr Rat gerne, besonders Jace und sagt, ja, yo, wir sind alle bereit, sag, was geht, wir sind für dich da. Beziehungsweise, wir setzen uns auf unsere Drachen. Und, äh, Rhaenys meint dann hier, äh, Kristen Cole, dem seine Siege, die haben den jetzt noch weiter bestärkt und der marschiert jetzt auf Rooks Rest. Und das versteht Rhaenyra nicht so wirklich, auch im Hinblick auf Duskendale, warum die so kleine Burgen angreifen und nicht jetzt zum Beispiel Harrenhall. Und in der Szene fand ich interessant, dass da, also die hat zwar kein, äh, keine Zeile Text, aber da sieht man ganz kurz Mysaria im Hintergrund, die genau zuhört an der Stelle. Ja. Wie hast du das interpretiert? Äh, naja, ich meine, die wird ja zur Meisterin der Flüsterer. Das, das ist ja schon so inoffiziell eigentlich schon ihr Titel. Okay. Die ist es, die ist es halt gewohnt auch irgendwie genau Informationen aufzuschnappen. Also die hat ja, wie Laris hat die gelernt zuzuhören. Ja. Ganz genau zuzuhören. Und ja, wer weiß, also ich, ich will jetzt auch nicht zu viel im Hinblick auf die Vorlage vorwegnehmen, aber da könnte vielleicht noch was draus erblühen. ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich fand es immer sehr gut, dass man ganz oft ja einmal so ein, okay, was passiert in Königsmund und was ist da gerade die Strategie? Und was passiert jetzt in Dragonstone? Was ist da die Strategie? Und das hat so ein bisschen geholfen, jetzt auch, dass Rhaenyra es nicht sofort verstanden hat, was der Plan ist, dem Zuschauer auch nochmal zu erklären, deswegen ist das der Plan. Ja, ja. Das habe ich beim ersten Mal gucken auf jeden Fall auch nicht gerafft. Äh, und dadurch, dass man das dann halt nochmal wiederholt, in einem nicht zu offensichtlichen, in einer zu offensichtlichen Inszenierung, fand ich das so eigentlich sehr gut gelöst, dass man so dem Zuschauer nochmal ein bisschen hilft, äh, das nochmal zu erklären. Das ist, also ja, vor allem ist es jetzt nicht eine Eins-zu-eins-Wiederholung. Wir erörtern ihr das eben unter dem, also wie du schon meintest, die wollen die vom Festland abschneiden und Cole weiß vor allem auch, dass sie kein Heer auf dem Festland haben und dass sie dadurch besonders angreifbar sind beziehungsweise dem eigentlich nichts entgegenzusetzen haben. Also, sprich, dass, dass der immer weiter vorrücken wird und dass der wahrscheinlich auch in den Kronenlanden nicht Halt machen wird. Und deshalb meint Jace, ja, landet er an dem Punkt eigentlich, äh, an dem Rhaenyra reinkam, wir müssen jetzt endlich mal Drachen schicken. Äh, Rhaenyra, ja, da kommt jetzt das durch, was vielleicht auch dieser Blackwood bei ihr gesehen hat, durchaus jetzt eine gewisse Entschlossenheit auch für den Kampf und sagt dann auch, ja, also auch ihr hier, meine Vorsicht wurde für eine Schwäche gehalten und diejenigen, die das dachten, zumindest auf der anderen Seite, die werden jetzt ihr Blauswunder erleben, denn sie will, äh, in bester Tradition von Aegon, selber losfliegen. Habe ich mir auch gedacht. Oh, komm. Und das, ja, aber das, das ist wahrscheinlich, wenn du jetzt überlegst, das ist genau die Reaktion, die Lord Laris, äh, sich erhofft hat, dass die so eine Impulshandlung irgendwie walten lässt. Aber sie hat Gott sei Dank genug, die dagegen protestieren, vor allem ihr eigener Sohn, macht ihr das klar, wenn du drauf gehst, dann ist alles verloren. Aber, äh, Rhaenyra meint dann, ja, was, was ist denn die Alternative, dass ich jetzt hier auf meiner Burg sitze und zusehe, wie wir einen Drachen nach dem anderen verlieren. Äh, Jace, dass sie ihn schicken soll, das lehnt sie erst recht ab. Zwar mit der Begründung, ihm fehlt die Erfahrung, aber, wie in Folge 2 wahrscheinlich, die will nicht noch einen Sohn verlieren. Na, und das, das kann man ja auch nachvollziehen. Vor allem wäre das dann auch sehr ähnlich, also, wenn da jetzt noch ein Drache auftaucht, wie wir dann ja, später gleich sehen, das wäre sehr ähnlich zu Luceres. Ja, absoluter Beschützerinstinkt, ne. Aber sie hat auch recht, ne, äh, weil er, er ist, äh, unerfahren und auch sein Drache. Wer aber sehr kampferprobt ist, ist Malus, der größte Drache, äh, den sie haben und der gehört ja Reynus und die tritt hier nun vor, ihr müsst mich entsenden, ich will mich Cole stellen und, ja, Reynus rettet dann hier echt so ein bisschen den Tag. Also, die ist generell in der ganzen Staffel bisher, also, vor allem in Folge 3 und jetzt auch hier, die ist so langsam einfach echt der heimliche Star der Serie, so ein bisschen, ne? Ja, ja, absolut, finde ich auch, äh, in jeder Szene einfach entschlossen und es ist klar, äh, dass sie auch eine gewisse Aura und auch eine gewisse Ehrfurcht erfüllen kann gegenüber anderen und Leute sie respektieren und sie ist, ja, weiß, was sie tun will, weiß, wie sie helfen kann. Äh, ich finde sie auch, äh, super Charakter. Ja, ich finde es auch sehr schön, äh, dass jetzt hier Corlys auch mit in der Szene ist und also, weil, ähm, du könntest ja, also, wenn du dich erinnerst, wie respektvoll die waren, als Corlys da in den Ratsraum kam, mhm, da könnte man jetzt auch sagen, oh ja, die behandeln dann jetzt irgendwie Reynes mit Respekt, weil ihr Mann ist ja eine Respektsperson, ne? Aber die weiß sich schon durchzusetzen und die hat auch schon mehrere Male hier ein Machtwort gesprochen, äh, und es macht auch Eindruck auf Rhaenyra, was sie hier sagt. Rhaenyra ist zwar erst überrascht, aber das fand ich dann auch toll, dass sie das gar nicht mal aussprechen muss, sondern dass sie eigentlich über, über, über ihren Blick zu Reynes ihr klar macht, yo, du kriegst jetzt mein Go. Ja, also sie sagt dann ja, ey, mich musst du schicken und ich werde Kraut entgegenstehen, aber danach wird, glaube ich, nicht mehr gesprochen und es gibt, äh, ja, eigentlich nur, ja, fast schon, ich glaube, so ein bisschen melancholische Musik im Hintergrund tatsächlich und Blicke werden ausgetauscht, die schon so ein bisschen Foreshadowing dann betreiben, würde ich sagen. Ja, also auf jeden Fall, dass jetzt, ja gut, ich meine, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns hier, äh, die uns hier lauschen, äh, die haben ja, hoffe ich, die Folge gesehen, ansonsten geht jetzt nach zwei Stunden vielleicht raus aus diesem Spoiler-Talk. Bisschen spät. Bisschen spät als nie. Ich mache auch keine Spoiler-Warnung mehr, ganz ehrlich, Recap, das ist, äh, selbsterklärend, vor allem bei der Lauflänge. Ähm, also das, das ist, man spürt schon, dass jetzt hier ein großer Auftritt von Reynes kommt, aber das ist eventuell, ja, auch die Abschieds-, also so der Schwanengesang sein könnte, ne, weil die ist ja auch nicht mehr so jung, ne, wobei sie hat ja trotzdem mächtigen Drachen, aber ich bin absolut Team Reynes, aber ja, wir kommen jetzt tatsächlich, so hier ist jetzt endlich die heiße Phase erreicht von der Folge, ne, also die ist ja, äh, wir hatten ja im Vorgespräch, hattest du ja zu mir gemeint, weil ich ja, äh, groß angeteasert hatte, dass diese Folge endlich mal ihrem Titel gerecht wird, beziehungsweise, dass der Programm ist und du hattest dann vorhin auch zu mir gemeint, ja, also da ist aber schon viel Dialog, ne. Naja, das habe ich ja nur gesagt, weil du, äh, Notizen gemacht hattest und dann gesagt hattest, bei der Folge bist du schnell durch, weil da wird nicht so viel geredet. Ja, ich, ich hatte es auch ein bisschen, ein bisschen falsch im Hinterkopf, aber, äh, und die Lauflänge war ja doch auch eine Stunde, also. Ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es auf jeden Fall angerichtet. Ja, du hast schon recht, also, es gibt eine relativ melancholische Musik und dann auch eine relativ lange Montage, äh, wo wir zuerst Egon allein in seinem Zippen, allein sehen, der sich Wein eingießt und dann so, rein so, äh, äh, for sport, diese Karaffe einfach runterschmeißt. Also, der, der hat ja eh irgendwie so ein Fimmel, Sachen kaputt zu machen, aber man merkt, in seinem Innern brodelt es und da bricht dann was aus und, äh, ja, er springt dann auf, geht über die Scherben und dann bekommen wir eben diese Montage, die sich jetzt abwechselt zwischen drei, äh, Schauplätzen eigentlich, nämlich zwischen Rhaenyra, die mit Jace redet, zwischen Rhaenys, die sich, äh, bereit macht, Maelys zu besteigen und dann aufzubrechen und Egon, äh, der in die Drachengrube geht, wo wir zum ersten Mal seinen Drachen Sonnenfeuer sehen. Im Buch heißt es, dass er wirklich zu den Schönsten überhaupt gehört und er ist golden. Den haben wir, den haben wir wirklich vorher, glaube ich, noch nie gesehen, meine ich, ne? Ne, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich habe auch, glaube ich, noch nicht mal unbedingt den Namen vorher gehört. Also, in der Serie jetzt oder so, oder? Ja, er, er, er hatte, er hatte schon in der dritten Folge gesagt, dass er, dass er mitkommen wollte. Also, da hat er eigentlich eine ähnlich, ähnlich dumme Idee gehabt für Rhaenyra von wegen, hier, der König zieht jetzt persönlich ins Feld auf den Drachen. Ja, aber bevor wir da einsteigen, ich muss sagen, das ist meine absolut Lieblingsszene in der ganzen Folge. Ja. Die jetzt, diese Montage, ähm, also bevor der, bevor die ganze Action kommt und so. Ja. Äh, weil ich finde, die ist einfach, äh, ganz großartig gemacht, wie jetzt erst angefangen wird. Ähm, reden ja jetzt Rhaenyra und Jace in der Bibliothek. Oder, ich glaube, es war eine Bibliothek, ne? Ja, ja. So, mit den Schriftrollen und so weiter. Licht fällt von da hinten ein. Ich weiß nicht so ganz, vielleicht weißt du das, ja, da ist ja so ein, im Hintergrund steht ja ein Drachenkopf dann auf so einer Art Altar. Hat mir jetzt nichts gesagt, natürlich, darum frage ich jetzt als der gemeine Zuschauer, ist das jemand Besonderes gewesen? Weißt du da was? Ähm, da wüsste ich jetzt nichts. Das kann aber einfach theoretisch einfach nur eine Büste sein. Ja, kann sein. Ähm, oder auf, oder ein Drachenschädel, aber es referiert auf jeden Fall, also es ist kein Zufall, dass das im Hintergrund ist, weil das referiert eindeutig die Szene, wo Viserys Rhaenyra am Ende der allerersten Folge eingeweiht hat. Ja. Das war vor dem gigantischen Schädel von Balerion im schwarzen Schrecken, ne? Alan Taylor spielt hier eindeutig mit Reminiscenzen. Ja, sie will Jace sprechen und der legt sofort ohne Umschweife los, dass er jetzt kämpfen will. Er will für ihren Anspruch kämpfen, er will für seinen Anspruch kämpfen und sie gibt sich dann aber eher so als die liebevolle Mutter und sagt, es ist jetzt Zeit, dass ich dir was erzähle und das hätte ich eigentlich schon längst tun sollen, als du mein Erbe wurdest. Und dann klärt sie ihn eben auf, reißt es jetzt mal kurz ab, weil es ist, also es ist schon wirklich sehr, sehr toll über diese Montage gelegt, ne? Da auch sehr auffällig, als sie von Aegon dem Eroberer redet, wird Aegon in der Rüstung gezeigt. Ja. Ausgerechnet in dem Moment, ne? Ja, das war meine absolute Lieblingsszene. Und er wird da ja, wenn ich's richtig verstanden hab, ja auch in der, genau, in der Rüstung eben angelegt und die Bildsprache, wie sie halt das erzählt, gleichzeitig wird das gerade so gezeigt und alles schmiegt sich so ineinander ein. Ich musste da, wir hatten ganz kurz im Vorgespräch gefragt, ob ich Foundation gucke. Guck ich. Absolut geile Empfehlung. Ich musste da genau an eine Szene denken, wo die Bildsprache sehr ähnlich war, einfach nur durch die Kameraarbeit. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber sie stehen auch in so einem, in dem Thronsaal-Äquivalent und jemand ist der Verräter und die Kamera schwenkt genau in der Sekunde auf diese Person, während das gesagt wird, ohne dass die Hauptperson es weiß. Und nur durch die Kameraarbeit wurde das halt gezeigt und ich fand das hier sehr ähnlich, auch wenn's vielleicht ein bisschen offensichtlicher war, aber das fand ich großartig. Das ist fantastisch inszeniert hier. Also das ist Rhaenyra die ganze Zeit aus dem Off. Das ist, ich muss auch sagen, also Emma Darcy, also wer hier noch sagt, er wird nicht warm mit der, den kann ich nicht verstehen. Also die hat auch, die hat auch so eine Würde in der Stimme einfach, als sie das ihm erzählt. Ja. Schon in ihrer Art zu sprechen einfach, die bringt es großartig rüber. Ja und sie erklärt ihm eben, also hier jeder Targaryen, der König wird, der ist nicht einfach nur Herrscher, sondern er ist Beschützer und eben dieses Geheimnis wird seit Aegon dem Eroberer weitergegeben und sie hat es ihm nie erzählt, meint sie dann, weil sie bis zu einem gewissen Punkt eigentlich eher so am Hadern war, ob sie das so wirklich glauben kann. Aber so mit den Jahren und natürlich auch dem Vertrauen von Viserys hat sie dann verstanden, ja, wie wichtig das ist, dass die Targaryens als die großen Beschützer das Reich gegen den gemeinsamen Feind eben hinter der Mauer einen müssen und sie allein wurde von Viserys dazu fähig gehalten und bekam deswegen auch diese Position. Also es geht nicht nur um die Krone, sondern auch darum, das Reich zu beschützen und sie nennt es dann gegenüber Jace eben, ja, den Traum von Aegon dem Eroberer, das Lied von Eis und Feuer und, ah, das ist in der Montage wirklich so klasse, weil wir haben hier nicht nur Raynus, die sich auf ihren Drachen Maelis begibt, wir haben Aegon, der auf Sonnenfeuer davon reitet, auch wirklich dann in der Luft, oh, das ist wirklich, also die Drachen, die sehen dermaßen geil aus in dieser Staffel, also da, da haben sie richtig nochmal Budget drauf gebuttert. Und jetzt auch schon wieder mitten am Tag, ne? Ja! Und es werden mehrere Drachen, also ... Es sieht so gut aus. Was ich nur ein bisschen schade finde, das hatten wir in der dritten Folge gelobt bei der Kameraarbeit von Jita Waysen-Patel und ihrer Kamerafrau, da hatten wir POV-Shots, wie Leute auf Drachen sitzen, also dass du wirklich die Kamera so hast, dass das ist, als würdest du als Zuschauer im Drachensattel sitzen und das hätte ich fast noch lieber in dieser Inszenierung gesehen, muss ich zugeben. Ja, ja, vor allem, weil, also das Einzige, was nicht so geil aussah, jetzt, ja, aber noch auf hohem Niveau, aber immer wenn eine Person, die einen Drachen reitet, vor einem Blue Screen saß, war es schon sehr offensichtlich, so. Und das hätte man vielleicht damit ein bisschen umgehen können, aber, äh, ja, also das fand ich wirklich, muss ich sagen, Details. Also es sah absolut großartig aus und wie du gerade schon sagtest, in der Inszenierung auch immer die Spiegelung, Gegenspiegelung, wie sich beide so fertig machen, annähern, losfliegen. Rhaenyra erzählt die ganze Zeit drüber, äh, Traum, Traum. War geil. Ist wirklich, also auch, äh, parallel sehen wir dann ja auch, wie, äh, das, äh, Herr von Christen Cole auf Rooks Rest marschiert und da dachte ich mir echt so, wow, also das könnte jetzt auch bald aus Gladiator sein. Ja. Äh, Rooks Rest machen sich bereit für den Angriff und die Zehner mit mindestens irgendwie 1500 Mann. Und, ähm, noch ein interessantes Detail zu Aegon, ist dir aufgefallen, dass der vorher Wein trinkt, als der sich auf, bevor der sich auf seinen Drachen begibt? Ja. Und dann schwankt er auch so leicht auf dem Rücken, als er losfliegt, ne? Äh, er hat sich ein bisschen beschwipst, damit das, äh, durchziehen kann. Ja. Der Einzige, der vor einer Schlacht was säuft, äh, Bronn und der Hound. Und das sind halt, äh, ja, versierte Männer, ne? Also, du hast schon recht mit den Blue-Screen-Aufnahmen, das fiel mir auch auf, vor allem dann auch später hier bei, äh, also vor allem bei Raines auf Malis fällt mir das auf. Ja. Aber, äh, es ist trotzdem wirklich, also, auch die, die Armee, die wir da jetzt sehen, das ist wirklich, das ist kinoreif. Die Schlacht beginnt jetzt, Cole greift Rooks Rest an, äh, die schieben auch schon in Rambock voran, Rooks Rest die Antworten mit Bogenschützen und wir haben wirklich, wir haben hier ein Schlachtpanorama, wirklich schon, also natürlich kommt es auch aus dem Rechner und sie kaschieren es auch durchaus so ein bisschen mit, ja, nicht mit, nee, nee, nicht mit Nebel, sondern später mit dem Rauch, aber es sieht trotzdem verdammt gut aus alles, wirklich. Ja, also da hatte man, fand ich, wieder so, äh, Feelings in große Schlachten aus Game of Thrones und so weiter, das war absolut, war einfach toll, ja, und dann halt immer mit den Drachen dann, die halt dann im Hintergrund oder wie auch immer im Vordergrund dann, ja, teilweise gar nicht den ganzen, in den, in den Frame einfach reinpassen, ne, so teilweise kommen dann irgendwelche Drachenfüße oder so und die füllen einfach den ganzen, den halben Bildschirm aus, weil die so groß sind, ja, äh, find ich auch klasse inszeniert und dann gibt's noch, äh, gleich wie so ein paar Slow-Mo-Shots und so, das, naja, passt alles sehr gut Hand in Hand und sieht absolut klasse aus, ja. Ja, also das, du musst dir einfach immer wieder klar machen, das ist Fernsehen und das vergisst du, 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 du vergisst, dass das eine Serie ist eigentlich. Also House of the Dragon sieht auch noch mal einen Tacken, äh, filmischer aus, allein schon halt durch, durch das andere Bildformat, halt so ein bisschen mit Widescreen, aber auch nicht zu viel. Das, äh, setzt noch mal Game of Thrones eine Schippe drauf, also die haben ja auch mehr Budget, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber House of the Dragon, eine Folge kostet in etwa doppelt so viel wie damals eine Folge Game of Thrones. Sie haben da einfach jetzt mehr, was sie, was sie verwenden können und man merkt, sie haben auch für diese, also es ist ja letzten Endes das Mid-Season-Finale hier, man merkt auch, hier ist jetzt wirklich auch eine gewisse Wucht in der Inszenierung, auch die Musik von Javadi, das, das könnte auch zu einem Kinofilm sein, ich meine, er macht ja auch Kinofilme, ne, aber, äh, ja, die Schlacht ist im Gange und dann, äh, kommt Malice mit ins Game, beziehungsweise, sie sehen, also die Soldaten sehen erst so einen kleinen, schwarzen Punkt am Horizont, aber wissen sofort, es ist ein Drache, es bricht Panik aus und wer auch, äh, einigermaßen wütend ist, ist Gavin, der kommt auf Cole zugeritten, der nur da relativ am Rande steht und, äh, dann meint, ja, ach hier, die Darklins, äh, die da jetzt für uns kämpfen, ja, die sollen irgendwie durchbrechen, aber hier, wir müssen in erster Linie den Drachen ablenken und sagt dann, hier, wir geben jetzt ein Signal ab und alles verläuft nach Plan und Gavin hat aber natürlich keine Ahnung, was für ein Plan, hattest du so ein Gefühl, was da kommen könnte? Äh, zu dem Zeitpunkt, nee, nee, glaube ich nicht. Also hat's dich, hat's dich kalt erwischt dann mit, äh, ja, also es macht er dann natürlich, also Gavin ist ja irgendwie super sauer und sagt dann auch, ja, wir können auch gleich mit Fanfaren angreifen, mit was wir hier starten und dann, äh, Cole macht dann halt das Signal und dann schicken sie das Signal raus mit, ja, Trompeten oder mit Feuerpfeilen. Ja, erst Feuerpfeile, genau, dann wird es ja nochmal weitergeschickt, Hornbläser, genau, äh, über was auch immer, welche Entfernung und dann erhebt sich halt so in den, in dem, äh, Unterholz erhebt sich dann irgendwie langsam so aus der Entfernung, ja, Flügel und, äh, Eamon sieht man und Varga und, äh, erheben sich da und hatte ich, äh, nee, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber macht er nicht Sinn mit, was du sagtest, dass er vorher im Rat schon abwesend war, ne? Ja, ja, genau, genau, ja, das ist mir auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, aber, äh, vor allem, als ich das das erste Mal gesehen habe, also klar, man kennt natürlich diese Bestie von Varga und die wird ja auch immer dementsprechend inszeniert, also, äh, am Ende der, der ersten Staffel kann ich immer wieder sagen, das hatte was von Godzilla, da im, im, hier auf Sturmkapp, wo man nur so die, die Silhouette gesehen hat, ja, aber hier, ich hatte wirklich, also, auch weil es halt, Hals im Wald war, ist nochmal was anderes, äh, das hatte, also, ich hatte Vibes von Jurassic Park, also, es war wirklich, ja, nee, also das, boah, dieses, dieses Viech ist unfassbar, wirklich unfassbar, aber, äh, Eamon muss dann Varga noch im Zaum halten, die legt sich dann auch nieder, denn er, äh, sieht zu seinem Ärger, äh, äh, also als, als er sich eigentlich schon erheben will mit Varga, Eamon, sieht er über seinem Kopf plötzlich seinen Bruder, also Aegon auf Sonnenfeuer über sich hinwegsegeln oder fliegen, äh, und ist darüber einigermaßen angepisst, weil er sich so denkt, ach, du Scheiße, du Idiot, du hast es wirklich getan. Du willst auch draufgehen, ne? Ja, du, 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 ich, ich muss, ich muss gar nicht nachhelfen, ne? Ich muss gar nicht nachhelfen. Ich wollte das irgendwie in der stillen Ecke mit dir machen, aber, äh, ja, es, es geht auch so. Und deshalb muss ich Varga erst mal wieder niederlegen und, oh, Alter, ey, da siehst du dann auch so diese, diese, also wie gesagt, ich musste, ich musste an Jurassic Park denken, es tut mir leid, wirklich. Ich hab mich nur gefragt, wie versteckt sich so ein Riesendrache? Wer hat das ganze Holz da draufgelegt? Oder die ganzen Blätter oder was auch immer? Aber, na gut. Ja, Moment, 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 das war ja hinter den Bäumen einfach nur, ne? Ja, kann sein. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er schon. Die ist ja, die hat ja auch so eine Farbe. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und das ist ja wirklich, also, ja, ich mein, die ist jetzt nicht im Tarnmodus oder so, aber, äh, der liegt da eben mit ihr auf der Lauer. Also, in, 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 in den Kampf kann er sich noch nicht stürzen, noch nicht. Stattdessen entscheidet, äh, bislang Rhaenys den Kampf für sich. Die fängt nämlich jetzt an, die Armeen am Boden einzuäschern. Das bemerkt dann auch Aegon auf Sonnfeuer und der, äh, sagt dann, ja, komm, jetzt fuck it vorwärts, auf, Maelys drauf. Gavin und Cole sehen das vom, vom Boden aus und sind dann eigentlich ganz entgeistert und Gavin meint dann, das ist jetzt nicht euer Ernst. oder das war also euer toller Geheipplan, den, den König in die, ins Fahnenkreuz zu schicken. Und Cole merkt man auch, ja, nee, das war's eigentlich nicht und deshalb, ja, hier, mehr Signalpfeile und wo bleibt Aemond? Aber, das tut er, das mummelt er sich eher so in den Bart, als er zum Angriff pfeift, denn das tut er jetzt. Er reitet vor sein Heer und hält dann wirklich so eine kurze Rede in bester, äh, Braveheart oder Spartakus-Tradition. Wow, hatte das eine Wucht. Wirklich. Also, als die da angreifen, das ist Wahnsinn. Also, da sie, da siehst du auch erstmal wirklich, wie groß dieses Heer ist, ne? Ich fand's auch cool, wie Cole einfach so komplett überrascht und ihm so die Gesichtszüge entgleiten und sag, okay, hier ist irgendwas richtig schiefgelaufen. Das war überhaupt nicht die Idee und versucht es jetzt irgendwie zu retten, äh, dass er halt, ja, mehr Signalpfeile und einfach seine Truppen versucht, irgendwie zu motivieren nochmal oder mehr zu motivieren nochmal und jetzt halt, äh, richtig anzugreifen und loszulegen. Ja, er motiviert seine Truppen vor allem damit, der König ist eingetroffen, ne? Und der König ist ja wichtig für die Moral, Äh, äh, ich mein, die sehen ja da den Drachen, ne? Also, die stürzen sich ja nicht einfach so ins, ins, ne? Und die sehen ja schon, wie die, wie die Darklins da am Verbrennen sind, aber, ja, dann, dann muss er eben die motivieren, für den einzig wahren König Aegon zu kämpfen und dann geht's endgültig vorwärts, äh, und ja, natürlich, sie, sie haben hier eine große Armee, sie kaschieren das auch mit dem Rauch, das ist natürlich, also, da kommt natürlich CGI zum Einsatz, aber es sieht wirklich, also, teilweise denkst du, das ist ein Ridley-Scott-Film hier, das hat so eine Wucht, also, auch Javadi haut hier richtig dann im Score raus, ne? Also, da, da, da lässt er richtig die Muskeln spielen, was das angeht. Und, äh, während am Boden, äh, der Krieg ausbricht, tut es das im Himmel auch, nämlich, es geht jetzt Reynus und Maelus gegen Aegon und Sunfire. Aegon setzt dann, glaub ich auch, äh, Dracarys ruft er auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall. Er versucht Reynus, äh, mit Feuer beizukommen, aber Maelus, also ihr Drache, weicht relativ aus und Aegon ist dann auch so ein bisschen verwirrt, wo die so schnell hin ist und da merkt man sofort, Aegons Drache und auch er, die sind so unerfahren, ne? Ja, es ist so wahrscheinlich, das haben sie noch nicht so oft gemacht, ne? Nee, überhaupt nicht. Im Vergleich zu dann, äh, Reynus, die halt super erfahren ist und, äh, wahrscheinlich könnte, äh, Meleys, sie hell, äh, quasi alleine führen und andersrum und, äh, kennen sich in- und auswendig und wissen, wie man Kriege führt und, äh, hier müssen sich die beiden doch erstmal noch, noch finden und das wirkt nicht so gern, ein bisschen unbeholfen noch alles, ne? Ja, genau das macht sich jetzt, äh, Reynus auf Meleys, äh, also dadurch verschafft sie sich einen Vorteil, denn sie greift von unten an und erwischt Aegon damit richtig, also auch Sunfire erwischt sie damit richtig kalt, äh, Meleys gräbt wirklich ihre Klauen in Sunfire, der verliert dann dadurch prompt an Höhe, also wirklich dramatisch schnell an Höhe, kann sich so gerade eben noch vor dem Aufprall retten, aber was ich dann richtig geil fand und was auch richtig Wucht hatte, wie, also wie dieser Drache fast, äh, auf den Boden stürzt, sich dann doch noch mal abbremsen kann und trotzdem das Blut aus dem, aus dem Bauchraum auf die Soldaten spritzt. Boah, war das krass. Ja, ja, das war starke Szene auch wieder, ja. Und dann halt auch aus der Perspektive von, von dann vom Boden, ne, wo der Drache im Grunde so auf dich zugefallen kommt ab einem gewissen Punkt. Ja. Äh, und man dann selber so quasi in der Haut von einem Soldaten steckt, möchte man nicht stehen, ja. Nein, äh, nennen wir es so, ja. Aber, äh, Sunfire, der, äh, also kann sich, kann sich so ein, äh, Sonnenfeuer, nicht Sunfire, Sonnenfeuer kann sich so ein bisschen nach oben retten, ist aber doch sehr angeschlagen, ist wirklich schon am ächzen. Die haben ja, die haben ja auch diese jungen Drachen, die haben ja so quietschige, äh, äh, Soundeffekte verpasst bekommen, auch so eher, ne. Und dadurch wirkt das Vieh hier auch sehr unter, ich meine, das ist ja auch kein kleiner Drache und der ist ja auch, der ist ja sehr schön, der ist ja wirklich golden, ne, aber, ja. Das hilft halt alles nix und er wird nochmal attackiert, sogar in den Flügel gebissen. Ja, da merkt man, wer hier die Oberhand hat und das ist auch, also wir erzählen das jetzt hier alles so, weil das ist halt schon, das hat eine Wucht hier, wirklich, also sowas, sowas siehst du nicht mal mehr im Kino eigentlich. Dann kommt aber der Wendepunkt des Ganzen. Denn wir sehen hier Lord Staunton auf seiner Mauer und der hört es erst und dann auch seine Männer und die wollen ihn dann auch in Sicherheit bringen, aber er will das dann trotzdem nicht. Ja, sie hören und sehen dann über die Baumwipfel kommen Vaga. Ja, wo wir gerade wieder bei der Inszenierung waren, ne. Man sieht erst mal so von, ja, guckt auf die Baumwipfel und sieht halt so die, ich glaube, er stapft noch in dem Moment, oder? Oder es hatte nicht das Gefühl, das direkt am Fliegen ist. Ja. Aber das ist ja so, langsam sieht man so die Flügel bewegen, als würde er sich so langsam stapfend fortbewegen. Man sieht die Löcher in seinen Flügeln über den Bäumen. Man sieht entsetzte Gesichter und da ist was Böses im Anmarsch und kommt dann halt angeflogen. Ja, man erkennt halt Vaga auch sofort an diesen Löchern in den Flügeln. und abgesehen davon, dass das Viech einfach gigantisch ist. Also, meine Fresse, der fliegt ja dann über die Baumwipfel und die sind ja alle völlig, ne, nehmen wir die Beine in die Hand und der Einzige, der darüber erleichtert ist, ist Kristen Cole. Ja, endlich ist er da, so. Ja, genau, endlich ist er da. Er weiß ja nämlich, dass Aemond kommt und während die beiden kämpfen, pierst der sich jetzt, ja gut, was heißt, er pierst sich mit diesem Monster, äh, ran an Sunfire und Malus. Sonnenfeuer unterliegt ganz klar und Aegon ist erleichtert, als er seinen Bruder sieht und dann kommt hier was richtig Fieses. Aemond steuert wirklich so auf beide zu, äh, ruft dann Dracarys und ja, irgendwie kriegt diese Feuersalve in erster Linie seinen Bruder ab, ne? Ja, absolut. Also, ich weiß nicht so ganz, wie man's, muss ich sagen, zu interpretieren hatte von der Inszenaturik, aber so, was dann gezeigt wurde, war doch schon, okay, hauptsächlich eigentlich Aegon, der jetzt hier da mitten im, im Feuer gezeigt wird und gerade richtig zu leiden hat. Ja, und der, der ja auch völlig überrascht ist, so von wegen, ah, was, was, ne? Weil der hatte erst den, also der hatte ja erst Hoffnung, weil er wusste, oh, da kommt mein Bruder auf diesen, diesen Monster und stattdessen wendet der sich gegen sie, also, äh, äh, Vaga speit Feuer auch auf Aegon. Sonnenfeuer brennt jetzt wirklich schon und stürzt rücklinks zu Boden in den Wald hinein und das gibt auch ne ordentliche Erschütterung und die Bäume, äh, äh, im Umkreis biegen sich auch schon so nach außen, also man sieht, da ist wirklich ordentlich was, was zu Boden gegangen an der Stelle. Ja, da ist ordentlich Gewicht aufgeprallt. Ja, da ist, alles fängt an zu brennen, äh, da, da ist ein kleiner Krater wahrscheinlich jetzt schon, ne? Ähm, ja, Reynis kriegt das natürlich auch mit, was dort passiert ist, die konnte aber noch so relativ ausweichen mit, mit, äh, ihrem Drachen Malus, äh, blickt dann jetzt aber nach hinten und sieht hinter sich eben Vaga und denkt sich jetzt so, boah, fuck it, Malus, wir schaffen das, Angriff. Und die, äh, sorgt auch schon mal vor, weil, die wendet nicht nur, sondern die gurtet sich auch wirklich fest in ihrem Sattel, ne? Also, die sitzen ja ja, im Gegensatz zu Daenerys sitzen, die ja ja alle auf sehr, sehr schicken Satteln und da ist mir schon, also, es ist, es ist wirklich nichts gegen die Folge, aber, äh, da ist mir das mit dem Greenscreen schon sehr aufgefallen doch. Ja, also, ich fand immer, wenn man eine Person mit Drachen gesehen hat, dann war es schon, äh, sehr auffällig, ja. Ja. was ich allerdings geil fand, wollte ich unbedingt sagen, wenn wir jetzt eh gerade da sind. Ja. Ich fand's einfach cool, wie man einfach jetzt mal gezeigt hat, okay, wie arbeiten die in Anführungszeichen jetzt wirklich mal mit so einem Drachen? Mhm. Äh, die haben halt ihre, ihr Geschirr, das sie festsuchen, sie haben ihre schönen Sättel, sie haben da ihre, äh, vorne ihre Griffe, mit denen sie dann versuchen, noch so ein bisschen zu lenken und das war so, halt wie so ein, äh, wenn jetzt ein Pferd beritten wird oder so, äh, kriegt man mal so einen Einblick darin, okay, was passiert da eigentlich, wenn die so einen Drachen reiten und das fand ich, absolut fantastisch tatsächlich. Ja, sowas haben wir auch wirklich noch nie gesehen eigentlich, ne, also das, du merkst einfach, das ist aus einer ganz anderen Zeit, wo Drachen wirklich noch so, ja, so gut zum Alltag werden die, glaube ich, nie so wirklich gehören, vor allem nicht für Leute, der Fluss landet, die dürfen wahrscheinlich noch nie einen gesehen haben, außer vielleicht den von Aegon, dem Eroberer. Ja, äh, und Stichwort, was wir noch nie gesehen haben, denn wir bekommen jetzt, äh, den titelgebenden Drachentanz, äh, denn, äh, Aemond sieht zwar die Absturzstelle von Sunfire, hört dann aber eben auch den Drachen von, also Malus und, und Reynus eben und hält dann auf die zu. Von unten, also es wird aus der Soldatenperspektive inszeniert, wie diese Drachen aufeinander zu, äh, fliegen zum Duell und ja, dann kriegen wir wirklich das zu sehen zum ersten Mal, wie sich hier zwei Drachen in die Wolle kriegen, die stoßen zusammen und da ist dann auch, da greift dann auch wirklich schon, äh, also das haben wir ja wirklich noch nie gesehen, wie zwei Drachen gegeneinander kämpfen und Varga ist ja dann auch sehr strategisch, indem sie Malus, äh, direkt an den Hinterläufen festhält mit ihren Hinterläufen und dann direkt anfängt, Feuer zu sparen. Ja, fand ich, und ich fand auch hier nochmal dann insgesamt, auch inszenatorisch in den ganzen Kämpfen jetzt hier, man hatte einfach die ganze Zeit auch noch eine super Übersicht, auch gerade, dass man dann zum Beispiel mal einen Schritt raus geht, wie du sagtest, aus der Soldatenperspektive von unten zeigt, okay, was ist hier gerade? Übersichtshot, die beiden fliegen aufeinander zu und dann gehen wir rein und sehen, okay, der eine nach kreilt sich jetzt hier an dem Fest, äh, hier wird Feuer gespien, ähm, das einfach auch super inszeniert. Kannst immer nur wieder sagen, das, äh, könntest du so ins Kino bringen. Es würde, es würde nicht auffallen, dass das eine Folge einer TV-Serie ist. Ja. Also wirklich, die sind ineinander verkeilt, in der Luft, speien beide Feuer um sich rum irgendwann und stürzen Stück für Stück zur Erde. Also, Males kann zwar auch irgendwie, erwischt zwar irgendwie vager am Bauch, also im, oder im Bauchraum, aber trotzdem ist die komplett unterlegen, ne, und, äh, oh, das ist wirklich, das ist, das ist so grandios inszeniert an der Stelle und technisch auch, also, äh, hier Greenscreen, äh, sei mal dahingestellt, aber das hier ist, das sieht, das sieht genial aus. Wir müssen dazu sagen, äh, das wüsste ich eigentlich gerne mal von dir. Als du die vierte Folge geguckt hast, hatte die ja noch einen Disclaimer zu dem Zeitpunkt. Ja, stimmt, der war jetzt weg. Genau, ja, ist der, ja, weil die Folge jetzt final ist. Ist dir irgendwas aufgefallen beim ersten Mal? Gar nichts, oder? zum, ja, zum Disclaimer, kurz gesagt, vielleicht es war ein Hinweis am Anfang, dass die VFX-Effekte eventuell noch nicht alle fertig sein könnten. Genau. Dann, dass man das halt im Hinterkopf hat und jetzt, wo du sagst, haben wir ja die Folge jetzt noch mal geschaut mit neuen Screenern und da stand jetzt nichts mehr. Ich hab jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied feststellen können. Ich auch nicht. Vielleicht waren es ja einfach nur Details, die, äh, man gar nicht so mit gemerkt hat, aber dann schreibt man es lieber vorsichtshalber hin oder so, aber ich hab jetzt tatsächlich auch, also, der Kampf sah da schon gut aus. Die Screener hatten schon wirklich eine, immer eine, also jetzt in dieser Staffel immer eine super Qualität. Ja. Was ja bei der ersten Staffel nicht so war, ne? Also, da waren immer ab Folge 5, bei den Screenern, die wir hatten, standen immer ein Scheinwerfer im, im Bild, ne? und, 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 und. Ja, das ist jetzt Folge 4, ne? Schauen wir mal. Ja. Aber es ist, es gibt ja insgesamt, äh, weniger, aber also, nee, das ist wirklich, das ist technisch, ist das, ist das der Wahnsinn. Also, das, und wie gesagt, wieder Drachen bei Tag, also, das haben sie, da haben sie echt noch mal einen Pfund draufgelegt. Parallel haben wir das dann mit, äh, Kristen Cole, äh, der durch das Chaos reitet. Äh, ja, wir hatten alle irgendwie die Hoffnung, dass er drauf geht, aber, äh, während dann, also, die beiden Drachen stürzen ja dann irgendwann auf den Boden und dementsprechend kommt dann halt Vaga auf, äh, sodass dann wirklich, also, Soldaten im Umkreis von wahrscheinlich 50 Metern werden einfach weggeschleudert, inklusive Cole auf seinem Pferd. Und da hatten wir Schwarzbild, äh, hattest, hattest du gedacht, dass wir hier auschecken, oder dass Cole zumindest tot ist? Nee, nee, eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass, äh, Cole da jetzt stirbt, also hätte man machen können, aber. Nein, nein, der ist zu wichtig. Nee, Der ist eine Hauptfigur inzwischen, der ist, der ist zu wichtig, ja, ja. Aber die Schwarzblende hat nochmal, fand ich, die Wucht unterstrichen. Oh, ja. Halt mit der, die da jetzt, äh, einfach auf dem, auf dem Boden völlig aufkommen, unkontrolliert. Mhm. Und, äh, so ein bisschen halt dann, quasi Schwarzblende stand der jetzt für mich stellvertretend für die ganzen Soldaten, die da jetzt halt weggeschleudert werden, ihr Bewusstsein verlieren und erst mal auf dem Boden liegen und gar nichts mehr können, hatte ich sogar einen Moment gedacht, die Schwarzblenden werden halt die Sachen, die noch nicht fertig sind. Gibt's ja auch manchmal. Nee, aber die hat ja gepasst. Ja, die, die, die war super. Wir haben dann, äh, die hattest du ja schon erwähnt, wir haben ja noch eine Slowmo. Ja. Ja, gut, ich bin ja nicht der größte Freund von Zack Snyder, aber das hier sah halt geil aus. Ja, ist ja auch nur eine Slowmo und nicht zehn. Ja, ja, genau. Und nicht, äh, auch immer im Wechsel zwischen Normal und, und halbe Geschwindigkeit. Und es ist halt auch hier imposant, also hier fliehen halt die Soldaten, äh, im Umkreis, werden dann aber eigentlich von, ja, die werden halt von Vaga zermalmt, ne, also ob es mit, mit, äh, also die, die zertrampelt die einfach fertig. Ja. Und das ist zwar auch, ja, natürlich, äh, haben sie auch hier wieder Rauch, womit sie dann irgendwie auch CGI kaschieren können, aber, äh, also ich hab hier, ich hab hier in meinen Notizen nur Wow stehen an der Stelle. Das ist ja, das hat ja wirklich schon was von einem, Monsterfilm. Also weiß ich nicht, dass, so, so könntest du auch einen Kaiju inszenieren. Wirklich. Ja, absolut, das hätte, das würde passen, ja. Also weiß ich nicht, so Pacific Rim oder so. Gruß an, an Guillermo del Toro. Aber, äh, Maylis hat tatsächlich überlebt. Also, äh, auch überlebt und, äh, kommt jetzt angeflogen. Reynis ist schon relativ angeschlagen, fliegt dann so über das Schlachtfeld und man merkt, die will sich zurückziehen. Ja, und dann, die Musik zieht an. Ja, hast du, hast du es kommen sehen, dass, du hast es kommen sehen, dass da noch irgendwas in der Hinterhand ist, ne? Ja, doch schon. Und also, man hat gemerkt, das ist noch nicht vorbei und eben die Musik hat so langsam, so unterschwellig, so ein bisschen Dunkirk-mäßig vielleicht, so immer, ja genau, Suspension gezogen und das war noch nicht vorbei. Und dann, nein, fliegt sie halt über die Festung und dann, äh, kommt Vaga einfach völlig aus dem Nichts von unten an und beißt, äh, Milleys in den Hals äh, und zieht sie im Grunde dann so im Flug mit nach oben in die Lüfte. Ja. Äh, wo sie dann gar nichts mehr kontrollieren kann. Milleys stirbt quasi, ich denke schon, in dem Moment dann irgendwann, man hat so einen Close-Up-Shot auf den Hals und ihren, ihr Gesicht oder, äh, ja, ihr Gesicht, ne? Der Hals ist fast durch, also die, ja. Vaga beißt die Kehle durch. Genau. Und das Gesicht knackt so weg und dann ist klar, okay, jetzt ist es vorbei und was machst du jetzt, wenn du in der Luft bist und dann wird der, äh, der Biss gelockert und, äh, sie stürzt dann eben ab. Ja, und mit ihr natürlich auch Reynes, die, die schaut auch irgendwie, kurz bevor die stirbt, schaut die Reynes auch irgendwie noch so an, ne? Also jetzt, äh, Males ist ja auch ein Weibchen. Ja. Und, ja, Reynes, äh, fällt dann mit einer sehr traurigen Mine, also die weiß zwar schon, wie ihr geschieht an der Stelle, aber, äh, die fällt mit einer sehr traurigen Mine in die Tiefe. Ja, hat, hat mich schon mitgenommen, nur war es leider, ja, da wusste ich leider mit CGI kommen. Es sah ein bisschen merkwürdig aus, leider. Ja. Und es, das tut mir auch wirklich leid um Eve Best, weil die wirklich großartig ist, aber mich hat das so ein bisschen, leider hat es mich erinnert an die, ich weiß nicht, ob du den fünften Fluch der Karibik gesehen hast? Nee, ich hab nach dem dritten aufgegeben. Ja, umso besser, weil da gibt es auch eine Todesszene einer sehr tollen Nebenfigur, die ich absolut liebe und, äh, ja, also ich will jetzt hier auf Fluch der Karibik 5 nicht spoilern, aber, ja, das, das war ein bisschen schade, da merkst du, also da stößt die Technik dann schon so, also das ist ja das, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben, immer wenn die auf den Drachen sitzen, gezeigt werden, ne, dann wird es ein bisschen, bisschen clunky und das ist leider hier auch der Fall und dann bei einer Sterbesszene. Ja. Ja, und dann ist es eben auch noch ein Publikumsliebling, weil ich muss sagen, Reign, das war wirklich eine meiner, eine meiner Lieblingsfiguren. Absolut, ja, da gehe ich mit. Wäre es schon ein bisschen schade gewesen, dass es dann in Anführungszeichen so aussieht. Auf der anderen Seite, da es ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, in dem Kampf immer so aussah, wenn, äh, Leute auf Drachen gezeigt wurden, hat mich das jetzt auch nicht mehr rausgerissen als vorher. Mhm. Na. Also, klar, es sieht merkwürdig aus dann so und es ist schade und ich frage mich ein bisschen, warum es so sein muss, weil andere Bluescreen-Momente merkt man eigentlich gar nicht. Mhm. Vielleicht ist sonst alles set, aber das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Äh, da wir jetzt auch irgendwelche Momente gegeben haben, da habe ich nie irgendwas gemerkt. Aber wenn es dann jetzt doch reine Bluescreen-Arbeit ist wahrscheinlich, dann war es doch schon sehr auffällig. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie da wahrscheinlich auch mit, nee, in dem Finale der ersten Staffel hier mit Luceres und, äh, Eamon da im Sturm, das haben sie ja auch schon mit, in, äh, hier, The Volume haben sie das auch schon gedreht und das könnte vielleicht auch eine Ursache dafür sein, dass du halt das Gefühl hast, da ist im Hintergrund fast so eine Art, ja halt wie Rückprojektionstechnik früher, ne? Ja. Es sah jetzt auch nicht total scheiße aus, aber das ist halt so ein, es ist ja eigentlich auch ein wirklich emotionaler Moment, ne? Und, Ja. dass der dann technisch so ein bisschen, äh, clunky ist, äh, auf jeden Fall fällt Maylis auf die Burg und schlägt dadurch auch ne ordentliche Bresche wohl in die Mauer, äh, ja, und Vega und Eamon sind die Sieger des Ganzen und der verpisst sich dann auch relativ schnell auf seinen Drachen, also ist auch so, ne, von wegen, ich hab die Oberhand, ich bin der Geilste auf dem, auf dem Vieh hier, Rauch, Feuer, Tod und Schwarzbild und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, hätte man nicht hier auschecken können bei der Folge? Hätte man absolut machen können, glaube ich, aber ich glaube, ah, dann wäre, das wäre so ein Moment gewesen, okay, das ist jetzt nochmal der Fokus auf Reynes, ne, so ein bisschen, äh, ihr Tribut zollen und an der Stelle jetzt aus der Folge rausgehen und dann guckt man in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ja. Aber ich glaube, dafür ist sie dann doch nicht die Hauptfigur. Ja. Äh, weswegen wir dann, vielleicht um dich schon mal vorzuwarnen, wenn es geht, nicht zu spoilern, woanders auschecken. Ja, ich, ich, also ich, ich hätte es, ich hätte es echt besser gefunden, wenn, äh, das, was jetzt kommt, wenn das einfach der Auftakt der nächsten Folge gewesen wäre. Das, das hätte mir, glaube ich, ja, glaube ich besser gefallen. Und, äh, ganz ehrlich, äh, ja gut, wen, wen kriegen wir jetzt zu sehen? Lord Sauerkraut, wie ich ihn ja mittlerweile getauft habe. Kristen Cole lebt noch, macht so den Holzmichel von Westeros und, ähm, kommt zu sich. Die Kamera ist schräg und so ein bisschen in der Unschärfe. Er liegt im Dreck, um ihn herum verbrannte Leichen. Dann gibt es wieder Schwarzbild. Und ja, ich gebe es zu, dass, das war schon gut gemacht, wie der so in seiner schweren Rüstung, wie der Schwierigkeiten hat, überhaupt nach Luft zu schnappen, ne? Da muss ich sagen, das hat Fabian Frankel auch gut rübergebracht an der Stelle. Also da endlich mal ein Lob für den, für den Herrn. Äh, und, äh, auch ein bisschen Solidarität, weil was der auf Social Media da abkriegt, das ist einfach nicht fair. Aber er ist, äh, trotzdem schwer angeschlagen und auch erst recht die Soldaten um ihn herum. Rauch, Tod, Feuer, überall. Aber er sieht zumindest in der Ferne, sieht er sich, äh, sieht er, dass sich da Soldaten sammeln und dann durch die Bresche, die ja, äh, ja, der, äh, der tote Körper von Malice in die Burgmauer geschlagen hat. Äh, dadurch dringen die dann ein und versuchen dann wahrscheinlich zu plündern und zu brandschautzen. Cole hat damit aber gar nichts zu tun. Und er steht auf, findet seinen Helm und vor ihm, das ist jetzt eine richtig böse Spitze gewesen, ne, vor ihm kniet ein Soldat in Rüstung. Cole, äh, sagt dann zu dem, ja, hier, komm, komm mal mit, der König ist abgestürzt da hinten, wir müssen ihn finden, packt den so an der, an der, an der Schulter oder auf jeden Fall berührt die Rüstung an der Schulter und dann stellt er fest, ja, der Typ ist komplett verbrannt und zerfällt zur Asche. Böse Spitze, weswegen? Naja, also für ihn halt, dass, dass der, äh, also, dass da von dem Typ nichts mehr übrig ist. Ja, ich fand die Szene tatsächlich ein bisschen klar, also, es war so klar, ja, man sieht den irgendwie auf ihn zulaufen, sieht die Rüstung nur von hinten, man sieht auch wirklich nur noch Rüstung, da kommt nicht an irgendeiner Stelle irgendwie, weiß ich nicht, ein Haar oder Haut oder keine Ahnung, ich dachte mir, ja, es war so offensichtlich, hab ich mir gedacht, ja, komm, das ist, ich weiß, was passiert, äh, war okay. Ich, 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 ich fand's, ich fand's halt geil, wie, wie, wie halt auch der komplett verbrannte Kopf da kurz zu sehen ist, inmitten, äh, auch inmitten des Helms und so, ne, das, das fand ich schon. Aber war das Gavin? Ähm, ich dachte auch erst, aber ich glaub, den hört man da im Hintergrund an der Festung. Ah, okay. Weil ich hätte mir gedacht, warum geht er zu einem random Soldaten und sagt, ey, wir müssen jetzt hier noch los, ähm, ja, aber dass er jetzt zu Gavin geht, hätte ich irgendwie verstanden ja, stimmt, auch der Helm passt da irgendwie zu, ne, es könnte und der hatte halt auch einen Banner neben sich stehen, darum dachte ich, ah, okay könnte sein, aber es ist, also ja, ich mein, wir werden es ja sehen da nächste Woche ja, also ich, stimmt, ich hatte auch den Gedanken, als ich es geguckt habe, aber ich hab's nicht aufgeschrieben, also vielen Dank dafür ja, Cole schleppt sich stattdessen zum Wald, ähm, findet dann die Stelle, wo, äh, Aegon auf Sonnenfeuer abgestürzt ist beziehungsweise wo Sonnenfeuer hingestürzt ist dort brennt dann natürlich auch im Umfeld einiges und Cole sieht dann plötzlich Aemond, der mit gezogener Klinge auf den König und den Drachen zugeht und dann erst durch Zuruf überhaupt darauf ablässt, genau, durch Zuruf lässt er dann davon ab weil, ähm, Cole dann doch einigermaßen entsetzt ist bei was er den da gerade gesehen hat und ja, es passt zu dem, äh, was Aemond da in der Luft getan hat sagen wir es mal so, ne? Ja, absolut also es macht Sinn, dass er da jetzt irgendwie wie gesagt Ja Du weißt wahrscheinlich mehr nicht Spoiler ähm, ähm, für mich ist jetzt in dieser Stelle unklar, äh, was Aegons Zustand ist Ja Ne, ähm, und ich denke Aemond läuft jetzt halt auf ihn zu und will äh, einfach sicher gehen okay, falls er noch lebt dann beende ich das hier und das macht natürlich absolut Sinn, äh, das ja, zu tun im wie sich die Folge bisher entwickelt hat und wie seine, äh, Beziehung zu ihm sich entwickelt hat und vor allem hebt, hebt Aemond auch, äh, weil der liegt da irgendwie rum er hebt den Drachendolch auf ne? Ja Also, äh, da jedes Mal, wenn der gezeigt wird denke ich mir, alter, was hat dieser Dolch eigentlich alles alles durchgemacht weil der ist ja wirklich der ist, der taucht ja immer wieder auf also der zieht sich ja wirklich durch das komplette Lied von Eis und Feuer Und jetzt hat er das noch alles gar nicht erlebt, was vorher, was danach passierte, ja, nur das was davor passiert war Ja, ja, davor ist ja wahrscheinlich auch noch schon einiges, ne? Ja, ja, das stimmt Der ist ja Der hat Aegon dem Eroberer gehört, also mehr muss ich nicht sagen Und, äh, wir haben ja Das kann ich mal kurz hier noch droppen Es ist ja eine ein weiteres Spin-Off in Entwicklungen geschrieben von dem The Batman-Auto Madsen Tomlin Was sich um Aegons Eroberung drehen soll Und, äh, da würden wir dann unter anderem sehen wie Hakenhall eingeäschert wird Und ja, ich möchte das sehen Äh, aber jetzt, äh, wurde hier erstmal Sonnenfeuer eingeäschert beziehungsweise Also, der Drache ist noch nicht ganz tot anscheinend Der bewegt sich noch Ich hab's beim ersten Mal sehen, wirklich Ich hatte dich ja sogar in Discord angeschrieben Ich hab's nicht erkannt Weil ich find die Szene sehr kurz Also, man sieht dann die Kamera fährt so auf den liegenden Drachen Und er hat dann so seinen Ich glaub, sein Schwanz ist um ihn rum Und so ein bisschen Ja Eingemummut, ne Und man sieht Okay, er macht noch mal so einen letzten Atemzug Und er ist noch Also, dass es im Unklaren ist find ich ja gut Ist jetzt auch der Cliffhanger Und wer weiß, was jetzt passiert Aber ich hab gar nicht gesehen dass er überhaupt noch da liegt Und hab mir gedacht Warum zeigen wir jetzt einfach nur den Drachen Also, man musste schon genau hingucken fand ich Ja, ja Ich mein, gut Man sieht ja schon Also, die Rüstung von Aegon die ist ja schon charakteristisch irgendwo Ne Ja Ja gut Ich muss auch sagen Ich hatte mich da eher so auf Aemond und den Drachendolch Also, dass er den da aufnimmt Das kannst du ja fast schon so interpretieren Er kapert jetzt praktisch Aegons Amt Also, ne Er will sich jetzt so eigentlich schon die Krone holen Ich mein, der sieht ja auch nicht mal nach seinem Bruder Der geht einfach weg Ne Cole ist da völlig alleine Völlig überfordert Lässt den Helm fallen Geht auf die Knie und Boah, dieses Schlussbild ist schon krass Also, das ist Das ist ja wirklich Das ist ja deshalb ein Bild für ein Gemälde So, wie das hier endet Ne Aber Ja, im Unklaren lebt Aegon noch oder nicht Und, äh Ja, Buchleser da draußen Ihr haltet jetzt bitte mal die Klappe Genau Ich auch Äh Aber, ja Damit werden wir dann endgültig ins dauerhafte Schwarzwild entlassen und den Abspann Ja, ich Ach, ich weiß nicht Man hätte das vielleicht als Auftakt Also, diese ganze Cole-Nummer hier Die hätte ich Die hätten sie in die nächste Folge schieben können finde ich Ja, hast du recht Hab ich nicht so dran gedacht tatsächlich Aber Als du es jetzt gesagt hast Absolut Also auch Um nochmal Das Die Wucht von dem Drachentanz auch nochmal zu unterstreichen Und dann halt aufzuhören Die Lokation Vielleicht ist jetzt auch beendet Oder abgeschlossen Ja, ich bin bei dir Ich hoffe, wir konnten das hier Also zum Ende Action-Reichen-Folge Ähm, ich hoffe, wir konnten das hier angemessen rüberbringen Weil das hat halt echt schon richtig Wucht hier alles, ne? Die Leute haben es ja auch gesehen Ja Ja Manuel Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit Jetzt hast du Jetzt hast du zumindest ein bisschen Action mal bekommen Wie hat es dir denn gewundert? Ey, ich fand es, wie gesagt, wirklich großartig Also Ich finde auch bisher die ganze Staffel ziemlich großartig Und deutlich für mich besser als Staffel 1, würde ich sagen Mal gucken, wie es jetzt noch weitergeht Aber man merkt halt wirklich Um so ein generelles Fazit einfach einzuleiten Es werden Figuren benutzt Die vorher in Position gebracht werden Wir haben emotionale Stärke drin In dem, ja, wie auch Leute verlieren Ganz klassisch Und wir haben jetzt wirklich auf diesen Drachentanz zugearbeitet Für 13 Folgen oder was Ähm, und wurden nicht enttäuscht Und ich fand, wie gesagt, tatsächlich die Montageszenen einfach noch geiler Als den eigentlichen Drachentanz Ja Einfach, weil ich es geliebt habe Wie am Ende Durch, also nicht am Ende Einfach durchweg da die Inszenierung Ähm, vor, zurück Hier was zeigen, was drüber gesprochen wird Fand ich einfach wirklich großartig Und aber auch alles in der Folge bis dahin Hat mir einfach super gefallen Also vielleicht auch Hilft es auch nochmal so Dadurch, dass man sich mehr mit beschäftigen muss Weil wir drüber reden werden und so Äh, ist man einfach noch tiefer drin Aber es ist einfach alles Ich hatte das Gefühl, hier ist keine Szene Diesmal ein Füller Wo ich so vielleicht vorher mal so dachte Ah, hier eine Szene war vielleicht unnötig oder nicht Ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit ging Aber ich hatte das Gefühl, dass hier hatte alles Sinn, Hand und Fuß Ja Und wir haben jetzt hierauf hingearbeitet Und hier kriegst es Und jetzt haben wir wieder erstmal Pause wahrscheinlich Ja, erstmal wird jetzt der Schießpulver wieder im Bei HBO im Keller verstaut, ne Bis zum Finale Also ich kann mich dir da schon anschließen Das, eventuell ist es für mich die zweitbeste Folge Ich glaub, die dritte fand ich tatsächlich besser Okay Aber inszenatorisch ist das hier Du hast schon recht Hier ist eigentlich fast kein Gramm Fett dran Also die beginnt zwar relativ gemächlich auch wieder Aber wie sich das dann zum Ende steigert Wie sich das zuspitzt dann auch über die Montagen Das ist fantastisch inszeniert Und wirklich, also Alan Taylor haut hier einen raus Das, wie gesagt Ich wiederhole mich, aber das könnte auf einer Kinoleinwand gezeigt werden Und ich kann mir auch vorstellen Also Sven hatte, glaub ich, auch schon zu mir gemeint Nach dem zweiten Recap Eigentlich wär's doch mal Zeit, dass dieses Franchise Auch mal ins Kino wandert Ja, die Folge könntest du zeigen Und da wird keiner, glaub ich, sagen Das ist eine TV-Serie Ja, und vielleicht bräuchte man dann auch nicht Ey, es ist halt schon faszinierend Sie lassen sich ja Zeit mit dem, was sie machen Mhm Also es hat ja gedauert Aber nicht zu viel Genau, aber nicht zu viel Aber sie machen Ich hab nicht das Gefühl, dass hier irgendwie Im Moment zumindest Ähm, was ausgeschlachtet wird Weil es gerade alle cool finden Und darum hauen wir jetzt was raus Sondern es wird sich die Zeit genommen Und das ist einfach qualitätsmäßig Ja, weiß ich nicht, ob's über Game of Thrones steht Im Moment Aber es ist schon wirklich Also absolut großartig Und wenn man das vielleicht In einer kürzeren Laufzeit Auf zwei Stunden, zweieinhalb Stunden In einem Kinofilm machen kann Und nicht ewig, äh, sechs Jahre oder was Dazwischen vergehen lassen muss Oder was auch immer Oder vier Ähm Groß an Star Wars Klar, ist vielleicht ein bisschen Einfacher, ne Ja, auf der anderen Seite Ich hab schon länger, äh, auch mal mit jemand anders Darüber geschrieben im Discord Wenn du das hier hörst, schöne Grüße Du weißt, dass du gemeint bist Äh, ich hatte auch mal so überlegt Was, was, was könnte man denn da nehmen Was, was irgendwie in Kinofilm reinpassen würde Ich mein, George R. Martin Hat ja aufgrund von Lost Damals, wo er ein riesen Fan von war Hat er ja beschlossen Ja, nee, also das kann man Wenn dann nur als, als Serie umsetzen Und, äh, seine Stoffe sind halt auch so Ausufernd und weit verästelt Und mit so vielen Figuren Die auch erstmal aufgebaut, entwickelt Und etabliert werden müssen Es kannst du, glaube ich, schwer bändigen Für, für einen Kinofilm nur Oder du müsstest mehrere daraus machen Da könntest du im Grunde auch wieder eine Serie, äh, entwickeln Aber, äh, es hätte, es hätte schon sein Reiz, sowas im Kino zu sehen Ähm, was ich, äh, insgesamt zu der Staffel jetzt auch sagen kann Also, du hattest ja auch ein halbes Staffelfazit gezogen Mir gefällt sie bisher auch besser als die, äh, erste Auch wenn sie, also die Folge drei und vier Die wirken jetzt sehr rund Die zweite wirkte auf mich ein bisschen überladen tatsächlich Und da rächt es sich, glaube ich, ein wenig Dass sie jetzt eben nur acht statt zehn Folgen haben Das wirkte so ein bisschen vollgestopft Du hast also die erste, äh, die zweite Folge Die war ja auch wirklich Die ging ja fast 70 Minuten, meine ich Ja, das kann sein Und dadurch wirkte die, also die, die hatte auch so Hatte ich auch mit Sven im Podcast gesagt Da waren, äh, so einige Handlungsstränge Die wirkten ein bisschen so im luftleeren Raum Aber dennoch ist davon ja sehr, sehr viel wichtig Und das bauen sie hier ja auch weiter aus Mit hier Ali Nofal zum Beispiel Ne, also großartige Folge, äh, die wird auch, glaube ich Denjenigen, welchen, die jetzt mal ein bisschen Dampf haben wollten Glaub ich, genau das geben, was sie haben wollten Und es ist jetzt nicht so von Es stimmt einfach wirklich Sie haben hier konsequent hin drauf zugearbeitet Und es ist nicht so von wegen Ach ja, ja, wir sind jetzt in Folge vier Ja, komm, ja, damit die Leute jetzt noch halbwegs bei der Stange bleiben Ja, machen wir jetzt mal hier Action Ne, also, das ist auf keinen Fall so Die erzählen konsequent Und mit der nötigen Akkuratesse Und auch Ruhe und auch Freiheiten gegenüber der Vorlage Erzählen sie, ähm, machen sie ja einfach ihr Ding Und was ich auch generell sehr schön finde An dieser zweiten Staffel Ähm, das kann ich jetzt noch ganz zum Schluss sagen Dann sind wir hier auch durch Äh, ich finde es echt toll Dass die in einer Hinsicht auch mit den Erwartungen bricht Weil du hattest ja gesagt Du bist in diese Staffel mit der, mit der Haltung reingegangen Jetzt geht's eigentlich nur noch ab, ne Man hat ja kaum was anderes gehört, ja Genau, genau, und das hast du jetzt in Folge vier bekommen Aber du merkst trotzdem, der Staffel geht es gar nicht Also natürlich, wir hatten jetzt hier Spektakel Aber der Staffel geht es gar nicht mal so sehr darum Den Krieg als Spektakel zu inszenieren Sondern viel mehr aufzuzeigen Was auch so die Ausmaße darüber hinaus sind Wer, wer die Opfer sind Wer zuerst darunter zu leiden hat Wer am meisten darunter zu leiden hat Und dabei auch noch Äh, durchaus auch sozialkritische Töne anzuschlagen Wie vor allem in der zweiten Episode, ne Also da merkst du Das ist hier nicht einfach nur ein Franchise-Produkt Also natürlich ist es das auch, klar Aber die haben auch durchaus was zu sagen Auch im Hinblick auf unseren momentanen Zeitgeist Habe ich das Gefühl Und das hebt diese Serie für mich auch raus Allein schon, dass ich wirklich bei jeder Folge Und ich habe wirklich jede mindestens Ja, jetzt doch mehr als zweimal gesehen Dir fallen immer wieder neue Sachen auf Das ist wirklich, also das Ist da auch wirklich auf einer Stufe mit Game of Thrones Was das angeht Ja, und das war das Mit-Season-Finale Ich bin gespannt, was da noch so kommen wird Ich weiß auch noch, was kommen wird Und ich kann mir auch eventuell denken Wie sie die Staffel abschließen Äh, wenn welche von euch da draußen das wissen könnten Könnt ihr uns das natürlich gerne in die Kommentare schreiben Aber versucht dabei, möglichst spoilerfrei zu bleiben Äh, ihr dürft aber natürlich auch Wenn ihr keine Buchkenner seid Gerne schreiben, wie euch die Folge gefallen hat Ihr dürft uns auch gerne auf unserem Discord besuchen Und uns das dort mitteilen Aber auf YouTube wäre natürlich auch schön Oder wahlweise auf tele-stammtisch.de Könnt natürlich auch gerne Wenn ich hier irgendeinen Quatsch erzählt habe Und der Manuel erst recht Dann dürft ihr uns auch sehr, sehr gerne schreiben Ansonsten findet ihr den Tele-Stammtisch überall, wo es Likes gibt Und Manuel, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, das war ausführlich Genau Aber dann kann ich mich noch Stichwort Action an der Stelle Ich kann mich noch sehr herzlich bedanken Äh, denn du greifst mir ja Äh, auch Äh, was so hier, ähm Die ganze Technik angeht Unter die Arme oder zumindest Also du erstellst die Cover dieses Mal Also Ich mach Cover Genau Du Also herzlichen Dank dafür Sehr gerne Ja Also das, wo ihr jetzt gerade drei Stunden drauf gestartet habt Oder eher nicht Äh Das ist Manuels Werk zur Abwechslung Mit Vorlage von Max Genau Also passt schon Und damit danke ich dir wirklich sehr recht herzlich Äh, super, dass das geklappt hat Vielleicht, äh Obwohl du meintest ja schon, dass du das zeitlich nicht mehr so schaffst Aber vielleicht, äh, ja Noch mal zu einem Staffel-Recap Würde mich sehr freuen Und, äh, ansonsten Ja, ich bin wieder ein bisschen erledigt Aber, äh, entlasse Dich jetzt und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Valamorghulis Bis nächste Woche Es war eine Freude Bis nächstes Mal Sehr geehrte Damen und Herren Wertes Publikum Liebe Hörende Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit Ich hoffe sehr, euch hat gefallen Was ihr gerade gehört habt Wir in der Redaktion des TeleStammtisch Betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt Zum Selbstmitmachen Also meldet euch bei uns Wir beißen auf Außerdem freuen wir uns immer über Feedback Via Social Media und E-Mail Sowie euren finanziellen Support Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen Auf den gängigen Podcast-Plattformen Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes Vielen Dank und bis zum nächsten Mal Euer Andi Applaus 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 Applaus